1. Colin konnte nicht sagen, ob der Nebel vor seinen Augen äußerlich verursacht wurde oder ob er sich nur in seinem Kopf befand. Nach wie vor drehte sich alles um ihn herum. Ein Funke schlug über ihm aus der Wandverkleidung und überblendete für eine Sekunde das diffuse Licht innerhalb der Rettungskapsel. Minutenlang lag diese schmale Duratiumkammer nun schon regungslos am Boden, nachdem sie trotz ihrer tobenden Landungstriebwerke wie ein Stein heruntergekracht war und ihn aus dem Sitz geworfen hatte. Als man ihn in die Kapsel gesteckt hatte, war niemand davon ausgegangen, dass sie tatsächlich auch starten würde. Es war schließlich nur eine Sicherheitsmaßnahme. Colin war dieser Maßnahme jedoch dankbar, denn er hatte überlebt. Vorsichtig bewegte er seinen Arm, seine Beine und prüfte sorgfältig, ob er beim Aufprall einen Bruch erlitten hatte. Offensichtlich nicht. Ein krächzendes Stöhnen drang aus seiner Kehle, als er sich aufrichtete, wobei das weniger mit der Situation als vielmehr mit seinem Gewicht im Zusammenhang stand. Colin stöhnte auch jeden Morgen, wenn er sich aus seinem Bett rollte. Abermals entlud sich eine elektrische Ladung über ihm. Er sah hinauf, schob dabei sein strohblondes Haar zur Seite, das verschwitzt über seinen schmalen Augen hing. Sein volles Gesicht mit der platten Nase und dem breiten Mund war noch immer leichenblass. Vorsichtig, mehr um sich greifend als schauend versuchte er sich zu orientieren. Als er mit seiner Hand eine weitere ertastete, erschrak er kurz, glaubte nun, dass er in seinem linken Arm nichts mehr fühlte oder dieser sogar abgetrennt war. Erleichtert, wenn auch nur für den Bruchteil eines Augenblicks, stellte er fest, dass dieser Arm dem Mann gehörte, der zwar angeschnallt war, aber dessen blutender Kopf dennoch ungesund schräg an seinem Hals hing. Tote Augen starrten ihn regungslos an und Colin schrie schrill auf. In seinen 15 Jahren, die er nun schon sein bedeutungsloses Dasein fristete, hatte er noch nie eine Leiche gesehen. Natürlich nicht. Colin schrie noch einmal, musste Luft holen, um weiterschreien zu können und strampelte im Reflex mit Händen und Füßen, um dieses tote Ungetüm von sich zu stoßen. Vergeblich. Mit dem Rücken stürzte er schließlich gegen den Einstieg, ein kreisrundes Shot mit winzigem Fenster in der Mitte. Seine fleischige Hand schlug auf das daneben stehende Display, nochmals und nochmals, bis er realisierte, dass er so nicht weiterkam und gezielt auf den Öffnungsindikator hieb. Zwischen drehte sich das Shot im Uhrzeigersinn, löste sich aus seiner Halterung und ließ sich problemlos nach außen drücken. Noch einmal blickte er sich zu dem Mann in der Technikeruniform um und entschuldigte sich geistig, ihn angesichts seiner Tragödie so angefahren zu haben. Immerhin hatte er ihn vorhin noch, wenn auch nur für wenige Sekunden, lebendig gesehen. Wie ein Wurm aus dem Apfel schob sich Colin aus der Kapsel und stürzte einen halben Meter tief in feuchtes Gras, wie er es von der Erde kannte. Nur der Geruch war etwas bitter. Abermals stöhnend richtete er sich auf und hob seine schmalen Brauen. Vor seinen Augen erstreckte sich unendliches Land mit in Nebel gehüllten Bergen am Horizont. Vereinzelt standen baumähnliche Pflanzen mit schwarz-weiß gefleckten Stämmen wie Kakteen auf einem grau-blauen Grasmeer. Kühlerwind trieb tiefdunkle Wolken über den Himmel, welche leicht ihr nass ausschütteten. Wären die Bäume nicht so seltsam geformt und das Gras weniger unnatürlich gefärbt gewesen, so hätte man meinen können, dass sich dieser Ort irgendwo auf der Erde befand. Das tat er jedoch nicht. Auf seine Arme gestützt fand Colin endlich ebenen Boden unter seinen Füßen. So fremd, wie er auf dieser Welt war, fühlte er sich im Grunde nicht. Sich die störrischen Haare abermals aus den Augen schiebend, sah er sich um. Gab es weitere Kapseln? Weitere Überlebende? Wohin er seinen Blick aber auch richtete, es gab nur noch mehr Gras, noch mehr Bäume und … Colin stutzte, ging intensiv in die Hocke und huschte hinter die Kapsel. Wieder hineinzusteigen wäre totaler Unsinn, da sie keine Fluchtmöglichkeit bot. Vorsichtig spähte er über seine Deckung nach vorn. Am Horizont brach ein blaues Licht schnell durch den Nieselregen. Sekunden später erkannte er ein helles Etwas, das sich direkt auf ihn zubewegte, die Lampen seitlich auf den Boden gerichtet. Sirrend hielt das unbekannte Gefährt an und senkte sich mit einem Zischen zu Boden. An den Seiten offenstehend erinnerte es an ein überdachtes Motorrad mit einem auffallend breiten Heck, welches ebenfalls bläuliches Licht aussandte. Der Führer der Maschine trat mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden. Seine schweren Schritte hinterließen auf dem feuchten Boden leise Schmatzgeräusche. Obwohl Colin dieses »Ding« aus seiner Deckung beobachten konnte, schaltete er zur Sicherheit sein internes Implantat dazu, um sich gegebenenfalls mit den Sensoren des Kapselcomputers zu verbinden. Somit war es ihm im Zweifel möglich, Dinge zu erkennen, die seinen biologischen Sinnen verborgen blieben. Geistig tastete er nach der Verbindung, was bei für ihn neuen Systemen immer ein wenig dauern konnte, zumal sein Implantat für derlei nicht gedacht war. Eigentlich sollte die technische Erweiterung sein Leben nur normal gestalten. Wie bei vielen anderen Kindern hatte man schon vor Collins' Geburt festgestellt, dass er zu den Menschen mit genetischen Abweichungen zählte. Viele Jahrzehnte lang waren solche Kinder in der Regel nicht selbstständig lebensfähig gewesen. Einige von ihnen brachten natürliche Stärken mit, meistens aber waren es angeborene Schwächen. Homo sapiens quantum nannte der Homo sapiens sapiens diese fehlerhafte Folgeentwicklung der menschlichen Spezies. Mit der Erschließung außerirdischer Nanotechnologie war es allerdings möglich geworden, Implantate entsprechend zu konzipieren, um die Schwächen dieser genetischen Abweichung zu kompensieren, was zwei Folgen mit sich brachte. Upgrades auf die Implantate, wie es Colin getan hatte, und in einigen wenigen Fällen die Stabilisierung der positiven Nebeneffekte. Somit gab es Menschen, die, salopp gesagt, über Quantum-Powers verfügten, die man vor Jahrhunderten in Comic und Film als Superkräfte bezeichnet hatte, nur mit dem Unterschied, dass man sich damals Mächte vorgestellt hatte, die jeder realistischen Grundlage entbehrten. Die Wahrheit war wie immer sehr viel komplizierter, und Colin hatte nicht das Glück, dass in ihm eine solche Kraft erwuchs. Er war einfach nur ein normaler Junge mit einem kleinen Computer in seinem Kopf, der inzwischen in der Lage war, sich mit jedem System zu verbinden. Allerdings war allein das Finden des Kapselcomputers anstrengend. So sehr Colin sich auch bemühte, ein Signal aufzuschnappen oder eine Resonanz auf seine Suche zu finden. Es gelang ihm nicht. Ein knackendes Geräusch, ein Knirschen und ein Zischeln. Kurz darauf wieder die schweren Schritte um die Kapsel. Colin wich aus, trat leise vor. Immer genauso viele Schritte, wie sie auch das fremde Ding machte. Noch immer fand sich keine Verbindung zum Computer. Plötzlich änderte es die Richtung. Colin erschrak leise und tapste beinahe schon unbeholfen zurück. Wieder wechselten die Schritte ihre Richtung. Wie lange konnte das gut gehen? Wenn es ein Fahrzeug steuern konnte, konnte es auch komplexe Dinge verstehen und machte sich wohl ähnliche Gedanken. Dass Aliens primitive, tierähnliche Wesen sein konnten, die Knoten zerfleischten und in organischen Raumschiffen umherflogen, stammte aus einer Science-Fiction-Ära, in der man den Menschen nur zu gern im Zenit der Technologie sah. Auch an dieser Stelle sah es wieder anders aus, jedenfalls was die Technologien betraf. Wie auch Menschen hatten die bekannten Spezies hunderte an Verarbeitungs- und Herstellungsverfahren entwickelt, waren intelligent, überlegten taktisch und wussten, was sie taten. Mit dem Rücken stieß er an jemanden oder etwas. Colin wandte sich um, wieder mehr im Instinkt als gewollt, und sah in dieses hässliche, schuppige Dreiecksgesicht. Seitlich lagen drei verschieden große Knopfaugen in hochliegenden Knochenhöhlen, und ein dünner Mund zog sich über einem schmal zulaufenden Kinn. Ohren oder Nase waren nicht zu erkennen. Colin schrie, noch schriller als beim Anblick der Leiche. Auch das Ding schrie auf, nicht weniger schrill, mit einem Rasseln und Knacken als Unterlaut in seinem Getöse. So schnell, wie beide einander aus dem Weg gegangen waren, flüchteten sie nun voreinander in den Schutz der Kapsel. Der Computer der Kapsel fand in diesem Moment eine stabile Verbindung mit dem Implantat unter Collins' Schädeldecke. Ein Monster, ein Monster, hörte er es in seinem Kopf schallen. Dies war gewiss nicht der Computer. Heilige Scheiße, zischte er angesichts der Erkenntnis, dieses Ding verstehen zu können. Was bist du? fragte Colin und wagte einen Blick über die graue Legierung. Du sprichst, fragte das Alien ebenso scheu über den Rand blickend. Ist doch wohl logisch, ich bin ein Weltraummann. Was ist ein Weltraummann? Halte es in Collins Kopf. Der Mund des Wesens spuckte jedoch völlig andere Töne aus. Einen zögerlichen Schritt trat es aus der Deckung der Kapsel. Naja, auch Colin trat einen Schritt zurück und sah an sich herunter. Er trug eine lockere Jeans und ein viel zu großes Shirt, mit dem er unbewusst den, für sein Alter, viel zu umfangreichen Bauch verbarg. Einen Einzelteile zerlegtes Mikroskop war darauf abgebildet. An seinen Füßen befanden sich Pumpschuhe, die sich an jede Situation anpassen konnten. Tatsächlich war das keine Kleidung, die ein Astronaut trug, was auch daran lag, dass Colin weder im Weltraum noch ganz Mann war. Vorsichtig umrundete er das hässliche Wesen, welches seinen schlagsigen und schuppigen Körper in einen engen, orangenfarbenen Anzug gesteckt hatte. Es hatte vielmehr von einer Uniform, wie man sie auf Schiffen trug. Bist du denn keiner? fragte er. Die horngleichen Wulster auf dem Kopf des Fremden hoben und senkten sich wie zu einer Antwort. Was bedeutet das? Halte es in Collins Geist. Du kennst keinen Weltraum? entgegnete er verblüfft. Aber eure Schiffe haben unseres doch angegriffen. Das Wesen verengte auf absurde Weise seine Augen und der hornendliche Hügel auf seinem Kopf bebte erneut. Angriff? Bist du denn ein Menz? Angesichts dieser Frage runzelte Colin seine flache Stirn. Ein Mensch, ja, sieht man das nicht? Ich habe noch keinen gesehen, gab das Alien zu. Aber wir verteidigen uns gegen den Menzen. Hä? Ihr habt uns angegriffen, rief er wiederholt aus, als wäre dieses Wesen allein dafür verantwortlich. Abermals stutzte das Wesen, ehe es den Satz, so etwas tun wir nicht, in Collins Kopf projizierte, der diesen nicht ganz zuordnen konnte. Beide sahen sich an. Das Alien schien nachzudenken, so auch Colin. War im Krieg die Wahrnehmung so subjektiv? Zugegeben, Colin besaß kein belegtes Wissen darüber, was tatsächlich und genau auf der Manhattan vorgefallen war. Er wusste nur, dass das Flaggschiff der Space Force, welches er und seine Klasse im Rahmen eines Schulausflugs besichtigen durften, von einem plötzlichen Notfall erfasst worden war. In einer hektischen Aktion versuchte man zuerst, alle Zivilisten in mehrere Shuttles zu stopfen und auf Ganymede landen zu lassen, da sich die Manhattan derzeit in seinem Orbit befand. Mr. Autumn, Collins Klassenlehrer, protestierte vergeblich und wurde einfach zu seinen Schülern in eines der Shuttles buxiert, welches sofort startete. Draußen sah Colin noch, wie die Manhattan ihren Quantenantrieb aktivierte. Das nächste Bild in seinem Kopf waren der verzerrte Raum um ihn herum und die Trümmer mehrerer Schiffe im Orbit eines fremden Planeten, der Augenblicke zuvor noch nicht da gewesen war. Die Trümmer gehörten zu Erdenschiffen, das war eindeutig zu erkennen, denn die Angreifer, kleine wendige und schalenförmige Schiffchen, formierten sich gerade zu einem koordinierten Angriffsmanöver. Wir sind hierher gekommen und wurden direkt angegriffen, von einer ganzen Flotte an Schiffen. Das hatten er und alle anderen Schüler noch gesehen, ehe sie wieder in die Manhattan einflogen. Das fremde Wesen wippte mit seinem Kopf und den Auswuchtungen seines Kopfes. Vor drei Blen seid ihr angekommen, mit vielen Schiffen. Die ihr einfach angegriffen habt, rechtfertigte sich Colin. Ich lebe bereits mein ganzes Leben hier, erklärte die fremde Lebensform. Colin hielt inne. Was? Damit hatte er nicht gerechnet. Dort, das Wesen deutete in eine Richtung, die für Colin von der Kapsel verborgen war. Er trat herum und erkannte durch den grauen Niesel eine spitze Formation. Es war jedoch kein Hügel in der Ferne, sondern ein Haus. Wie eine abgeflachte Pyramide von kleineren ähnlichen geformten Gebäuden umgeben, stand dort hinten eingezäunt dieses einsame Haus. Beim genauen Hinsehen konnte Colin mehrere solcher Bauten ausmachen. Aber! Colin wusste nur so viel, dass dieser Planet wie viele andere für eine Kolonie vorgesehen war, da er für Menschen idealste Bedingungen mitbrachte, was im bekannten Weltall leider äußerst selten war. Nun schien es jedoch, dass die Menschen nicht die Ersten waren, die diese Welt beanspruchten. Hier wurde ich geboren, festigte das fremde Wesen seine Aussage. Colin sah ihn an, blickte auf die Kapsel und zurück auf das Haus am Horizont. Was stimmte hier nicht? Auf der Erde hieß es immer, dass Aliens die Menschen angriffen und man sich stetig verteidigen müsse. Immer und überall. Zuletzt war diese Aussage während der Führung durch den zweiten Offizier der Manhattan getroffen wurden, ironischerweise nur wenige Minuten, ehe das Notsignal das Schiff in Alarmbereitschaft versetzt hatte, die Führung abgebrochen und die Schüler in die Shuttles geschafft worden waren, welche offensichtlich in der Hektik des Notstags im Quantensog mitgerissen wurden. Bei Ankunft an der Zielkoordinate verging eines der kleinen Beibote sofort in einem gleißenden Feuerball. Zehn seiner Mitschüler starben augenblicklich. Die übrigen beiden Shuttles fanden über Umwege ihren Weg zurück in den schützenden Rumpf des Flaggschiffs, welches dabei war, einen ihm unbekannten Planeten zu verteidigen. Der bis gerade eben noch rein theoretische Krieg war plötzlich real geworden. Die Manhattan vibrierte unter jedem Treffer, den sie einstecken musste. Wie das Donnern eines Gewitters schlug die feindliche Waffengewalt auf den Panzerplatten des Schiffes ein. Zwischen all dem lotsten mehrere Mannschaftsmitglieder Colin und seine Klassenkameraden in die Rettungskapseln, trennten Freunde und Bekannte, um sie zu ihrer eigenen Sicherheit in die Konserven zu pressen. Es wurde versprochen, dass die Kapseln gewiss nicht gestartet würden. Sicher sei jedoch sicher. Von seiner durch die Situation gereizten Blase traktiert und von realer Angst umgeben, hockte Colin eine nahezu unendliche Zeit in einem von drei Sitzen. Völlig allein. Er zuckte vor Schreck bei jedem Donner und quiekte bei jeder größeren Erschütterung, bis es plötzlich still wurde. Eine Minute. Zwei Minuten. Selbst nach drei Minuten tat sich nichts. Der vage Hoffnungsschimmer, dass alles nun vorbei sei, wurde von einem Techniker zerstört, der die Kapsel aufriss und zu Colin stieg, anstatt ihn zu befreien. Der junge Mann, keine zehn Jahre älter und mit einer Wunde am Kopf, sprach kein Wort. Stattdessen verriegelte er die Kapsel, fuhr Binnensekunden die Systeme hoch, sah auf die Ladebalken der Antriebstanks und initialisierte den Start, der ihn kräftig in den Sitz drückte. Durch das kleine Fenster in der Tür konnte Colin erkennen, dass seine Kapsel nicht die einzige war, welche gestartet wurde und sich mit hoher Beschleunigung von dem abdriftenden und brennenden Wrack der Manhattan entfernte. Wo bin ich hier? Sind noch andere Kapseln in der Nähe runtergekommen? Das hier ist Firdars, erklärte das Wesen in dem orangenen Anzug und deutete auf die Kapsel. Zu seinen Klickgeräuschen, die tatsächlich aus seinem langen Hals drangen, bewegte sich sein Gesicht in verschiedenen Ausdrucksformen, die ein Muster erkennen ließen. Ich wollte nachsehen, weshalb hier plötzlich ein Sperrgebiet entstanden ist, erklang die Übersetzung der fremden Worte in seinem Kopf. Colin sah sich um. Sperrgebiet? Im Satellitensystem. Der schuppige Bewohner dieser Welt regte wieder sein unförmiges, von vielen kleinen Stacheln, Schuppen und Flechten geschmücktes Gesicht. Auf eine fremdartig faszinierende Art war es schön anzusehen, wie ein besonderer Stein, eine außergewöhnliche Wurzel oder eine Koralle. Colin aber fehlte der Nerv, sich damit zu befassen. Ihr habt hier Netz? Was meinst du, war die Gegenfrage des Fremden. Computerverbindung, Satellitennetzwerk, erklärte er. Nun schien das Wesen zu verstehen. Ja, unser Heimsystem ist mit dem Satellitennetz verbunden. Seine schuppige Hand, knöchern und mit spitzen Klauen versehen, deutete abermals zu den kleinen Häusern am Horizont. Ich muss mir dieses Sperrgebiet ansehen, forderte Colin beinahe ruppig. Seine Gedanken, die dank des Implantats an den Fremden übertragen wurden, enthielten jedoch keine Betonung, sodass sein Fehlgriff im Ton unbemerkt blieb. Dennoch ermahnte sich Colin ein wenig. Schon in der Schule hatten ihn seine stürmische Art und Weise nicht weitergebracht. Im Gegenteil. Er selbst bemerkte bereits, dass seine Stimmung mit jedem Jahr mehr schwankte. Verdammte Pubertät. Das Gesicht des Fremden verzog sich wieder mit den verengten Knopfaugen. Sein schlachsiger Körper setzte sich in Bewegung, wobei seine ungewöhnlich breiten Füße dumpf auf dem feuchten Boden aufschlugen. Colin sah ihm schweigend nach, fragte sich, ob er es nun doch versaut hatte. Das fremdartige Wesen trug auf seinem Rücken einer Art flexiblen Panzer, einer Kakerlake gleich, die seitlich jedoch flossenähnelte. Vom Hals an den gesamten Rücken abdeckend führte dieser Panzer in schalenförmiger Anordnung zu einem spitzen Ende, das er nur als den Schwanz eines Krebses interpretieren konnte. Die knöchernden Ansätze, die schlagsigen Gliedmaßen, die auswüchsam Hinterkopf, all dies ließ darauf schließen, dass sich diese Spezies tatsächlich aus krebsähnlichen Tieren entwickelt hatte. Dennoch schienen sie empfindungsfähig. »Bitte«, rief Colin ihm nach, um seinen eben falsch gewählten Ton ein wenig Unterwürfigkeit beizumischen. Der schuppige Außerirdische stieg in sein weißes Gefährt und aktivierte die aufheulenden Triebwerke. »Komm!« Mit einer für Menschen ungelenkten Bewegung deutete er auf die runde Sitzgelegenheit, um die herum das Fahrzeug konstruiert worden schienen. Am Farmhaus angekommen, steuerte das Krebswesen sein kleines Fahrzeug in einen Nebenbau, den Colin aufgrund seiner schlichten Bauweise als Scheune verstand, auch wenn sich die Konstruktion irdischer Scheunen völlig anders darstellte. Sechs Seiten, jeweils aufeinander zulaufend, stützten ein pyramidenähnliches Dach mit mehreren verschlossenen Luftschächten. Balkenstreben oder Pfeiler waren nicht auszumachen. Auch das Material, aus dem dieses Gebäude gefertigt war, konnte er nicht identifizieren. »Bleib hier«, erklärte der Fremde und deaktivierte das Fahrzeug. »Meine Eltern mögen euch Angreifer nicht sonderlich.« »Eltern?« Colin weitete seine Augen. »War dieses hässliche Krebsding etwa noch ein Kind?« Noch drängender beschäftigte ihn allerdings die Frage, wieso es noch immer darauf bestand, ihn als Angreifer zu sehen, aber dennoch Hilfe anbot. Ehe er seine Fragen in klare Gedanken formen konnte, war das Wesen schon durch das Haupttor verschwunden. Endlose Minuten lang stand Colin ans Fahrzeug gelehnt und sah sich in der Scheune um. An der Wand lehnend befanden sich zwei merklich kleinere Ausführungen des Fahrzeugs, welches ihn hierher gebracht hatte. Dieses Gebäude schien Garage und Scheune in einem zu sein, mit Bezug zu einem Lagerraum. In jeder erdenklichen Ecke standen runde, offene Behälter oder gestapelte, wabenförmige Kisten, die sich formgenau in das sechskantige Gebäude einfügten, dazwischen Gerätschaften, kaum anders als Colin sie von der Erde kannte. Er konnte einen Pflug erkennen, Äxte, Hämmer und einige Metallplatten. Natürlich gab es auch Werkzeuge, die er noch nie gesehen hatte und von denen er sich beim besten Willen nicht erklären konnte, wozu diese gut waren. Besonders faszinierend war ein rundes Ding, das Ähnlichkeit mit einer Regentonne hatte, nur dass bei diesem an allen Seiten mehrere Griffe angebracht und der obere Teil eine mit mehreren Schaltern ausgestattete Mechanik war. Nach unten hin wurde der Apparat breiter und trug eine ähnliche Vorrichtung wie das Fahrzeug, das der Fremde zuvor genutzt hatte. Colin hätte sich auch noch gern die anderen fremdartigen Geräte angesehen, denn so sehr die irdische Propaganda gegen Außerirdische lief, so fasziniert war er auch von alledem. Allerdings zog das schrille Getöse von Triebwerken seinen Fokus auf die breite Tür nach draußen. Ehe aber Colin seine neugierigen Augen hinauslenken konnte, um sich die Ursache dieser Triebwerksgeräusche anzusehen, stieß das Krebsalien gegen die Tür. Obwohl dieses optisch nur ein Bruchteil des Gewichts besaß, mit welchem sich Colin abmühen musste, war es ihm ein leichtes, den gut genährten Jungen zurückzudringen. Versteck dich, schnell, halte es in Collins Gehirn. Was? sandte er aus. Da sind Wacheinheiten, du musst dich verbergen. Colin sah an dem Außerirdischen vorbei und erkannte trotz des noch immer anhaltenden Nieselregens ein kleines wie das Blatt eines Baumes gebogenes Schiff, welches nahe der Stelle schwebte, an der seine Kapsel aufgeschlagen war. Wacheinheiten, wiederholte er gedanklich und wich zurück. Das Alien schlüpfte in die Scheune und verdeckte Colin den Blick nach draußen. Was tun die? fragte Colin und sah einmal links und einmal rechts an dem Alien vorbei. Die Frage beantwortete sich selbst, als das Schiff ein blaues Licht aktivierte und die Kapsel damit bestrahlte. Säubern, sagte der Fremde und schloss das Tor endgültig. Warum auch immer musste Colin nun an diese alten, teils verbotenen Filme aus den Mediatheken denken, in denen Kinder oder Familien Aliens in ihr irdisches Heim aufnahmen und diese vor allen anderen versteckten, insbesondere einer bösen Regierung. Nur wirkte es in den Filmen und Serien immer irgendwie sauber, freundlich und einfach, selbst wenn eine tragische Geschichte erzählt wurde. Dieses kleine Schiff dort draußen brachte in Colin unbewusst den Gedanken hervor, womöglich die Erde nie wiederzusehen. Auch wenn es in den eben getriggerten Filmen schlussendlich immer gut ausging, blieben sie Fiktion, denn das wahre Leben bot in der Regel keine guten Ausgänge. Das fremde Wesen schob Colin sanft aber bestimmt weiter in die Scheune hinein und nahm aus seiner Tasche eine graue, flache Platte. Es hob diese auf Brusthöhe und berührte sie mit einem Fingertipp in der Mitte. Mehrere Symbole, passend zueinander angereiht, erglommen auf der matten Oberfläche. Mit einer kleinen Geste übergab er das Gerät an Colin. Damit kannst du dich verbinden, sei aber vorsichtig. Es gehörte meinem Großvater. Es gibt keine Naurücks auf Hirdars. Colin nahm es entgegen. Ich mach's schon nicht kaputt. Er sah auf die Symbole und versuchte vergeblich etwas zu erkennen, das ihm vertraut vorkam. Wie geht das? Das Alien streckte seine knöcherne Hand aus und berührte eines der Symbole. Sofort erschien ein Holofeld über dem Gerät. Das Alien wählte noch zwei Tasten und kurz darauf erklang eine Audioausgabe, welche die Felder verbal erklärte. So sollte es gehen. Ja, Colin war zufrieden, wenn auch nicht ganz. Das Naurück ist eigentlich für Wiokeet, aber es hat auch eine Systemverbindung, wie du sie brauchst. Was auch immer, antwortete Colin und versuchte mehrere Tastenfelder, um sich zurecht zu finden. Du bist also ein Soldat, fragte das Wesen. Colin stutzte und sah auf. Nein, wie kommst du darauf? Ich bin Schüler. Das fremde Wesen machte ein Knackgeräusch direkt in seinem Hals. Ich auch. Die Seiten seines Gesichts blähten sich ein wenig. Danach möchte ich ein Wiokeet werden. Hm, okay, nahm Colin diese Information achtlos hin und wählte die Symbole für der Satelliten, die ihm die Sprachausgabe empfahl. Daraufhin versuchte er, in einer zweiten Holo-Ebene eine Übersichtskarte der lokalen Region anzeigen zu lassen. Wiokeet ist Kunst, erklärte das Krebs-Alien weiter. Weißt du denn, was Kunst ist? Colin nickte abwesend. Ja, sicher. Trotz der Audioausgabe, die Colin verständlich erklärte, welche Funktion sich unter welchem Indikator befand, kam er einfach nicht zurecht. Wie komme ich in die Systemübersicht aller Funktionen? Wonach genau suchst du? Wo ich bin, eine Regionsübersicht. Ich will sehen, wie ich hier wegkomme und ob irgendwo noch andere sind. Andere, fragte das Krebs-Alien mit einem Knacken in seinem Hals. Colin nickte nur. Meine Leute. Mensen. Wir heißen Men-Schen. Men-Schen, sprach das Wesen unbedacht nach, da es dieses Wort nicht zu kennen schien. Seine Stimmbänder lösten auf dem Naurig daraufhin eine Suchanfrage aus. Binnen Sekunden baute sich eine dritte Ebene auf und zeigte die Darstellung der Erde. Was ist das denn? fragte sich Colin und ließ sich einen Text vergrößern. Deine Heimatwelt, erklärte das krebsartige Wesen. Ja, das sehe ich auch. Aber warum ist das hier drauf? Es ist Geschichte. Die Entdeckung eurer Welt war damals für Plado unerwartet kritisch. Kritisch? Darin interessiert, wählte Colin den Text und ließ ihn sich vom Computersystem vorlesen. Der Eintrag in der Datei war auffällig kurz, fast so, als wäre seine Heimat ein unbedeutender Klumpen Dreck. Etwas überraschend erkannte Colin, dass die Erde laut der vorgetragenen Informationen bereits vor etlichen Jahren durch die Plado entdeckt worden war. Das Wort Plado war auffällig, da es dazu keine Übersetzung gab. Sichtlich erleichtert, dass auch diese Lebewesen eine ähnlich strukturierte Bibliothek unterhielten wie Menschen, wählte er auf der Holoebene den angebotenen Querverweis zu diesem Wort. Plado bedeutete laut des Bibliothekseintrags jedoch nicht mehr als Lebewesen bzw. etwas Lebendiges. So gesehen war auch Colin ein solcher. Dennoch schien sich diese Spezies so zu nennen. Im Grunde war es nicht verkehrt, da der Name Erde auch kein richtiger Name war, wie ihn andere Planeten trugen. Laut dieses Artikels waren die Plado schon seit vielen Generationen im All unterwegs und ebenso lange auf der Suche nach kolonisierbaren Welten, in deren Kategorie ebenfalls die Erde gehörte. Eine Liste an neuen Querverweisen führte Colin zurück zum Artikel über die Menschen, den er sich ebenfalls vorlesen ließ. Der Zeitpunkt, an dem die Erde entdeckt worden war, war für ihn nicht zu verstehen. Es war eine fremdartige Kette von Wörtern und offensichtlichen Zahlen aus Punkten und Strichen. Viel interessanter war für Colin, dass die Erkunder nicht erwartet hatten, auf der Erde eine Zivilisation vorzufinden und kurz nach der Meldung der Kontakt mit dem Schiff abbrach. Drei weitere, jedoch unbemannte Erkunder wurden benötigt, ehe sicher gesagt werden konnte, dass die Bewohner dieses Planeten alles und jeden sofort vernichteten, was sich ihrer Welt näherte. Colin war nicht einverstanden mit dieser Darstellung. Wir schützen uns, dazu gibt's hier draußen jeden Grund. Das Krebswesen bewegte seine weichen Hörner auf seinem Schädel. Wir kennen keine solchen Gründe, übertrug es seine Gedanken in Collins Kopf. Mit Ausnahme der Mensen natürlich, fügte es hinzu, und das mittlere Horn auf seinem Kopf wuchs etwas an. Colin schüttelte abwehrend den Kopf und deaktivierte die Holo-Ebene, die den Artikel über die Menschen darstellte. Das ist doch Blödsinn! Er klopfte leicht aggressiv auf das Naurig, was sein Gegenüber mit einem flatternden Klackern aus seinem Hals bemerkte. Ich brauch noch immer eine Übersicht der Region, polterte er, das offensichtlich ermahnende Geräusch ignorierend. Versucht das hier! Mit seinen feinen Krallen wählte das Wesen einige Indikatoren und ließ nun eine Karte über dem Naurig entstehen, in der Mitte die Geräteposition anzeigend. Mit seinen Fingern zog der Außerirdische die Karte breiter und verkleinerte zusätzlich die Darstellung. Auffällig waren mehrere schwarze Felder, die unregelmäßig die Karte sprengelten. Eines dieser Felder lag direkt neben dem Standort des Gerätes. Colin wählte eines davon an und erhielt nur ein gelbes Aufblitzen als Reaktion auf der Holo-Ebene. Was bedeutet das da? Diese sind Sperrzonen, erklärte das Alien. Warum? Dort hat die Planetenregierung Einschläge registriert. An diesen Stellen sind Trümmer oder anderes aus dem All abgestürzt. Colin hob seine Augenbrauen. Also weitere Kapseln? Sehr wahrscheinlich. Was passiert mit denen? Das Horn des Fremden zuckte wieder. Man wird sie wohl einsammeln. Die Wacheinheiten sind schon dabei. Sein Arm deutete zur Tür, in deren Richtung die Kapsel lag, in der Colin diese Welt erreicht hatte. Und wie viele sind es? Colin griff in das Hologramm und stanzte es zusammen wie zuvor der Fremde, damit das Gerät einen noch größeren Ausschnitt darstellen konnte. Dutzende Sperrzonen offenbarten sich, als sich plötzlich ein deutlich größerer schwarzer Fleck nahe der Berge in das dargestellte Feld schob. Anders als bei den anderen gab es eine deutlich aggressivere Warnung, die jeden aufforderte dringend diesen Bereich zu meiden. Dem Naurück fehlte bei der Sprachausgabe jedoch die Betonung. Was zur... Colin verstand erst nicht, was dort unter der schwarzen Fläche verborgen war. Auch das Heranzoomen brachte keine Erkenntnis. Die erkennbare Schneise am Boden jedoch sprach Bände. Verdammte Scheiße! Die Manhattan ist ebenfalls runtergekommen. Er sah das Krebsalien an. Wo ist das? Daraufhin zoomte der Fremde die Karte noch weiter hinaus, bis ihr Standort und die Absturzstelle des Schiffs wieder zeitgleich dargestellt werden konnten. Ich muss da hin! Colin berührte den schwarzen Fleck. Ist das weit? Das Außerirdische sah auf das Hologramm und ließ sich mehrere Symbole anzeigen. Das ist selbst mit dem Fahrzeug meines Vaters mehrere Poeg weit entfernt. Colin runzelte die Stirn. Ist das eine Entfernungsangabe? Planetenrotation, erklärte das Alien mit der Bewegung seiner Hörner und seiner Hände. Colin verstand. Tage! Entschlossen ballte er die Fäuste. Ich muss da hin! Irgendwie! Er griff wieder in die Darstellung. Kannst du eine genaue Koordinate feststellen? Der Außerirdische justierte an einigen Einstellungen. Wenn ich eine freie Satellitenverbindung nutze, könnte ich sogar die Sperrgrafik... Warte! rief Colin plötzlich und griff den Fremden unbedacht an seiner Art von Schultergelenk. Da war etwas! Er fasste sich an sein Ohr, in dem sich eine seiner Implantatserweiterungen befand. Ich scheine mit dem Satelliten zu kommunizieren! Das ist unmöglich, meinte der Fremde, schien aber Collins Aussage zu überprüfen. Dennoch wird hier tatsächlich ein Signal weitergeleitet, erkannte er. Nicht irgendeins, begriff Colin und sein bis ebenso trübes Gesicht hält er sich auf, nachdem er die Identifikation zweimal hatte prüfen lassen. Es ist Simon! Ein breites Grinsen schob sich über seine leicht geröteten Wangen und es spielten Furchen um seine flache Nase. Sie leben! Simon hat überlebt! Was ist Simon? fragte das Alien. Colin fuhr sich durch die strubbeligen Haare. Nicht was! Er ist mein bester Freund! 2. Der helle Ton, welcher aus dem Implantat in seinem Innenohr drang, ließ Simon Cordace sein verzweifeltes Gesicht aus den Händen reißen. Unsicher, wer in seiner Umgebung ihn antickte, rieb er sich die verweinten Augen aus und blickte um sich. Die Reichweite der implantierten Kommunikatoren war stark beschränkt. Schließlich waren sie nur ein einfaches Upgrade auf die Implantate, die seine Quanten-DNA stabilisierten. Zudem musste er dem Zugang zustimmen, nur gab es niemanden in den Resten dieses Schiffes, dem dies erlaubt war. Des Weiteren gab es hier auch niemanden, der Zeit für ein privates Gespräch zu haben schien. Die wenigen Besatzungsmitglieder, welche vom Tod verschont geblieben waren, eilten umher, bekämpften Feuer, sicherten berstende Leitungen, führten Notreparaturen durch und schafften Leichen fort. Simon tat nichts davon. Er drückte sich gehockt in die Ecke eines Korridors nahe eines ausgebrannten Lifts. Hier war er nicht im Weg. Das Einzige, was er tun konnte. Allein die Schräglage des Schiffes erschwerte das Vorankommen und die Arbeit der Mannschaft. Niemand, der hier ums Überleben kämpfenden, konnte einen 15-Jährigen gebrauchen, der schon Mühe hatte, sein eigenes Körpergewicht zu tragen. In den ersten Minuten nach dem Aufschlag des Schiffs versuchte Simon, Anschluss an einige Klassenkameraden zu finden, da das Computersystem seiner Rettungskapsel ihm geraten hatte, nach Hilfe zu suchen. Erfolglos. Keiner aus der Mannschaft nahm sich Zeit für ihn. Auch konnte er keine bekannten Gesichter ausfindig machen und entschied, wenn auch widerspenstig, der einzige Überlebende seiner Klasse zu sein. Bis jetzt. Sich ein Stück weiter in den ausgebrannten Lift schiebend nahm er das Gespräch an. Wer ist da? Simon, Simon, kannst du mich hören? Colin? Er sah sich erneut um. Wo bist du? Irgendwo auf dem Planeten. Einer von der Crew hat meine Kapsel gestartet. Was? Simons Gedanken kreisten darum, dass es sich um ein Scherz handeln musste. Irgendwo auf dem Planeten? Aber es war vollkommen unmöglich, eine Verbindung auf solche Entfernung herzustellen. Er sah hinauf zum verschmorten Kontrolldisplay am Lift. Zuckend blitzen die Steuerungsindikatoren auf und erloschen wieder, nur um diesen Kreis zu wiederholen. Der Computer des Schiffs war offensichtlich intakt und regenerierte sich wahrscheinlich bereits, weshalb womöglich der Kontakt zu einem außerirdischen Satellitennetzwerk aufgenommen wurde. Es konnte nur so sein, entschied Simon. Schließlich bestanden die Manhattan und auch alle anderen Schiffe der irdischen Flotte aus außerirdischer Technik, die man einst geborgen hatte. Keine drei Stunden war es her, als der zweite Offizier des Schiffes in seinem Vortrag an die Klasse erklärt hatte, dass die Menschheit lange geglaubt hatte, dass man es nie bemerken würde, wenn Aliens die Erde besuchten. Man setzte einfach voraus, dass diese in winzigen Untertassen vorbeikommen würden, die kaum größer als Pkw wären. Erst im Jahre 2144 begriff die Weltbevölkerung, dass man es sehr wohl bemerkte, wenn ein fremdes Raumschiff die Erde erreichte. Damals schlug inmitten Nordamerikas ein Schiff ein und jeder Mensch rund um den Globus wurde Zeuge dieses historischen Ereignisses, schon allein, weil jede einzelne der zwölf Antriebsspulen des Schiffes weit größer war als jeder Pkw, der jemals gebaut worden war. Der eigentliche Schock war jedoch die Tatsache, dass trotz aller Überwachung, Weltraumarbeit, Mondkolonien und Satelliten nichts und niemand das Eindringen des fremden Schiffes in das Sonnensystem bemerkt, registriert oder aufgezeichnet hatte. Die Menschen zu jener Zeit reagierten in ihrer Panik mit dem einzigen Mittel, das ihnen zur Verfügung stand, und schufen den Lake Safety. Die erste Atomrakete steckte das Schiff weg wie nichts, auch die zweite. Vier Raketen wurden gebraucht, um das fremde Schiff zu zerlegen und einen Krater zu verursachen, der die Dimension einer Großstadt einnahm. Dieses Loch geschmolzenen Sandes füllte man mit Wasser und erklärte es lange Zeit zum Sperrgebiet. Der zweite Offizier der Manhattan zeigte der besuchenden Klasse verschiedene Holographien aus der Zeit und auch 40 Jahre nach diesem Ereignis, erklärte anschließend, wie das Wrack geborgen und die Technologie analysiert worden war, bis man in der Lage war, Schiffe wie die Manhattan zu konstruieren. Jedes je gebaute Exemplar unter menschlicher Kontrolle übertraf die Größe des Schiffes, welches den Lake Safety verschuldet hatte. Denn die Menschheit fürchtete die Macht, die im Unbekannten hinter den Grenzen ihres Sonnenlichts lauerte, und bereitete sich seit jenem Tag auf ihre Wiederkehr vor, auch wenn bis heute niemals wieder ein fremdes Schiff nahe der Erde gesehen worden war. Colin und Simon hingegen kannten die ganze Geschichte und wussten ganz genau, welche Dinge der zweite Offizier ausgelassen hatte. Der wahre Anstoß für die Reaktion im Jahre 2144 war eine Aufnahme des neuen Test-Teleskops gewesen. Bereits 2089 entdeckten NASA-Wissenschaftler ein fremdes Schiff, weit draußen und Lichtjahre von der Erde entfernt und von einem solch gewaltigen Ausmaß, dass es von einem Teleskop zur Detektion von Exoplaneten bemerkt wurde. Angesichts solcher Mächte wollte man auf alles vorbereitet sein. Hier ergibt es ein Satellitennetz, erklärte Collins' Stimme. Simon nickte ungesehen. Und das kommuniziert auch mit den Schiffssystemen, logisch. Er beendete Collins' Satz, als würden beide Jungen ihre Gedanken tauschen. Ganz abwegig war dies nicht, denn in ihrem Denken, Fühlen und Verarbeiten von Eindrücken glichen sie sich wie Zwillinge. Ihre seelische Verbindung war mehr als das Quantengehen und die Implantate. Gemeinsame Interessen, Geschmäcker und die Tatsache, sich von der Gesellschaft ausgegrenzt zu fühlen, ließen zwischen beiden eine Freundschaft entstehen, wie man sie nur sehr selten fand. Ja, genau, bestätigte Colin dennoch. Bist du dort denn sicher, wo du bist? sorgte sich Simon angesichts der Vorstellung, dass sein bester Freund irgendwo auf dem Planeten war. Es geht mir gut, versicherte Colin. Ich komme hier nur nicht weg. Okay, bleib, wo du bist, ich kümmere mich. Du? Was hast du denn vor? Simon sah aus dem Lift heraus. Das weiß ich noch nicht, aber ich lasse dich nicht allein. Haben die keine Shuttles mehr? Simon sah den Gang hinunter, indem gerade drei Männer einen vierten entlang trugen. Glaube ich nicht, das Schiff ist Schrott. Viele haben überlebt, aber die meisten sind verletzt. Ich versuche, einen Offizier zu finden. Okay, beeil dich, bat Colin. Mach ich, bis gleich. Damit deaktivierte Simon die Verbindung, raffte sich auf, trat aus der Kabine in den Korridor und versuchte, sich zu orientieren. Die Führung seiner Klasse beinhaltete zwar nicht die Kommandobrücken, sehr wohl aber einen detaillierten Konstruktionsplan, welchen er noch sehr gut in Erinnerung hatte. Mehrere Leitern führten ersatzweise zum Liftsystem in die verschiedenen Ebenen. Gleich zwei Stufen nahm er auf dem Weg nach oben, da die Schräglage des Schiffes dies sogar förderte. Das Chaos, die flackernden Lichter und umherlaufenden Mannschaften waren im zweiten Deck noch größer als im unteren. Rauch und offene Bruchstellen durch die Tageslicht die verschmorten Teilbereiche noch deutlicher machte. Simon, ein für sein alter, viel zu schmächtiger und kleiner Junge, war zu unscheinbar, um jemandem aufzufallen. Sein dunkler Jumpsuit und das schulterlange ebenso schwarze Haar halfen ihm ebenfalls dabei, in seiner Bewegung unauffällig zu bleiben. Nur wenige Schritte den schiefen Korridor hinunter befand sich bereits die Kommandozentrale. Schon von da, aufgrund der Tatsache, dass alle Shots offen standen, konnte Simon eine lautstarke Diskussion zwischen den dort versammelten Offizieren verfolgen. Nun reden Sie schon, wie viele, erklang eine heisere, aber gewaltige Frauenstimme. Ma'am, anhand der wenigen Daten und der daraus resultierenden Hochrechnungen müssen wir von mehr als 300.000 ausgehen, antwortete eine beunruhigte Männerstimme. Simon drückte sich an die Wand und sah in die Zentrale, die nicht weniger chaotisch war. Ausgebrannte Terminals, nur fünf Offiziere an den Stationen ein halbes Dutzend Techniker, die notdürftige Reparaturen durchführten. Zwei Offiziere standen sich nahe des Kommandosessels gegenüber. 300.000, wiederholte eine blonde Frau mittleren Alters in blau-weißer Uniform, stehend für Stab und Führung. Durch ihren Lieutenantrang bekleidete sie hier offensichtlich die höchste Position. Die haben den Planeten nicht nur besetzt, sie müssen ihn förmlich überrannt haben. Ein kräftiger Unteroffizier mit blutverschmierter Uniform in weißgrauer Färbung öffnete eine holographische Darstellung, die den Planeten mit dutzenden Punkten zeigte. Und das nicht erst seit heute, Ma'am. Da sie unsere Kolonieschiffe direkt bei der Ankunft zerlegt haben und angesichts ihrer zwar technisch unterlegenen Kultur, jedoch zahlenmäßig haushohen Überlegenheiten, müssen wir davon ausgehen, dass sie unsere Ankunft erwartet haben. Ein anderer Offizier, in blau-weiß und deutlich älter, schüttelte resigniert seinen Kopf. Wie sollen die uns erwartet haben? Funkelnd sah die blonde Offizierin den älteren Mann an, der unvermindert fortfuhr. Die waren schon länger her, Gouges, mit einer Flotte, die unser verdammtes Flaggschiff zerstören konnte. Und wir haben sie zerstört, erklärte ein junger Mann im Range eines Ensins. Bis auf das letzte Schiff, Ma'am. Der Lieutenant wandte sich dem jungen Mann zu und nickte anerkennt. Und das wird gewürdigt, Robespierre. Sie haben heute viele Ärsche gerettet. Der junge Mann mit auffällig kurzen Haaren und einem gut trainierten Körperbau schüttelte entschieden den Kopf. Manuel hat mir geholfen, Ma'am. Ohne ihn wäre ich in dieser Torpedorampe verreckt. Wird alles berücksichtigt, Ensinn, nur nicht jetzt. Die amtierende Kommandantin sah auf einen der flackernden Bildschirme. Pionell, wann haben wir wieder Sensoren? Wird dauern, Ma'am, antwortete die an der Station sitzende Frau. Simon trat noch einen Schritt vor, berührte mit seinem Fuß bereits die Deckplatte der Hauptbrücke. Machen Sie schneller, Sie alle, unser Zeitvorteil verrinnt, rief die Befehlshabende in das um sie herrschende Chaos ihrer kleinen Crew. Diese Landung hat niemandem das Leben gerettet, sondern nur unseren Tod verzögert. Ja, Ma'am. Gojess rief zur anderen Seite der Kommandozentrale. Kommunikation? Wie schaut's aus? Noch immer nur in Teilbereichen, einzig intern. Allerdings habe ich hier freie Hotspots außerhalb unseres Schiffes. Es könnte sich dabei um Feindsatelliten handeln. Blocken, rief sie und stürzte förmlich an die Kommunikationskontrolle. Wenn die uns orten. Keine Sorge, Ma'am, beruhigte sie der Ensinn. Es sind passive Systeme, offenbar sowas wie unser Internet, rein zur Signalweiterleitung gedacht. Gut. Der Lieutenant strich sich die halblangen Haare in den Nacken. Gut, gut, aber ansprechen werden wir sie nicht. Verhalten wir uns so still wie nur irgend möglich. Ja, Ma'am. Der Ensinn setzte einen Warnhinweis in die Datenbank, als er aus den Augenwinkeln Simon entdeckte. Erst verwundert, dann genervt sah er den Jungen mit den dunklen Haaren an. Zivilisten haben hier keinen Zutritt. Alle Köpfe wandten sich Simon zu. Raus hier, bellte Gouges. Da draußen ist eine Kapsel, Colin, versuchte Simon. Ich sagte raus, fuhr ihn die blonde Frau in der weiß-blauen Uniform an. Da draußen sind Dutzende von Kapseln, aber diese Feiglinge werden alle warten müssen. Kurz überflog sie die übrigen Mitglieder ihres Stabes und warf anschließend dem jungen Uniformierten einen Blick zu. Robespierre, schaffen Sie dieses Kind zu den anderen? Ja, Ma'am. Der Ensinn löste sich von der Konsole und trat Simon entgegen. Abmarsch! Die kräftige Gestalt mitsamt Auftreten und Erscheinung flößte Simon einen gewaltigen Schub an Respekt ein, ließ ihn sein Vorhaben jedoch nicht vergessen. Colin ist da draußen, rief er ungehört dem Ensinn entgegen. Kaum dass der Ensinn den Störenfried entfernt hatte, schlug Lieutenant Lena Gorges auf eines der Verkleidungsstücke. Diese Scheißkinder! Ihr Blick galt dem älteren Offizier, der als einziger auf ihren Ausbruch reagiert hatte. Was? fragte sie. Die tragen an dem ganzen Schlamassel die Schuld. Ihr Gesicht bebte förmlich vor Zorn. Dass das Flaggschiff regelmäßig für Besichtigungen bereitstand, war nichts Neues. Neu war, dass durch die Eile in der Navigation die Shuttles mit den Zivilisten mitgerissen worden waren und die Manhattan in den entscheidenden Momenten daran gehindert hatten, effektiv zu kämpfen. Gorges selbst hätte keines der Shuttles beachtet, sondern diesen Verlust als Kollateralschaden hingenommen. Dem vor weniger als einer Stunde verschiedenen Käpt'n war jedoch die Sicherheit der Kinder wichtiger gewesen als die seines Schiffes. Ein grober Verstoß gegen die Dienstanweisung. In einem Punkt hatte dieser Hosenscheißer aber recht. Unsere Überlebenden einzusammeln wird die nächste Aufgabe sein, denn nichts mangelt uns mehr als an Personal, brummte der Petty Officer an der Schiffskontrolle. Auch wie da war, merkte Gorges an und sah Aufforderung zur Sensorenstation, wo sich die Technikerin sofort angesprochen fühlte. Wir können sie orten, aber das wird ein wenig dauern, meldete die junge Frau, die Sensoren und Kommunikation im Blickfeld hielt. Haben wir noch ein Shuttle übrig? Nein, Ma'am, die Rampe wurde schwer beschädigt und alle Shuttles sind verloren, erklärte die Schiffskontrolle. Guges überlegte kurz, ob man irgendwie ein kleines Rettungsboot herstellen konnte, verwarf den Gedanken jedoch sogleich, da die nötigsten Reparaturen Vorrang hatten. Stellen wir die Systeme wieder her. Unsere Priorität bleibt die FTL-Signalantenne. Der an den Kontrollen angesprochene Petty Officer rief den Reparaturbericht auf. Anson Cuthon veranschlagte 92 Stunden für die Reparatur. Laut seines Berichts benötigen wir viele Teile, welche erst noch hergestellt werden müssen. Es fehlen einfach die Arbeitskräfte, um es in einem Zeitrahmen zu schaffen, der unser Überleben garantiert. Lieutenant Guges warf nur einen flüchtigen Blick auf den Bericht und versuchte, eine Entscheidung zu fällen. Vier Offiziere hatten bis zur Katastrophe im Rang über ihr gestanden und alle Entscheidungen gefällt. Darunter befand sich auch Mark, ihr Ehemann. Bisher hatte sie keine Zeit gefunden, seinen Tod zu begreifen, zu bedauern oder darüber nachzudenken, denn die Last aller Verantwortung lag nun bei ihr und den wenigen Offizieren, die überlebt hatten. Darunter fielen selbst die Ensigns. Er soll die Kinder nehmen, entschied sie sich und sah zur Taktik. Carrie sprach sie den dortigen Offizier an. Ma'am, reagierte dieser. Diese Schüler, alle, die überlebt haben, sollen helfen. Wir brauchen jede Hand. Laufen sie Robes Pier nach, der soll das mit Kuthen regeln. Ja, Ma'am, bestätigte der Petty Officer und verließ ebenfalls die Brücke. Kinder? fragte der ältere Offizier mit rauer Stimme. In diesem Chaos? Guges wandte sich dem Alten zu. Nicht jetzt, Demula. Unbewusst ballte sie ihre Hände zu fäusten. Ich hatte sie vorhin gefragt und sie haben wieder mal den Schwanz eingezogen. Das heißt aber nicht, dass ich mir meiner Aufgaben nicht bewusst bin, argumentierte er, wenn auch leicht gebrochen. Guges lockerte ihre Haltung und atmete zweimal durch. Dann helfen Sie! Das werde ich, Ma'am. Daher schlage ich vor, zwei Probleme mit einer Klappe zu schlagen. Seine Hand deutete auf die Anzeige für den Energie-Output des Generators. Derzeit produzieren wir zu viel Energie. Das belastet jedes System. Reparieren wir zuallererst die Antigraf-Einheiten. Wenn wir uns in drei Kilometern Höhe befinden, sind wir nicht nur unerreichbar und schaffen eine Systementlastung, sondern haben auch jede Menge Zeit, die FTL-Signalstation zu reparieren. Hm. Tatsächlich dachte Guges einen Moment über das eben Gesagte nach. Lieutenant Commander Alexander Desmoulins saß seit über sechs Jahren auf der Ersatzbank. Tat, was man ihm sagte, brachte sich allerdings nie in den Ablauf ein. Als er vor beinahe sieben Jahren seine Frau und seinen Sohn bei einem Unfall verloren hatte, verließen ihn auch Pflichtgefühl und Lebenswille. Erhalten blieben ihm Anstand und Vernunft, denn andernfalls hätte er sich bereits selbst getötet, wobei es vermutlich nur seine inzwischen verheiratete Tochter war, die ihn unbewusst davon abhielt. Guges sprang der Gedanke an, ob sie ebenfalls zu verfallen würde, wenn all dies hier überstanden war. Schließlich war sie nun auch allein. Die Liebe ihres Lebens lag verbrannt mit zig anderen Leichen in den Kühlräumen der Krankenstation. Und wenn wir uns doch verteidigen müssen? Sie lehnte ab. Es ist momentan zu gefährlich. Wir bleiben vorerst am Boden. Lena, der Kern hat einen zu großen Output für ein halbes Schiff. Ihre Augen funkelten eiskalt. Dennoch sage ich nicht jetzt. Das bedeutet nicht, dass ich nicht darüber nachdenke, aber eben nicht jetzt. Die FTL-Antenne hat absolute Priorität. Versuchen wir, so viel Energie wie möglich zwischenzuspeichern. Niemand widersprach mehr, einige nickten sogar. Es war jedem des verbliebenen Stabes klar, welche Energiemassen nötig waren, um den Notruf auf Überlicht zu bringen, damit die Erde ihn erhielt, ehe alles auf diesem Planeten verloren war. Anson Robespierre führte den dunkelhaarigen Schüler durch die Trümmer ihres Schiffs. Es tat in der Seele weh, die Zerstörung anzusehen. Vor wenigen Stunden noch hatte hier ein geregelter Betrieb stattgefunden. Als der Alarm erklang, hatte er gerade in der Kombüse gestanden und sich sein Lieblingsessen zubereiten lassen. Vermutlich lag es irgendwo in einer Ecke. Alternativ war es auch möglich, dass die gesamte Kombüse ausgebrannt war. Bisher war es niemandem gelungen, sich durch die Trümmer in den hinteren Bereich durchzuarbeiten. Dutzende Verletzte oder Tote konnten dort noch liegen. Fahles Tageslicht brach in den Korridor ein. Ein Bruch so hoch wie zwei Männer ließ auf den grauen Himmel des Planeten blicken. Der niesel mit sich tragende Wind trieb die am Horizont hängende Wolkendecke über diese Welt. Je näher Robespierre dem Bruch kam, desto mehr offenbarte sich ihm die fremde Beschaffenheit dieses Planeten. Oval zulaufende Pflanzen, die durchaus mit kahlen Tannen zu vergleichen waren, standen vereinzelt in einem Meer aus sich wie wellenwiegenden blaugrünen Gräsern. Inmitten dieses Meeres kleine mit roten Blüten gespickte Sträucher. Als der Junge ebenfalls einen Moment stehen blieb, um diese fremde Natur anzusehen, stieß Robespierre ihm gegen die Schulter und seien auffordernd an. Weiter, wir haben keine Zeit für … Funkensprühen krachte wenige Schritte vor den Beiden eine Leitung aus der Wand, ließ die Verkleidung bersten und rauchend durch den Korridor schlagen. Robespierre sprang reflexartig zurück und riss den Jungen im selben Reflex grob hinter sich. Wow, rief er aus und sah auf seinen unfreiwilligen Begleiter. Wäre er nicht stehen geblieben, so hätte diese Explosionen sie beide getroffen. Erleichtert sah er den Jungen an. Das war Glück. Mit seinem integrierten Technikerimplantat sah er sich den Schaden im Detail, aber aus sicherer Entfernung an. Schnell erkannte er im Inneren weitere Zeitbomben. Das muss gemacht werden, er deutete um den Explosionsherd herum. Aber es ist sicher, geh weiter. Anson, rief eine tiefe Stimme aus der Richtung, die hinter Robespierre lag. Der junge Offizier sah sich um und erkannte den auf ihn zukommenden Petty Officer. Er hob leicht die Hand, um zu signalisieren, dass er ihn gehört hatte. Petty Officer Carey. Gurches möchte, dass sie die Zivilisten zu Anson Cuthen bringen, damit diese bei den Reparaturen helfen. Sie leben, warf der Junge ein. Anson Robespierre sah den Dunkelhaarigen an seiner Seite an. Auch sie waren alle vorsorglich in den Rettungskapseln. Er wechselte einen schnellen Blick zu der eben geborstenen Leitung und anschließend zum Unteroffizier, der eigentlich auf der Brücke gebraucht wurde. Schnell nickte er den eben erhaltenen Befehl ab. Danke, Petty Officer, ich kümmere mich um alles. Dieser salutierte und machte sofort kehrt und lief den Weg zurück. Als nächstes stieß Robespierre den Jungen an. So, tu mir jetzt mal einen Gefallen, Kleiner. Er deutete den schräg liegenden Gang hinunter. Nimm diese Leiter dort, zwei Decks runter und dann weiter Richtung Heck. Da findest du Manuel. Er trägt die gleiche Uniform wie ich. Er deutete auf seine grauen Technikerfarben und das silberne Abzeichen. Sag ihm, dass Gouges genehmigt hat, dich und deine Klasse zu den Reparaturen hinzuzuziehen. Der Junge, mehr als nur ein Kopf kleiner, nickte stumm. Robespierre meinte gar Verunsicherung in seinem Gesicht zu erkennen. Freundschaftlich stieß er ihm gegen die Schulter. Hey, wir schaffen das. Was ist mit Colin? Wer? Mein Freund, seine Kapsel wurde gestartet. Er ist da draußen. Robespierre runzelte die Stirn. Naja, solange er bei seiner Kapsel bleibt, geht es ihm gut. Wir müssen erst das Schiff reparieren und Hilfe rufen. Danach werden wir alle Kapseln einsammeln. Die Unsicherheit im Gesicht des Jungen verschwand dennoch nicht. Versprochen, mach dir keine Sorgen. Auch von mir sind Freunde da draußen. Niemand wird zurückgelassen. Mit gesenkten Augen atmete der Junge tief durch und brachte ein Ja, Sir heraus. Den Weisungen des jungen Offiziers folgend nahm Simon die Beinleitern in die unteren Decks und bewegte sich weiter bis in das weit offenstehende Hangardeck. Normalerweise lagen hier die Shuttles. Jetzt aber befand sich an dieser Stelle einzig noch ein Rest der Bodenplatten. Ein teilweise aus seiner Halterung gerissenes Shuttle-Tor auf der einen und ein gigantisches Loch in der Außenhülle auf der anderen Seite grenzten das Schiff von dem Planeten ab. Sand, Gesteinsbrocken und Pflanzen waren hier hereingestoben. Die Manhattan riss nicht nur eine tiefe Furche in dem Planeten, sie hatte sich auch selbst mehrere Meter tief in den Boden gerammt. Der zerrissene Teil war durch den Felsen, an dem das Schiff lag, kaum zu passieren. Unter einem halben Dutzend Arbeitern erkannte Simon einen jungen Mann in grauer Offiziersuniform. Mit zwei weiteren Technikern löste er mehrere Wandverkleidungen, um die Elektronik dahinter zu prüfen. Schmutzflecken zierten Brust und Beine, das Gesicht war verschwitzt und die kastanienbraunen Haare ungekämmt. Simon schätzte den Offizier kaum älter als 25 und war sicher, dass dies der Ensinn sein musste, den Robespierr gemeint hatte. In seinem Leben war Simon schon vielen Männern in engen Kleidungsstücken begegnet, selten aber erkannte er dabei diese Form der Attraktivität. Dieser Offizier füllte seine Uniform mit purem Sex, anders war es nicht zu beschreiben. Simon verfluchte seine pubertären Hormone, trat vor und versuchte zwei Ansätze, den Mann anzusprechen. »Sind Sie Manuel?« Der Offizier wandte sich um und stutzte angesichts des zivilen Jungen, wandte sich jedoch sofort wieder ab, um seine Arbeit fortzusetzen. »Und du bist?« »Simon, Simon Cordy«, er gab sich Mühe, seine Augen oben zu halten, um dem Offizier nicht auf das Gesäß zu starren. »Anson Robespierr schickt mich.« »Was will er denn?« Der junge Mann ließ sich wie ein Chirurg ein neues Werkzeug reichen, das mit einem gleißenden Punkt zwei Leitungen verbannt. »Er lässt über mich den Befehl des Lieutenants ausrichten, dass sie mich und meine Klassenkameraden zur Reparaturarbeit hinzuziehen dürfen.« »Alles klar.« Nun wandte sich der Enzin abermals um. »Sehr nett«, suchend blickte er umher. »Tatsächlich könnten wir hier einige Hände gebrauchen. Die gesamte Sendeanlage, die sich hier befunden hat, muss ersetzt werden.« Simon nickte verstehend und zwang sich noch immer, die Augen des Offiziers zu fokussieren. »Die FTL-Signalantenne, Sir.« Der junge Mann lächelte. »Korrekt. Dann schaff mal deine Klassenkameraden ran.« Simon zögerte. »Ich weiß nicht, wo die sind. Seit dem Absturz habe ich keinen mehr gesehen.« Cuthon verstand. »Auf dem Weg hierher bist du doch bestimmt an einer verschlossenen grauen Lagertür vorbeigekommen, richtig?« Simon zuckte mit den Schultern und abermals verstand der Enzin. Daraufhin griff er Simon an der Schulter und schob ihn förmlich in den Korridor. Dort deutete er die Steigung hinauf. »Am anderen Ende, da haben wir alle Zivilisten untergebracht, die nicht verletzt worden sind. Deine Klasse ist auch dort.« »Okay.« »Sehr gut, bring sie her.« »Okay«, wiederholte sich Simon und ging einmal mehr in eine ihm gewiesene Richtung. Nach wenigen Metern erinnerte er sich, dass er Colin versprochen hatte, ihn zurückzurufen und baute mit seinen Gedanken eine Verbindung auf. »Colin?« fragte er mit leicht unterdrückter Stimme. »Wo warst du so lange?« Beinahe schwang ein Vorwurf in seiner Stimme mit. »Tut mir leid, das Schiff ist Schrott. Hier geht alles durcheinander. Die haben mich sogar für die Reparaturen eingeteilt.« »Hoffentlich am Computer«, antwortete Colin. Simon musste mit Bedauern verneinen, dabei wäre er da wohl am nützlichsten. Die IT war nicht nur sein bestes Schulfach. Auch sein Hobby drehte sich rund um Programmiersprachen, Anwendungen und das technische Verständnis von Soft- und Hardware. »Wir bauen eine FTL-Antenne. Sobald das Schlimmste erledigt ist, rufen sie Hilfe und sammeln anschließend die Kapseln ein.« »Und wann soll das sein?« Simon zuckte ungesehen mit den Schultern. »Weiß ich nicht, am besten bleibst du bei der Kapsel und wartest. Die ist längst weg.« Simon stutzte. »Wie, weg? Diese Aliens, sie sammeln die Dinge ein.« Simon wurde heiß und kalt. »Ich dachte, du wärst sicher.« »Das bin ich, die Kapsel ist trotzdem weg.« »Dann werden sie dich nicht finden.« »Du weißt, wo ich bin.« »Sie hören mir nicht zu.« Simons Stimme war lauter und höher geworden. Auch Collins Stimme änderte die Frequenz. »Ist das dein Ernst?« »Tut mir leid, Cole, aber hier ist echt das ultimative Chaos.« »Dann frag doch Mr. Autumn,« riet er. »Dem hören sie sicher zu.« Wieder nickte Simon, obwohl es niemand sehen konnte. »Mach ich, ich bin gleich bei der Klasse. Ich hoffe, der alte Glatzkopf hat überlebt.« »Wie meinst du das?« Collins Stimme trug einen Schrecken mit sich. »Gab es Tote?« Simon seufzte. »Keine Ahnung, ich hab noch keinen aus unserer Klasse getroffen.« Er näherte sich dem durch den Enz hingewiesenen Doppelschott. Offenstehend, nur von einem gebrochenen Stahlträger darin gehindert zuzuschnappen, erkannte Simon sofort, dass Mr. Autumn hier niemals durchgepasst hätte. »Kann den Alten nicht sehen?« flüsterte er und trat vorsichtig in das Lager, in welchem zwischen fest verankerten Transportboxen vier Notlampen in den Ecken aufgestellt worden waren. Einige Mitschüler erkannte er sofort. »Da sind Kuhn, Rimu, Haruki und Cedric.« Seine Ankunft wurde von den Jugendlichen im Dunkeln ebenfalls bemerkt. »Und Daya ist auch dabei,« flüsterte er etwas leiser, da er wusste, dass Colin bereits seit der vierten Klasse in sie verschossen war. »Wie geht es ihr?« Die Stimmfrequenz seines Freundes steigerte sich. »Sie ist unverletzt, aber der Alte ist nicht dabei.« Simon trat tiefer in das Lager und grüßte als erstes die Angebetete seines besten Freundes, die dies nicht einmal bemerkte. Stattdessen kam ein anderer, deutlich kräftigerer Junge aus dem Dunkeln auf ihn zu. »Dass du noch lebst, ist ein verdammter Fehler.« »Was?« Simon sah ihn verwirrt an und war geneigt, das Gleiche zu sagen, als er ihn als Alexander erkannte. »Wie er diesen Typen hasste!« »Deine scheiß Aliens haben Cain und Ridley auf dem Gewissen,« polterte Alex und kam unangenehm nahe. »Meine scheiß Aliens?« fuhr Simon ihn an. »Alle wissen, dass du und dieser Fettsack auf Aliens steht! Ihr kranken Freaks himmelt diesen außerirdischen Abschaum doch an!« Alex stieß Simon gegen die Brust. »Ich himmle gar nichts an!« rief er und wich zurück. »Du bist doch ein Quandt! Gib's zu!« polterte der kräftige Junge. Andere Schüler waren ebenfalls dazugekommen. Selbst Collins Schwarm, der weder Simon noch dessen Freund jemals beachtete, kamen auf die kleine Gruppe zu. Anstatt sich jedoch zu beteiligen, griff sie Alex am Arm. »Was wird das hier?« »Dieser Fettsack braucht eine Lektion!« »Hin warst du, Trottel!« fuhr sie ihn an. »Willst du ihn in ein Schiffswrack stecken, das auf einem fremden Planeten liegt, wo er sich dann mit einem Idioten herumschlagen muss?« Alex riss sich los. »Ja, sowas in der Art!« »Fein, schon passiert!« spie sie förmlich aus und stieß den kräftigen Jungen zurück. Colin, der das gesamte Gespräch mitbekommen hatte, funkte in Simons Ohr dazwischen. »Hat sie dich gerade eben verteidigt?« »Hm«, summte Simon leise und deaktivierte das Gespräch. Alex war jedoch noch nicht gebändigt. »Irgendwas muss ich doch tun!« »Dann hilft der Crew«, warf Simon ein und erhielt unerwartet die Aufmerksamkeit des Jungen. »Die brauchen nämlich jeden, der helfen kann!« »Was laberst du da, Schwachkopf?« »Ich war beim Lieutenant und einer der Offiziere hat gesagt, ich soll jeden mitbringen, der arbeiten kann.« »Du hast so einen Schaden! Was sollen wir denn tun können?« »Genau«, warf ein anderer ein. »Die haben uns in einen Lagerraum gesteckt, damit wir aus dem Weg sind.« »Und jetzt brauchen sie uns«, stellte Simon klar. »Also, jeder, der meint, helfen zu können, folgt mir!« Rückwärtsgewand trat er über den Träger hinaus in den Korridor. Nur wenige Augenblick später lösten sich zwei Jungen aus der Gruppe und holten Simon ein. »Dein Ernst?« »Ja«, Simon musterte die beiden. »Du verarschst uns nicht?« »Nein«, Simon kannte die beiden vom Namen her, einen wirklichen Kontakt hatte er jedoch zu keinem von ihnen. André, ein Junge, der bereits in seiner Körpermasse so manchen Mann übertraf, und Haruki, ein schmächtiger Japaner, der ebenso wie Colin eine Leidenschaft für Computer und Technik besaß und Zweitbester im IT-Fach war. »Kommt und überzeugt euch!«, er winkte beide zu sich, ihm zu folgen. Zurück im Hangardeck sah der Ensinn sofort auf, als Simon zurückkehrte. »Was ist das denn?« fuhr dieser die drei an. André verdrehte sofort die Augen. »Du hast uns verarscht, Freak!« Simon wurde wütend. »Hab ich nicht!« Der Ensinn baute sich vor den Jugendlichen auf und blickte André in die Augen, der als einziger körperlich gleichauf war. »Derjenige, der sich verarscht fühlt, das bin ich. Wie viele seid ihr, ein Dutzend?«, der Ensinn schnaubte. »Und gerade mal zwei Figuren sind bereit, etwas für ihr überleben zu tun?« André schluckte. »Oh, ähm, die meisten haben ihm nicht geglaubt, Mr. Sir.« »Ach!«, sturmrinzelnd nahm der Ensinn Simon in sein Blickfeld. Die Antwort darauf war nur ein Schulterzucken. »Ich bin eben der Klassenfreak.« »So, bist du das? Und worin besteht denn dein Freak sein?« Simon zuckte erneut mit den Schultern. »Er ist ein IT-Nerd wie ich,« antwortete stattdessen Haruki. Kuthen grinste. »Perfekt! Euch beide setze ich an die Kontrolleinheit,« erwandte sich wieder André zu. »Und dir glaubt man mehr?« »Definitiv,« bestätigte der kräftige Junge. »Großartig! Zieh los und hole jeden, der sich selbstständig auf zwei Beinen bewegen kann.« »Ja, Sir!« André salutierte und machte sich sofort auf den Weg. Der Ensinn wandte sich wieder Simon und Haruki zu. »Und ihr zwei kommt mit mir, wir müssen nach draußen und eine Energieleitung verlegen und damit ein Verarbeitungsmodul für die Signalleitung betreiben, welches danach konfiguriert werden muss. Es ist erforderlich, um ein klares Hypersignal zu senden und vor allem...« »Zu Empfang schon klar,« beendete Simon die Erklärung des Ensins. An den Arbeitern vorbei trat Ensinn Manuel Kuthen hinaus ins Freie und musste einen Moment lang seine Sinne orientieren. Seit dem Absturz fühlte er keinen geraden Boden mehr unter den Füßen. Mit einem Wink in Richtung der Jungs forderte er, dass die beiden ihm folgen sollten. Eine kleine Bewegung inmitten des gräsernen Meeres ließ seine Handbewegung jedoch innehalten und ihn in die Hocke gehen. »Zurück!« zischte er den Jungen an. »Schnell!« Mit langen Schritten, ohne die Deckung zu verlieren, stahl er sich zurück in den Schiffsrumpf. »Belagerung!« rief er aus, als bereits die ersten gleißenden Energieblitze an ihm vorbei in den Schiffsrumpf stoben. Ein Alarm flammte schrill auf und die uniformierten Mannschaften suchten im geordneten Chaos Deckung. »Notfallkanal an die Brücke! Wir werden angegriffen!« rief der Ensinn wahllos in den Hangar. Eine kurze Abschätzung der Position zu den Angreifern ließ ihn einen Hechtsprung zu den Kontrollen neben dem Haupttor machen. Dort wählte er die manuelle Steuerung des aus seiner Halterung gebrochenen Tors an und aktivierte den Schließmechanismus. Der linke Teil war intakt und beugte sich willenlos den elektronischen Befehlen. Die rechte Seite hingegen knirschte laut schabend der Schwerkraft entgegen. Gemächlich schob sich das breite Schott einen guten Meter nach unten, ehe es endgültig verkeilte. »Verdammt!« fluchte Kuthen. Energieblitze vereinzelten Waffenfeuers drangen durch die Lücke in den Rumpf und schlugen in die Wandverkleidung des Hangars ein. Nur Sekunden später jagte ein Sicherheitstrupp von zwei Dutzend bewaffneten in Rüstungsmontur ins Deck. Mit Schilden vor ihren Körpern und Blasterwaffen an ihren Unterarmen erwiderten die Kampfkräfte das Feuer auf die im Verborgenen liegenden Angreifer. Anson Kuthen nutzte die Gelegenheit des ausgeglichenen Feuers und drang in geduckter Haltung weiter zum Tor vor. Wenn er die Verkeilung löste, konnte es gut sein, dass das Schott in seine Halterung stürzte und somit eine gepanzerte Barriere zwischen dem Waffenfeuer bildete. Mit schnellen Handzeichen wies er zwei Männer an, ihm zu helfen. Die verunsicherten Mannschaftsmitglieder traten unruhig von einem Fuß auf den anderen. Der Befehl des jungen Offiziers kam einem Todesurteil gleich, dem er sich gerade selbstlos aussetze. »Nun kommt schon«, rief er den überforderten Technikern zu, als zwischen den Angesprochenen plötzlich eines der Kinder hervorstürzte. Wie Kuthen erkennen musste, handelte es sich dabei um den japanischstämmigen Aitila, der ohne Schutzkleidung und vom Feindfeuer wenig beeindruckt auf ihn zuhielt. »Bleib zurück«, schrie Kuthen ihm entgegen. Er begriff den Wahnsinn des Halbwüchsigen nicht. Noch auf dem Weg zum Schott durchschlug ein Energieblitz den Oberkörper des Kindes, drang aus seinem Rücken heraus und schlug in die Wand hinter ihm ein. Der Junge lief weiter, erreichte die Halterung, an der Kuthen stand, und packte diese mit beiden Händen. »Junge«, schrie der Ensinn ihn an, »bist du irre?« Keineswegs war die beinahe zu ruhige Antwort. Ein zweites spindeldürres Armpaar schoss aus seiner schmächtigen Brust, zerfetzte sein T-Shirt und griff ebenfalls die Halterung. Binnen Sekunden pumpte sich sein Körper auf. Muskeln, die es vorher nicht gegeben hatte, bildeten sich augenscheinlich aus dem Nichts. Die Halterung gab nach und das Tor rauschte krachend in seine Ruhelage. Das Schott war geschlossen, das Waffenfeuer schlug wirkungslos gegen die Legierung. Alle sahen mit Entsetzen und Erstaunen auf den muskulösen Jungen mit den vier Armen. Nur langsam baute er ab und ließ seine zusätzlichen Gliedmaßen wieder verschwinden. Auch die Stelle, in der der Energieblitz seinen Oberkörper durchschlagen hatte, war bereits wieder regeneriert. Du bist ein Homo-Quant, stellte Kothen fest. Meine Fresse, du hast uns gerade gerettet. Simon trat eilig aus seiner Deckung hervor und an seinen Klassenkameraden heran. Haruki, das war ja total irre. Warum hast du nie gesagt, dass du ein Quant bist? Der japanischstämmige Junge lächelte zögerlich. Du weißt genau warum. Simon hielt inne und senkte seinen Blick. Anschließend verzog er unzufrieden seinen Mund. Weil wir Freaks das irgendwie von den Aliens haben. Wie alles, wodurch wir heute sind, was wir sind. Anson Kothen verstand, dass auch der schmächtige Junge zu den genetischen Abweichlern gehörte, hockte sich neben beide und schüttelte seinen Kopf. Hey, niemand hier ist ein Freak. Das ist inzwischen kontrolliert werden kann. Das stammt von anderswo. Er zog sich sein Uniformoberteil aus und reichte es Haruki. Nimm, es soll ja nicht jeder gleich dumme Fragen stellen. Eher unbewusst registrierte Kothen die Blicke Simons, dessen Pupillen über seine nur mit einem ärmellosen Shirt bekleideten Oberkörper huschten, ehe dieser sich räusperte, die Augen hob und sich einen innerlichen Ruck gab. Sie werden nichts sagen, Sir. Anson Kothen schüttelte den Kopf. Keine Sorge, es ist längst nicht so schlimm, wie viele glauben. Auch ich kann ein wenig Außergewöhnliches. Was denn so? fragte Haruki offen neugierig. Der Anson lächelte und konzentrierte seinen Geist. Simon wie auch Haruki erhielten seiner Vorstellung nach einen simplen Ton in ihrem Kopf, ähnlich wie durch ein Kommunikationsimplantat. Nur, dass dieses Signal keinen Weg nahm, sondern direkt dort entstand, wo es aufgenommen wurde. Kothen konnte noch deutlich andere Dinge in den Köpfen anderer platzieren, die meisten Sinnesveränderungen wurden jedoch gesetzlich geregelt. Einige der Dinge, die uns eins bewerkstelligen kann, sind wirklich illegal oder gefährlich. Andere hingegen praktisch. Und das Militär weiß das zu nutzen. 3. Lieutenant Lennar Gouges überflog den Bericht des zuvor zurückgeschlagenen Angriffs. Verdammte Aliens! zischte sie und sah auf die wenigen Aufzeichnungen der Angreifer und den Zeitindex. Keine sechs Stunden war der Absturz her, noch nicht einmal die Sonne war untergegangen, auch wenn sich das Ende des hier bestehenden Tages bereits am Himmel abzeichnete. Das ging schneller als gedacht. Sie sah zum Petty Officer an der Signalstation hinüber. Nell, haben wir offene Funkfrequenzen? Nein, Ma'am, antwortete die Angesprochene. Wie konnten Sie uns so schnell finden? Haben wir sie etwa komplett unterschätzt? raunte sie zu sich selbst. Unterschätzen war nichts, was zum Charakter des Militärs gehörte. Eher ging jeder von einer mächtigeren Bedrohung aus und schlug einmal härter zu, als einmal zu schwach. Auf einem Holofeld ließ sie die Manhattan und die Umgebung anzeigen. Mehrmals drehte Gouges die Darstellung und prüfte die Reste ihres Schiffes von allen Seiten. Von der einen Seite waren sie durch den Felsen der anliegenden Gebirgskette geschützt, die andere zeigte ins offene Land, welches nun vor lauter Aliens nur so wimmelte. Jedem hier war klar, dass kein Notsignal gesendet werden konnte, solange die Techniker draußen nicht arbeiten konnten. Im Regelfall befanden sich zwei Hypercom-Antennen am Rumpf. Nur dummerweise war die eine beim Aufsetzen und dem Zusammentreffen mit dem Gestein mit allem Drum und Dran abgerissen. Es blieb daher nur die Backbordseite. Haben wir noch einen funktionierenden Pulsblaster, um in diese Belagerung zu feuern? fragte sie laut und sah zur taktischen Kontrolle. Petty Officer Carey prüfte die Schiffsbewaffnung und schüttelte resigniert den Kopf. Alle ausgebrannt oder zerstört? An Backbord steht ein einziger frei, jedoch nicht in Funktion. Können wir den irgendwie einsatzbereit machen? Ist es möglich, Ma'am, jedoch nicht von innen, antwortete der Petty Officer. Wie die Antenne muss er an vielen Stellen rekonstruiert werden. Und selbst dann, aufgrund unserer gegenwärtigen Position, wird das Zielgebiet ein recht begrenztes sein. Guges strich sich über den Mund und sah auf die Liste der dringendsten Schadensmeldungen. Das Wrack, über das sie ihr erstes Kommando hatte, war nichts weiter als eine tickende Zeitbombe und ein Gefängnis zugleich. Und wenn wir doch einen dieser freien Satelliten ansprechen, brachte sich Commander de Moulin ein. Seit Stunden saß er an seiner Station, sortierte die Einteilung der Schichten, der Versorgung der Ruhephasen. Sicher keine leichte Aufgabe. Guges irritierte allerdings die Ironie, dass ein Mann, der seit mehr als fünf Jahren vor sich hin vegetierte, ausgerechnet in einer solchen Krise seinen Verstand wiedergefunden zu haben schien. Komm, Mann, da, rief sie ihn respektvoll und richtete sich etwas auf. De Moulin deutete in einer Bewegung, die an einen Betrunkenen erinnerte, auf die Kommunikationskontrolle. Nun, da der Feind weiß, wo wir sind, sollten wir unser Notsignal verschlüsseln und in deren Satellitennetz einspeisen. Die Frage ist, ob sie die Weiterleitung nicht unterbinden, warf Petty Officer Nell als Kommunikationsoffizier ein. Es gibt hier nur wenige offene Satelliten. Alle zusammen verknüpfen diese Welt zwar im privaten Bereich, allerdings … Die junge Frau unterbrach sich selbst, als sie die Satelliten auf ihre Liste setzte. »Ja?« fragte die Kommandantin, die beiden aufmerksam zugehört hatte. Pionell erwiderte Gouges Blick leicht ernüchtert. »Die Bandbreite unseres Notsignals ist um ein Vielfaches höher. Wir brauchen Stunden, um es hochzuladen.« »Und dieser Berg?« Gouges begriff sofort und beendete den Satz. »Der uns Schutz vor deren Sensoren geben sollte, würde die Übertragung stören.« »Exakt, Ma'am.« »Dann müssen wir mehrere kleine Pakete hochladen,« schlug Demoulin vor. Petty Officer Nell wandte sich wieder ihrer Station zu und gab die nötigen Berechnungswerte ein. Stirnrunzelt nahm sie die Ausgabe auf. »Tja, nach Berechnung der Satellitenrotation, der Leistung und der Minimalanforderung unseres Notsignals haben wir alle vierzehneinhalb Stunden für etwa sechs Stunden ein offenes Fenster.« Sie wandte sich wieder der ausgebrannten Brücke zu. »Damit müssen wir sieben Pakete schnüren und hoffen, dass die, die da oben in Wartestellung sind, nicht entdeckt werden, bis alle oben sind.« Gouges sah auf die Berichte des zuvor stattgefundenen Angriffs. »Und wir müssen hoffen, dass die keine schwereren Geschütze auffahren oder neue Schiffe ins System bringen.« Demoulin ließ seine Schultern hängen. »Nun doch, Antigraf?« In Närge schüttelte Gouges ihren blonden Schopf. »Absolut nein. Jetzt, wo sie unsere Position kennen, scheidet diese Option endgültig aus.« Dann, nach einer kurzen Pause. »Bereiten Sie das geteilte Notsignal vor. Laden Sie es in deren Satellitennetz.« »Jawohl, Ma'am.« Anschließend wandte sich Gouges zurück an die Taktik. »Carrie, ein weiterer Trumpf wäre die Reparatur des Backbordpulsblasters. Kriegen Sie das in dieser Situation hin? Das sollte uns möglich sein.« »Gut.« Gouges sah über den Rest der Brücke. »Die übrigen Prioritäten verschieben sich entsprechend. Lassen Sie uns das Nötigste wieder instand setzen. Grund- und Verteidigungsfunktionen müssen laufen. Diese Viecher dürfen auf keinen Fall hier hereinkommen.« »Wir kommen dann aber auch nicht raus,« erinnerte Demoulin. »Das müssen wir auch nicht,« erklärte Gouges. »Das Lebenserhaltungssystem versorgt uns. Wir müssen es nur schaffen, diese Belagere in Schach zu halten, bis entweder die FTL-Antenne repariert ist oder diese Pakete hochgeladen sind.« Sie nickte Patty Officer Nellen noch einmal zu und schlug die Beine übereinander. »So oder so, in wenigen Tagen kommt die Kavallerie.« »Sicher,« fragte Demoulin. »Die Manhattan war das stärkste Schiff unserer Flotte. Wer oder was soll da kommen?« Nur ein kleines hellblaues Licht, hoch oben am tragenden Metallgerüst befestigt, ließ Colin in dieser außerirdischen Scheune etwas erkennen. Das nach oben hin schmal verlaufende Gerüst erinnerte ihn an ein Spinnennetz. Die Plado bedienten sich während ihrer Entwicklung sehr wahrscheinlich an vielen Konstruktionsbeispielen aus der Natur. Auch der Teller in seiner Hand war sechskantig. Ohne zu fragen brachte das fremde Wesen Wasser und mehrere Nahrungsmittel mit. In Colin brannte ein mörderischer Hunger, der sich angesichts der mitgebrachten Speisen schmerzhaft steigerte. Egal was es war, er aß es. Leicht bitterlich, wie eine verdorbene Falafel hatte das erste geschmeckt, zudem war es kalt und deutlich weicher als das vergleichbare Original. Schneller, als der Außerirdische seine Portion zu sich nahm, stopfte Colin dennoch alles in sich hinein und spülte es mit dem Wasser hinunter. Gedacht hatte keiner der beiden, auch wenn Colin der Meinung war, dass der Fremde sein Essen genoss. Er schien nicht zu kauen, trennte mit seinen zahnlosen, jedoch sehr festen Lippen ein Stück ab und schluckte es sofort hinunter. Außen an seinem langen Hals konnte man sehen, wie dieser arbeitete. Dort musste sich das Kauzentrum befinden. Tatsächlich nahmen das Essen und auch die Faszination dieses komplexen Fremden Colin das Zeitgefühl. Als er jedoch realisierte, bereits mehrere Stunden hier in dieser Scheune gesessen zu haben, überfiel ihn eine außergewöhnliche Unruhe. Ganz sicher würde er hier nicht übernachten, denn es gab weder eine Toilette noch eine Dusche. Er stellte seinen Teller auf den Boden, stand auf und sah auf das fremde Wesen, das mit seiner freien Hand und einer elenden Geduld an seinem Computer herumfummelte und mit der anderen, wie ein Vogel, einen kleinen Happen nach dem anderen zu sich nahm. Normalerweise war es Colin, der andere mit seiner ausdauernden Geduld auf die Palme brachte. Das war seine Stärke. Ruhe bewahren, Kraft schonen und ausharren. Nichts davon konnte er in dieser Situation. Seit dem kurzen Kontakt mit Simon vor über zwei Stunden war nichts mehr zu hören. Das Signal war erloschen und eine Anfrage aus seinem Implantat blieb unbeantwortet. Es gab auch keinen offenen Satelliten mehr, wie der Fremde noch vor dem Essen erklärte, aber er versprach, nach Ersatz zu suchen. Die Unwissenheit über die Dinge, die am Wrack geschehen sein konnten, steigerte Collins Unwohlsein. Nach mehreren Schritten willkürlich in undefinierte Richtungen sowie einmal im Kreis straffte er seine Schultern und trat an die Tür. Sofort richtete sich das Krebs-Alien auf. Wohin willst du? Halten dessen Gedanken in Collins Kopf. Dieser drehte sich um und ihre Blicke trafen sich. Die Sorge um Simon wurde offenbar genauso übertragen wie die verbalen Gedanken. Du willst einfach so losziehen, auf einem dir fremden Planeten? fragte das Wesen und stand auf. Seine klobigen, rauen Füße stampften auf dem trockenen Boden. Was soll ich sonst tun? antwortete Colin. Die Mimik des Fremden verzerrte sich zu einer beinahe angenehmen Art und Weise. Wie wäre es damit? Er hielt den handlichen Computer Collins rundem Gesicht entgegen. Ich zeichne dein Signal auf. Stirnrunzelnd sah Colin vom Computerpad zum Krebs-Alien. Die Gedanken, die er erfuhr, waren nicht eindeutig. Und wozu? Wenn ich euer Signal auf meinem Naurig anzeige, kann ich erkennen, ob dein bester Freund deine Rufe überhaupt empfängt. Abermals hältte sich die Mine des Fremden mit einem Blähen seiner schmalen Wangen auf. Und danach ist es möglich, auch eine gesicherte Leitung zu verwenden. Colin verstand, was das Alien vorhatte, nicht aber warum es dies tat, warum es ihn schützte oder Wasser und Nahrung brachte. Warum tust du das für mich? Was meinst du? Das Horn auf dem schubbigen Kopf des Aliens schaukelte leicht und seine sechs Knopfaugen wurden ein wenig kleiner. Na, mir helfen. Warum? Ist das falsch? Colin schüttelte seinen Kopf, unbedacht, dass der Fremde diese Geste wahrscheinlich nicht verstand. Nein, nein, nur ungewöhnlich. Er deutete auf den sechskantigen Teller am Boden. Du hast mir Essen gebracht, mich hierher gebracht. Und alles nur so? Ohne Hilfe anderer kommt man nur schwer voran und manchmal gar nicht, antwortete der Fremde und wieder blähten sich seine Wangen. Es schien Freude zu bedeuten, entschied Colin und sah das hässliche Gesicht eine Weile an. Das abstoßende Äußerliche hatte so gar nichts mit seinem Innersten gemein. Er wohl auf ihn wirkte? Colin empfand sich selbst schon als hässlich, weshalb er auch keinen Spiegel in seinem Zimmer hatte. Er war schlicht fett. Nicht anders konnte man es sagen. Ungesund wäre eine freundliche Untertreibung, einen 15-Jährigen mit 108 Kilo Eigengewicht zu beschreiben. Seit er denken konnte, war er Hänseleien ausgesetzt. Anstatt etwas dagegen zu tun, wurde er noch fetter, lernte sich mit Worten zu verteidigen oder mit den Fäusten, wenn es sein musste. Respekt hatte dennoch niemand vor ihm, bis auf Simon. Dieser interessierte sich nicht für Äußerlichkeiten. Jeder andere auf der Erde wollte schön, beachtenswert, wichtig und besonders sein und von allen bewundert. Es ging immer nur um Stellenwerte. Colin minimierte seinen Stellenwert und Simon achtete ihn dafür. Welch Absurdität! Noch absurder jedoch war dieses Wesen ihm gegenüber, das sehr wahrscheinlich einen Flusskrebs oder einen Hummer attraktiver fand als einen Menschen und wie Simon sich offensichtlich keinen Moment über Äußerlichkeiten Gedanken machte. Wieso eigentlich kämpfte die Menschheit gegen diese Kreaturen? Sie schienen weder dumm noch aggressiv zu sein, anders als die meisten Menschen. Ein wenig fühlte er sich gerade in Simons Ansichten bestärkt, dass Aliens gar nicht so falsch sein konnten. Colin selbst war wie jeder zweite Junge vom Außerirdischen und dem Universum fasziniert, dennoch scheute er es, wie jeder andere. Fremdes mochte wie ein schrecklicher Unfall seinen Reiz haben, dennoch blieb es fremd und unberechenbar, auch wenn Simon immer wieder die Gedanken streute, das Fremde anzunehmen, sich mit ihm gleichzustellen, um die urtypischsten Ängste zu überwinden. Er kam nicht umhin, seinem besten Freund jetzt hier in diesem Moment recht zu geben. Er zog seinen gut gepolsterten Bauch ein, hob sein Kinn und streckte seine rechte Hand aus. Die linke hob er zu einem Gruß. Ich bin übrigens Colin Denton von der Erde. Die Mimik des Fremden veränderte sich ebenfalls. Er hob seine verkrüppelte Hand und streckte Colin die anderen gegen. Ich bin Bafir von Firdas. Zwei Worte, die das interne System nicht übersetzen konnten. Bafir, wiederholte Colin laut. Das Naurück signalisierte in diesem Moment eine Verbindung durch ein orangenes Blinken. Bafir sah auf die Eingabefelder und streckte seine Finger nach dem Gerät aus. Mit Berühren des Indikators baute sich ein Holofeld über dem Gerät auf. Ich habe einen Satelliten gefunden, der Kontakt zu deinem besten Freund ermöglichen kann. Er griff in die Lichtdarstellung und variierte einige Einstellungen. Wenn ich einige Anpassungen vornehme, kann mein Naurück sich von nun an selbst immer wieder neu verbinden. Colin verstand die technologische Lösung dahinter. Es war nichts weiter als ein irdischer Kommunikator, der stets nach dem nächstbesten WLAN-Signal griff, wobei er zugeben musste, dass er selbst niemals auf einen Satelliten hätte zugreifen können. Du kannst das gut. Bafirs Gesicht setzte abermals diese freundliche Miene geblähter Wangen auf. Das kann jeder von uns. Colin sah an Bafir hinunter und ging einen Schritt um ihn herum. Der orange Overall ließ nur wenig von dessen Körper erahnen. Bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Bafir sah von seinem Naurück auf und wiederholte laut die unverstandenen Worte. Junge, Mädchen. Seine Gedanken fragten nach der Bedeutung. Colin griff sich an seine für einen Jungen seines Alters viel zu stark ausgeprägten Brüste. Na, wer hat die titten? Ich verstehe nicht, gab Bafir zu und das Horn auf seinem Kopf veränderte seinen Umfang. Colin legte den einen Finger an den Mund, die andere Hand auf den Rücken und ging einige Schritte. Bafirs Augenpaare folgten ihm. Plötzlich deutete Colin auf ihn und schnipste mit den Fingern. Wer trägt denn bei euch den Ehepartner über die Türschwelle? Die Mimik des Aliens zog sich zusammen, sein Horn auf dem Kopf wippte leicht nach hinten. Tut mir leid, ich verstehe all diese Worte nicht. Colin gab auf. Okay, okay. Eigentlich wollte ich nur wissen, wer den Nachwuchs bekommt. Bafirs Miene veränderte sich abermals in etwas für Colin Undefinierbares. Meine Eltern. Sich durch sein volles Haar streichend überlegte Colin abermals. Dann rieb er über seinen wohlgenährten Bauch. Auch wenn es so aussieht, ich kann keine Kinder bekommen. Ein breites Grinsen zog sich über sein rundes Gesicht. Anschließend griff er sich in den Schritt. Aber ich kann welche machen. Nun trat Bafir verunsichert zurück. Du machst sie. Colin begriff nun, wie peinlich all dies auf einen Fremden wirken musste. Dabei wollte er doch nur wissen, ob sein Gegenüber männlich oder weiblich war. Mehr nicht. Er hob entschuldigend seine Hände. Nein, also, ich bin ein Junge, also ein Mann. Bei uns auf der Erde machen die Männer den Nachwuchs, aber die Mädchen bringen ihn zur Welt. Ich verstehe, meinte Bafir und quietschte vergnügt. Seine Wangen blähten sich so weit, dass es Colin beinahe an einen Frosch erinnerte. Zusammen mit dem Geräusch schien das ein herzhaftes Lachen zu sein. Colin lachte mit, auch wenn er nicht verstand, worüber der Außerirdische lachte. Du bist vier, Bafirs Wangen normalisierten sich. Das wolltest du also wissen. Äh, wenn ein vier euch vom Geschlecht her unterscheidet, dann ist das richtig. Bafirs Horn richtete sich nach vorn auf. Ja, meistens sind wir vier, aber nicht immer und nie alle. Ich bin vier. Colin sortierte die letzten Gedanken, als er eine Ungereimtheit erkannte. Moment mal, du trägst das Wort vier in deinem Namen. Wieder quietschte das Alien. Das ist wahr. Seine Miene erinnerte Colin nun an das Gesicht eines Welpen, weniger an einen Frosch oder Krebs. Bei meiner Geburt war ich wohl unglaublich zappelig. Daher nannten mich meine Eltern Bafir. Zappeliger Junge, grenzte Colin, worauf Bafir wieder quietschte und seine Wangen blähte. Das ist aber nichts, worauf ich baue. Ich meinte ja schon, dass ich Wio Kid werden möchte. In der Schule bin ich einer der Besten. Abermals signalisierte das Naurik mit orangenem Blinken eine Statusveränderung. Auch das Holofeld veränderte die Farbe. Geschafft. Bafir überreichte das Naurik. Nun kannst du wieder mit deinem besten Freund sprechen. Colin trat näher, griff das Gerät und erkannte die verschiedenen mit fremden Symbolen markierten Punkte, über die sich eine feine blaue Linie zog. Über diese Verknüpfung verlieren wir das Signal nicht mehr, erklärte sein schuppiges Gegenüber. Allerdings wirst du mein Naurik zum Kommunizieren verwenden müssen. Colin sah auf die unzähligen Einstellungen, die Bafir vorgenommen hatte. Ist das Wio Kid? Wir nennen das bei uns Informatik. Nein, Wio Kid ist das hier. Mit seiner groben Kralle berührte er einen grünen Indikator und ließ das Holofeld durch ein Lichtfeld ersetzen, das wie eine gasförmige Lavalampe um sich selbst tanzte. Ähnlich wie Musik bildeten sich dabei Wellenmuster, Rundungen oder kleine Funken. Das ist Wio Kid, erklärte Bafir und hob seine Hände um das Lichtgebilde. Mit leichten Zuckungen seiner Finger endete er die Darstellung in Form und Farbe. Einem Weltraumnebel gleich woben die Farben über dem Naurik und bildeten verschiedene in sich fließende Formen. Wow, das ist … Colin hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Das ist wunderschön. Bafirs Mimik wandelte sich wieder in diesen Welpenausdruck. Es ist eines meiner besten Werke. Colin starrte noch eine ganze Weile auf das Lichtgebilde. Auch die anderen, die Bafir ihr mit wachsender Begeisterung zeigte, standen dem anderen in nichts nach und keines glich dem nächsten. Dennoch war Colin schnell gelangweilt. Der Satz »Hat man eins gesehen, hat man alle gesehen« versuchte sich an die Oberfläche seines Bewusstseins zu kämpfen. »Und wie machst du das?« kreuze sich Colin selbst dazwischen. Bafir ließ die nächste Darstellung laden. Am Anfang steht der Gedanke oder die Idee nur in deinem Kopf und dann entsteht etwas ganz Besonderes, etwas, das besser ist als die Idee. Colin nickte, überlegte, ob er eine weitere Frage stellen sollte. Die Höflichkeit forderte dies wohl. Dabei war er in seinem Leben schon immer recht einfach gestrickt gewesen. Vieles verstand er auch einfach nicht. Dazu gehörte auch dieses Lichtspiel. Dabei hätte er es gerne verstanden, wieso und warum sich jemand für etwas derart Langweiliges begeistern konnte und was es war, das er selbst nicht sah. In seinem bisher recht kurzen Leben hatte Colin nie etwas anderes getan, als seine Zeit mit Computern zu füllen. Spiele, Comics, interaktive Filme, Hologramme, Pornos. Wie ein ganz normaler Teenager, da unterschied er sich kaum von den anderen. Sein verborgenes Talent lag beim Verstehen und Anwenden von Technik und Software. Im Gegensatz zu Bafirs Licht war dies geordnet. Unverständlich. Collins großes Ziel bestand darin, zusammen mit Simon der Space Force beizutreten, um die Faszination des Fremden hautnah zu erleben. Im Grunde so wie genau in diesem Moment. Nur dass dies hier völlig anders war, als es jemals jemand berichtet hatte. Seit Colin denken konnte, warnten Medien und Militär vor der möglichen Bedrohung durch Außerirdische. Ihre Schiffe, ihre Präsenz, sogar ihre Welten. Jetzt, wo man wusste, wonach man schauen musste, war all das nur noch einschüchternd. Seit die Erde von den Kreaturen da draußen entdeckt worden war, bereitete man sich darauf vor, dass diese eines Tages ihre schleimigen Füße auf irdischen Boden setzen konnten. Bafir besaß allerdings weder schleimige Füße, noch schien er besonders an Waffen oder Eroberung interessiert zu sein. Er scheute noch nicht einmal, dass außerpladoische oder was auch immer Colin hier auf diesem Planeten war. Dieses kleine, spindeldürre Krebs-Alien hatte nur Augen für seine langweiligen Lichtgebilde. Im Kampf ums Überleben sollte es diesen einmal geben, würde es ihm jedoch nichts nutzen. Wie man es in der Space Force seit Anbeginn sagte, überleben bedeutet siegen, bedeutet kämpfen. Im Grunde war es wie ein Gebot, das jedem Menschen in die Wiege gelegt wurde. Unbestritten blieb, dass nur Sieger weder kamen und nur der, der weiterging, ein Sieger werden konnte. 570. So groß war die Besatzung der Manhattan in ihrem Ursprung. Über 250 sanitäre Einrichtungen waren auf dem Schiff installiert. Lieutenant Gorgeous lehnte an der Wand inmitten der Schlange für eine der 14 Verbliebenen, die noch funktionierten und unter 336 Überlebenden aufgeteilt worden waren. Die Schräglage des Schiffes machte eine Benutzung noch komplizierter, als sie ohnehin schon war. Gorgeous hielt sich den schmerzenden Bauch. Wie immer hatte sie ihre Notdurft bis zuletzt hinausgezögert und war kurz davor, ihr Führungsprinzip zu verraten und die drei Männer vor ihr hinter sich zu schicken. Es rumpelte in ihrem Innersten und schien sich auf das Schiff zu übertragen. Sie berührte die Wand an ihrem Rücken mit der Handfläche und erkannte mit einem Schrecken, dass der Rumpf tatsächlich vibrierte. In ihren ersten Gedanken verfluchte sie denjenigen, der aller Wahrscheinlichkeit nach den Antigrafantrieb aktiviert hatte. Aus dem Vibrieren wurde eine Schütterung von wenigen Sekunden. Das Licht flackerte und der Alarm setzte ein. Sofort aktivierte sie ihr Innenohrimplantat zur Brücke. Was ist passiert? Eine der Treibstoffleitungen ist geplatzt. Kriegen sie das wieder hin? Sicher, Ma'am, wir. Die Kommunikation wurde unterbrochen. Abermals erzitterte der Rumpf, diesmal jedoch um ein Vielfaches stärker als gerade zuvor. Gorgeous gab ihren Platz in der Schlange auf und stürzte, sich an der schrägen Wand entlang abstützend, nach oben zur Brücke. Die Leiter in die obere Sektion nahm sie mit nur vier Schritten. Bericht, bellte sie noch auf dem Korridor. Kaum dass sie die Brücke betreten hatte, wurden ihr die Schadensmeldungen entgegengehalten. Wir evakuieren, sagte Petty Officer Nell von der Kommunikation aus. Der Steuerbordplasmatank ist zu eben gebrochen. Unsere Treibstoffreserven treten aus. Die Zuleitung wurde bereits geschlossen. Wie zum Teufel konnte das geschehen? Ich fürchte, die unorthodoxen Verlegungen verschiedener Leitungen haben einige von uns weniger beachtete Sicherheitssysteme geschwächt, mutmaßte P.O. Carey. Gorgeous blickte über eine Reihe Schirme, auf denen die austretende Plasmawolke dargestellt wurde. Wie ein nebliges Ungeheuer kroch diese über den Boden und löste jegliche organische Materie auf. Verdammt, zischte sie und beobachtete, wie sich die Reste ihrer Mannschaft in die höheren Ebenen begaben, um dem sicheren Tod zu entgehen. Jedoch hatten nicht alle die Möglichkeit, dem Plasma durch Höhe zu entkommen. Wann löste es sich auf? In ca. zwei Minuten. Petty Officer Carey deutete auf seinen Timer neben seiner Schadensauflistung. Gorgeous verengte die Augen. Schließen Sie das dritte Shot in der vierten Untersektion. Ja, Ma'am. Weitere Shots schlossen sich auf ihren Befehl hin. Lichtsignale leiteten Flüchtende in sichere Abteilungen und selektierte Bereiche. Noch 60 Sekunden. Das sechste oder siebte Shot in der dritten Sektion. Schnell, befahl sie an die Schiffskontrolle. Ma'am, es befindet sich noch Personal in dieser Sektion. Ebenfalls in der achten. Wenn wir auf die hinterherhängenden warten, verlieren wir alle. Petty Officer Carey zögerte. Machen Sie schon, brüllte Gorgeous den jungen Mann an. Sie sind ohnehin verloren. Jawohl, Ma'am. Das Shot verriegelte sich und schloss neun Personen ein. Vier auf der anderen Seite des Shots lösten sich windend im sich ausbreitenden Plasma auf. Gorgeous sah nicht einmal hin. Ihre Augen fokussierten die Belagerung und ob die Aliens diese Notsituation für sich ausnutzen würden. Stattdessen wichen aber auch diese zurück. Deutlich weiter, als es ihre Besatzung tat. Eher beiläufig erkannte sie, dass sich diese Kreatoren an ihre schwarzen Knopfaugen fassten und wie blind umherstürzten. Ihre Hand suchte den Speicherbutton. Diese Aufzeichnung zu analysieren, konnte sich als wertvoll erweisen. Wieder die Evakuierung im Blickfeld ließe sich eine Verlustliste erstellen und sah auf den Timer, der den Verfall des Plasmas vorgab und gerade bei Null angekommen war. Wenn Sie das haben, klären Sie, wann die Reparatur an der FTL-Antenne fortgesetzt werden kann. Und ersetzen Sie unsere Verluste. Jawohl, Ma'am. Die übrigen Prioritäten bleiben bestehen. Ma'am, rief der Unteroffizier an der Schiffskontrolle sie an. Der Schaden soeben hat große Teile des IPS-Netzes zerstört. Wir können so nicht weiter. Machen Sie irgendwas. Ich kümmere mich später darum. Gorgeous hielt sich den schmerzenden Bauch und kam nicht umhin, daran zu denken, dass aufgrund dieses Vorfalls die Schlangen an den Toiletten von nun an erheblich kürzer werden würden. Dicht gedrängt Trappenschüler, Mannschaften und Unteroffiziere gleichermaßen den schmalen Korridor entlang. Immer wieder musste sich Simon irgendwo abstützen, um nicht zu fallen. Auch andere hatten Probleme, das Tempo zu halten. Nur Minuten war es her, dass er mit vier anderen in das Schiff hineingetrieben worden war. Werkzeuge und alles Unnötige sollten sie fallen lassen und nur um ihr Leben rennen. Hinter ihnen jagte eine blasse Wolke über den Boden. Kaum dass er mit seinem Fuß das Schiff berührte, schloss sich das Schott in seinem Rücken. Eine tiefe Stimme hinter ihm hatte laut »Halt« gerufen, eine sehr viel jüngere Stimme schrill und in schneller Abfolge ein panisches »Nein, nein, nein«. Das geschlossene Hangartor hatte jeden weiteren Ton abgewürgt. Simon blieb davon verschont, die Todesschreie der Techniker und eines seiner Mitschüler zu hören, die zu langsam gewesen waren. Im diffus beleuchteten Lagerraum ließ er sich in eine Ecke fallen, halb an die Wand gelehnt, von der Schräglage des Schiffes zu einem unbequemen, aufrechten Sitz gezwungen. Das aber waren nicht seine Gedanken. Was er eben durchlebt hatte, tobte unruhig in ihm auf und ab. Kein Junge in seinem Alter sollte so etwas erfahren, das konnte er mit Gewissheit sagen. Schweißnaß klebten ihm seine dunklen Haare an der Stirn. Er ließ die Schultern sinken und sah durch das halbdunkle Lager auf seine Mitschüler, die still oder wimmernd am Boden kauerten. Kaum jemand hier war weniger schockiert als er. Andere waren erleichtert, überlebt zu haben. Irgendwo weinte jemand, laut und nicht zu beruhigen. Womöglich waren es auch zwei. Niemand störte sich daran. Gründe gab es genug, derart emotional zusammenzubrechen. Wie aus dem Nichts schob sich ein kleines Paket aus dem Schatten vor seinen Augen. Simon hob sein erschöpftes Gesicht und sah auf den Körper von Anson Cuthon. Noch ein wenig höher konnte er in dessen Gesicht sehen. Es war ebenso von Unruhe durchzogen wie sein eigenes. Proteinriegel und etwas Wasser, sagte Cuthon und reichte das Paket ein Stück weiter. Simon ergriff es und nickte. Die gegenwärtige Situation ließ ihn wie jemand anders wirken, fast schon apathisch, was Simon sogar selbst bemerkte. Er hatte schon so viel fiktive Brutalität gesehen, schreckliche und perverse Dinge, teils so authentisch, dass er einige Sachen bewusst miet. Aber nichts, wirklich nichts, was er je in einer Simulation, einem Film oder Spiel mitgemacht hatte, kam der Realität nahe. Cuthon wandte sich an den nächsten Schüler. Simon sah ihm nicht einmal nach, stattdessen bohrten sich seine Augen förmlich in das gereichte Päckchen. In jeder anderen Situation hätte er jede Linie von Cuthons drahtigem Körper mit seinen Augen verfolgt und brauchte sich noch nicht einmal vorzustellen, wie dieser ohne Kleidung aussah. Lichtschatten und der enge Isoanzug taten dies zur Genüge. Stattdessen beobachtete er nur seine zitternden Hände, die sorgfältig das Paket öffneten. Aus schwarzer Folie gewickelt, hielt er einen leicht fettigen Riegel in seiner Hand. Der Geruch erinnerte ihn an Tomaten und Käse. Der andere Teil des Pakets enthielt genau einen halben Liter Wasser. Wenigstens gab es das Nötigste zum Überleben. Colin würde es sicher nicht leichter haben. Bei dem Gedanken an seinen besten und einzigen Freund versuchte er nun schon so ein Gefühl tausendsten Male eine Verbindung aufzubauen. Der letzte Versuch war beinahe eine Stunde her und gescheitert. Wie all die Male zuvor. Kein Signal. Abermals meldete sein Implantat, dass die zuvor genutzte Verbindung nicht verfügbar war. Vor Simons Auge schwebte eine nur für ihn sichtbare Liste mit der Frequenz, einer Signalbezeichnung, dem Verbindungsversuch und dem zuletzt gefundenen sowie genutzten Signal. Keines war verfügbar. Angesichts dieses Planeten bildete sich der Gedanke in seinem Kopf, dass Colin längst dieser fremden Welt zum Opfer gefallen war. Nichts anderes lag näher. Nein, zischte er zu sich selbst. Niemals würde er aufgeben. Abermals sendete er einen Ping aus und wartete auf eine Reaktion des Systems. Selbst wenn Colin tot war, so müsste er doch zumindest eine positive Resonanz erhalten, dass das Signal sein Ziel erreicht hatte. Simon entglitt ein tiefer Seufzer, als auch dieser Versuch erfolglos blieb. Resigniert schloss er die Augen und stützte sich auf seine Knie, die er herangezogen hatte. Leicht pulsierte in dem rot-schwarzen Schatten seiner Augenlider plötzlich ein neues Signal. Simon hob den Kopf und riss die Augen auf. Sofort wies er sein Implantat an, dieses Signal zu fokussieren. Das System seiner inneren Elektronik registrierte einen Sender und erlaubte es Simon, eine Verbindung aufzubauen. »Colin?« flüsterte er. »Bist du der beste Freund?« antwortete eine elektronische Stimme einer Übersetzungsmatrix. »Wer ist da?« fragte Simon und prüfte zugleich den Empfänger, nur um sicherzugehen, dass er sich nicht in einen fremden Kontakt verirrt hatte. Colin als Empfänger wurde bestätigt. »Ich bin bar vier.« »Wer?« wiederholte Colin erneut. »Ein Freund von Colin.« Simon überlegte. »Diesen Namen hatte er noch nie gehört. Waren noch andere Zivilisten in den Kapseln?« »Gehörst du zur Mannschaft?« »Nein«, übersetzte das System. »Bist du auch abgestürzt?« »Ich wohne hier.« Simon runzelte die Stirn. »Wie? Du wohnst hier? Etwa auf dieser Welt?« »Ja, ich bin ein...« »Hey, Slim!« platzte Collins Stimme hell und laut dazwischen. Simon wäre beinahe aufgesprungen, sah sich hektisch um und senkte seine Stimme. »Colin!« Er versuchte ein Holobild des anderen Empfängers vor seinen Augen aufzubauen und scheiterte damit. »Colin, was ist da los? Ist das etwa ein Ureinwohner?« Colin lachte hell. »Also ja, er ist ein Alien. Oh nein, er ist kein Ureinwohner.« »Ein Alien? Das ist ja...« Sofort erstickte Simon seine Begeisterung und sah sich unsicher um. »Das ist Wahnsinn! Wie ist er so?« »Schuppig, wie ein Krebs.« »Ich will ihn sehen,« forderte Simon beinahe schon euphorisch. »Hey, komm runter! Er kann jedes Wort hören!« Simon stutzte. »Wie das?« Collins Stimme erklärte mit wenigen Worten, wie Bafir das Signal umgeleitet hatte, um eine dauerhafte Verbindung zu etablieren. Danach erklärte er endlich, wie und wo er untergekommen war und dass er sogar etwas zu essen bekommen hatte. »Und warum hast du das nicht gleich gesagt, dass du in Sicherheit bist?« fragte Simon zwischen Empörung, Erleichterung und Neugierde über die Situation, in der sich sein bester Freund befand. »Ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, Slim. Ich dachte, ich sterbe hier oder so.« Simon sah auf den Proteinriegel. »Und stattdessen geht es dir besser als uns.« »Besser? Wie sieht's denn aus bei euch?« »Das Schiff bleibt Schrott. Wir sind eingeschlossen und versuchen, es wieder irgendwie hinzubekommen.« »Und dann?« »Ein Notsignal. Dazu müssen wir aber raus.« Simon unterbrach sich. Er wollte die Belagerung und die Krise zwischen beiden Völkern besser nicht erwähnen, solange Colin neben einem Alien saß. Er räusperte sich. »Und allein die Schlangen vor dem Klo. Betten gibt's auch keine.« »Und die Decken müssen wir uns teilen. Die wurden durchgeschnitten.« »Das klingt echt beschissen«, seufzte Colin, wechselte aber wieder die Stimmlage. »Hey Slim, wann kommen die mich holen?« Simon sah sich um. Angesichts der Belagerung, der vermehrten Probleme und der Tatsache, dass heute bereitwillig mehrere Menschen dem Tod überlassen worden waren, um die Mehrheit zu retten, würde es sehr wahrscheinlich zu keiner Rettungsaktion kommen.« »Ich weiß es nicht«, Simon schluckte. »Ich glaube nicht mal, dass die vorhaben, eine der Kapseln einzusammeln.« »Wieso? Warum sagst du sowas?« »Collins Stimme wurde höher.« »Es sind heute Menschen gestorben, eine aus unserer Klasse. Die haben das Schott geschlossen, um die anderen zu retten und ihn geopfert. Verdammt, deshalb. Ein Einzelner ist denen nichts wert.« Colin blickte auf. Vor ihm schwebte die holographische Darstellung von Simons Gesicht. Sein entsetzter Blick, seine geweihteten Augen und das verschwitzte Haar. Colin kannte ihn lange genug, um zu erkennen, wie ernst die Lage war. »Ihr Menschen seid schrecklich«, halte Bafiers Urteil in Collins Gedanken auf. »Nein, das Militär ist es«, sandte er die Antwort und sah auf das Hologramm seines besten Freundes. »Und nun? Ich kann doch nicht hierbleiben.« Durch Simons Darstellung hindurch blickte Colin auf das Fahrzeug, mit dem Bafia ihn hergebracht hatte. »Wie viele Tage sind wir mit diesem Ding unterwegs?« Simon war verdutzt. »Was meinst du?« »Oh«. Colin hatte nicht bemerkt, dass er laut gesprochen hatte und stellte die Frage in Gedanken an den Außerirdischen. Wieder an Simon gewandt, erklärte er, dass es dieses Fahrzeug gab. »Ein Auto?« Colin wiegte den Kopf. »Eher eine Art überdachtes, schwebendes Motorrad.« »Nimm es«, forderte Simon. Bafier konnte durch Collins Gedanken und die Übersetzung von Simons Antwort in etwa erkennen, was beide Jungen besprachen. »Etwa drei Poeg«, erklärte er. »Was bedeutet das?«, fragte Simon. »Tage«, übersetzte Colin. »Nur drei Tage?« »Nimm es«, forderte Simon abermals. »Aber es gehört meinem Vater«, merkte Bafier an. »Bitte, bitte, du musst ihn herbringen. «, flehte Simon. Bafier ließ sein Kopfhorn schaukeln und blähte anschließend seine Wangen auf. »Einverstanden. Versuchen wir es.« Die Systeme des Fahrzeugs, das Bafier als Encebo bezeichnete, fuhren schrill hoch. Blaue und orange Felder hoben sich von einer schwarzen Eingabefläche ab, und ein summendes Feld versetzte das Gefährt in die Schwebe. Die Krallen des Außerirdischen gelangten mit wenigen Bewegungen an alle Indikatoren und setzten das Zebo langsam in Bewegung. Colin schob das große hölzerne Tor der Scheune auf und sein Retter steuerte das Fahrzeug nach draußen. Wie abgesprochen verschloss Colin das Tor und stieg seitlich in das Gefährt, welches einem Militärhubschrauber gleich zu den Seiten hin offen stand. Beinahe schon unangenehm nah saß er an der Seite des Außerirdischen und sah sich kurz im hinteren Bereich um. Auf dem Rücksitz, auf dem Colin hergekommen war, stand eine metallische Kiste, in der Bafier nach eigenen Angaben alles Wichtige eingepackt hatte. Vorrangig Essen, Ersatzkleidung, Energiezellen. Noch immer auffällig langsam schob sich das Zebo über den Boden, im leisesten Modus und ohne Licht. Inzwischen hatte sich diese Seite des Planeten von seinem Stern abgewandt. Das trübe Wetter und der Wind waren noch ungemütlicher geworden, auch wenn der Regen nachgelassen hatte. Als die Lichter des Farmhauses weit genug entfernt waren, beschleunigte Bafier das Zebo mit dem Entlanggleiten seiner Finger an einer sich verfärbenden Linie auf dem Eingabefeld. Der plötzliche Schub drückte Colin in den weichen Sitz. »Wow!« rief er aus. »Das geht ja ab!« Grinsend sah er den Außerirdischen an. »Wie schnell kann das denn?« Bafier deutete auf eine Anzeige, die im blauen Bereich außerirdische Symbole darstellte. »Nochmal so viel.« »Mach mal!« forderte Colin. Bafier prüfte eine andere Anzeige und ließ diese mit Druck auf mehrere Indikatoren neu berechnen. »Einverstanden.« Vier weitere Tastenfelder wurden berührt und der hintere Teil des Zebo jaulte kräftig auf. Abermals wurde Colin in seinen Sitz gedrückt. Das Gefährt gewann etwas an Höhe und rauschte mit einer Geschwindigkeit über den unebenen Boden, wie Colin sie nur aus einer Achterbahn kannte. Er richtete sich langsam auf und hielt seine Hand aus der Öffnung zu seiner Rechten und prüfte den Luftwiderstand. Übermütig streckte er seinen Kopf gegen den harten Fahrtwind, der ihm an seinen blonden, halblangen Haaren zehrte. »Ja!« brüllte er hinaus und ließ einen schrillen Schrei erklingen. »Warum tust du das?« halte Bafiers Gedanke in seinem Kopf. »Warum tue ich was?« »Den Schrei.« »Das tun wir Menschen nun mal, wenn wir uns freuen.« Er zog seinen Kopf wieder rein und stieß Bafier an. »Versuch es auch mal!« Dieser aber verneinte, wie Colin an der Bewegung von dessen Kopfauswüchsen bereits erkennen konnte. Stattdessen fuhren transparente Scheiben aus dem hinteren Teil hervor und verschlossen das Fahrzeug vollständig. Ein leichtes oranges Licht sprang an und auch die Temperatur erhöhte sich ein wenig. »Langweiler!« grummelte Colin. »Ich habe gelernt, dass Menschen außergewöhnlich emotional und auch entsprechend aggressiv sein sollen. Aber bisher hast du dieses Verhalten nicht gezeigt.« »Ich bin doch nicht aggressiv!« empörte sich Colin mit lauter Stimme. Die Übersetzung seines Implantats an Bafier war jedoch unbetont. Dennoch blieb dem Außerirdischen anhand der verbalen Laute nicht verborgen, wie dieser sich erregt hatte, und er erwiderte den Ausbruch mit geweiteten Knopfaugen. Colin erkannte den Schrecken in Bafiers Gesicht, sackte in sich zusammen und sandte eine Entschuldigung aus. »Du hast recht, Menschen neigen zu starken Gefühlen!« Er versuchte zu lächeln. »Aber die gehen in alle Richtungen! Wir können uns genauso intensiv freuen und Gutes bewirken!« »Ja«, Bafier wandte sich wieder dem Steuer zu. Colin musterte ihn, sah durch das transparente Material neben sich und kurz darauf wieder auf seinen außerirdischen Retter. Ein weiterer Moment des Schweigens zog vorbei. »Ja, was?« fragte er schließlich. Bafier schien weniger glücklich über die letzten Momente zu sein. »Es ist so, dass wir Plado euch Menschen als besonders gefährlich und auch als besonders naiv klassifiziert haben.« »Naiv?« Colin wusste nicht, wie er das aufnehmen sollte. Es war kein Geheimnis, dass nur wenige Menschen mit hoher Intelligenz gesegnet waren. Auf rund zwei Millionen Dummköpfe kam ein einziges Genie. Es war auch nicht von der Hand zu weisen, dass die meisten eher die Fäuste als den Kopf anwandten, um ihre Probleme zu lösen. Derlei war jedoch ein Menschenproblem, das man nur mit Menschenmethoden lösen sollte. Um dem entgegenzuwirken, gab es Schulen, Erziehung, Gesetze und das Strafrecht. »Leichtgläubig, einfach zu beeinflussen«, erklärte sich Bafier. »Ich weiß, was naiv bedeutet«, brummte Colin. »Es war geplant, diese Eigenschaft zu benutzen«, setzte Bafier fort. »Benutzen?« Nun erschrak Colin, jedoch mehr vor der nicht weniger naiven Offenheit des Außerirdischen. »Ja, es war geplant, eure Heimatwelt von innen heraus zu lenken, eure Aggressivität zu demontieren.« Colin klappte den Mund auf, während Bafier einfach weiter seine Gedanken ausschüttete. »Wenn Menschen keine Waffen mehr haben, können sie niemandem mehr gefährlich werden.« Der Außerirdische sah ihn an. »Die Alternative wäre schlimmer.« »Schlimmer?« Bafiers Horn bestätigte. »Euch irgendwie unter Kontrolle halten.« »Aber wieso macht ihr sowas?« »Kontrolle unter Wanderung. Das hatten so viele Menschen zuvor schon so oft versucht.« »Nun aber wollten Kreaturen von außen dasselbe tun?« »Wenn man euch Menschen gestatten würde, technologisch so weit zu kommen wie alle anderen, wären die Schäden für andere Völker enorm. Es ist zum Schutz aller.« Colin schwieg, noch immer im Wechsel zwischen Entsetzen und Unglaube. Seit er vor 15 Jahren das Licht der Welt erblickt hatte, herrschte um ihn herum die Angst vor den Außerirdischen. Filme erzählten schon vor Hunderten von Jahren, dass es eines Tages zu einer Invasion kommen würde. Alle Militärs der Welt hatten sich lange vor seiner Geburt zur Space Force vereint. Mit Schiffen, Satelliten und Stationen schützte man den blauen Planeten vor jedem Einfluss. Kein fremdes Objekt kam mehr unbemerkt in das Sonnensystem oder über den Kuipergürtel hinaus. Nie wieder durfte dergleichen geschehen. Zusammen mit Simon lachte Colin immer wieder über diese Geld- und Zeitverschwendung, denn noch nie war eine Spezies in Erscheinung getreten, die es mit der Erde aufnehmen konnte. Selbst dieses eine Schiff des Jahres 2089, welches man nach einem uralten Fantasyfilm, den Todesstern, genannt hatte, hatte man nie wiedergefunden. Nicht aus Angst oder wegen der Prävention wollten er und Simon zu Space Navy, sondern um das Außerirdische zu erfahren. Nun aber schien es, dass die Befürchtungen der Leitenden und Lenkenden weit realer waren, als Colin oder Simon es jemals angenommen hatten. Wenn die Plado wirklich die irdische Militärmacht untergruben und demontierten, würden sie auf gewisse Weise cheaten. Das Gleichgewicht in der Galaxie würde sich verschieben und die Menschen wären durch Außerirdische diktiert. Dies nahm den Menschen jede Chance auf einen Sieg, verurteilten sie zu Verlierern, ohne dass sie je eine Chance erhielten. Es war ungerecht, es war falsch. Jedes System, jedes Ding, jedes Volk sollte dieselben Chancen bekommen. Niemand betrat ein Spielfeld, auf dem einer der Gegner schon im Vorfeld festlegte, wie gespielt werden würde. Die Plado waren nicht das, was Baphir darstellte. Colin fühlte sich verraten. Dabei hatte er gerade begonnen, Simons träumerisch positive Ansichten bezüglich fremden Lebens anzunehmen. 4. Um der gefühlten Enge des Lagerraums zu entkommen, in der die anderen Jungen seiner Klasse rülpsten, furzten oder schnarchten, verließ Simon seinen zugewiesenen Ruheplatz und schlich im Schutz der Dunkelheit durch die verlassenen Bereiche des Schiffes. Bis auf eine Notschicht und eine Handvoll Wachen sollte jeder im Schiff Schlaf finden. Simon war noch nie gut darin gewesen, auf Kommando einzuschlafen, weshalb er sich abseits der anderen ein wenig Ablenkung erhoffte. Dazu schob er seinen schmächtigen Körper über zwei umgestürzte Träger und betrat einen der vielen gesperrten Korridore. Niemand hatte hier irgendetwas geräumt. Gruß lag auf Trümmerbrocken und füllte die Luft mit saurem Geruch. Das hintere Ende war komplett verschüttet. Verformte Klumpen aus Trägern, Schotz und Außenhülle versperrten den Korridor nach nur wenigen Metern. Dennoch fühlte sich Simon in dieser engen Sackgasse freier als bei seinen Klassenkameraden. Schon in der Schule war er der Außenseiter gewesen, der entweder ausgelacht, gehänselt oder ignoriert wurde. Nur Colin, dem es kaum besser ging, stand an seiner Seite. Einiges davon hatte sich kürzlich hier auf der Manhattan geändert, wobei das vermehrt daran lag, dass den meisten die Kraft oder der Wille fehlte, etwas zu unternehmen, was in die alten Schemata passte. Zwölf Mitschüler und der Klassenlehrer waren bereits tot. Die übrigen frohren, hungerten und standen unter dem Kommando des Militärs. So hatte sich bestimmt niemand den Klassenausflug vorgestellt. Geplant war ein Besuch auf der Manhattan während ihrer Tour zum Jupiter gewesen, um sich die Arbeiten auf Ganymede anzusehen und sich danach wieder auf den Weg zur Erde zu machen. Keine sechs Stunden waren dafür vorgesehen gewesen. Inzwischen waren es schon zwei Tage und unzählige weitere standen in Aussicht. Simon kickte ein verbogenes Stück der Wandverkleidung zur Seite, als etwas Dunkles und Schweres dem Metall ein wenig folgte. Erst stieß er prüfend mit dem Fuß dagegen, ging anschließend in die Hocke und griff nach seinem Fund. Mit geweiteten Augen erkannte er ein Computerpad. Militärausführung. Kurz von links nach rechts gedreht, die Rückseite im sanften Schein der Notlampen betrachtend, wischte er über die schwarze Eingabefläche. An der linken Seite gab es einen analogen Einschalter, welchen er leicht eindrückte. Das System des Computers startete. Eine endlos scheinende Reihe an Codzahlen flutete den Schirm, ehe sich das Hauptmenü öffnete. Ein plötzliches Geräusch, gefolgt von einer Stimme, ließ ihn herumfahren. Im Quergang näherten sich zwei Männer. Sofort öffnete er den Klettverschluss seines Jumpsuits, schob das Pet vor seinen Bauch, den er tief einzog und verschloss sofort wieder seinen dunklen Anzug. »Hey, ist da wer?« Beißende Lichtstrahlen schlugen in den Gang hinein und trafen auf Simons Gesicht. »Bist du ein beschissener Schlafwandler? Raus da!« Der Unteroffizier forderte mit einer Handbewegung Simon auf, diesen gesperrten Korridor zu verlassen. Die Arme vor seinen Oberkörper halten, folgte Simon der Aufforderung. Kaum war er über die Träger gestiegen, packte der Mann ihn grob am Hals. »Was hast du da gemacht?« »Nichts«, stieß Simon hervor. »Ich wollte nur etwas Ruhe.« Der Mann musterte kurz die verkrampfte Haltung und grunzte förmlich. »Ist ja widerlich!« Er ließ ihn los und hob seinen Finger in Simons Gesicht. »Ihr Belger macht hier nur, was wir euch sagen. Ist das klar?« »Ja, Sir«, flüsterte Simon unter den Schmerzen an seinem Hals und miet dabei den Blick des Uniformierten. »Geh schlafen!« Der Mann stieß ihn in Richtung des Lagerraums. »Hey«, sagte nun der zweite Mann. »Was soll das denn?«, fragte er angesichts des groben Verhaltens seines Kollegen. »Grudges hat schon recht. Ohne die Belger wären wir nicht hier.« Nochmals schickte er Simon weg. »Verpiss dich endlich, du Wichser!« »Hey!« Nun griff der zweite den ersten am Arm. »Er kann dafür genauso wenig wie du!« »Wir sitzen hier alle in der Scheiße!« Simon war beinahe dankbar für den Zwist zwischen den zwei Crewmen und setzte seinen Weg mit schnelleren Schritten fort. Wieder im Lagerraum suchte er sich seine Ecke abseits der anderen. Einige der Container versperrten den Blick in die Gänze des Raumes. Sich seine zugeteilte halbe Decke nehmend und noch tiefer in der Ecke niederlassend, zog er das Pad heraus und berührte die Eingabefläche. Das System war bereits hochgefahren und es war ihm ein leichtes, die Schiffskommunikation zu finden. Es gab in der Auflistung Verweise auf die hier im Orbit stehenden Satelliten und sogar einige Bestimmungskoordinaten. Ebenso erfasste er sein eigenes Kommunikationsimplantat, rief dieses über das Pad auf und wurde zur Passworteingabe aufgerufen. Kaum dass er seine durchaus komplexe Reihe an Zahlen und Buchstaben eingegeben hatte, standen ihm alle Funktionen seines Gerätes über das Pad zur Verfügung, so wie zu Hause an seinem Computer, über die er diverse Modifikationen vornehmen konnte. Er musste keine zweite Sekunde darüber nachdenken, wem er als erstes eine Nachricht schicken würde. In seiner überschaubaren Kontaktliste war Colin der einzig mögliche Empfänger. Über dem Pad setzte sich aus groben freischwebenden Pixeln ein Feld zusammen, das den Verbindungsversuch darstellte. Eine helle Sonne drehte sich mit ihren spitzen Strahlen, während in ihrem Inneren die Anzahl der Versuche und ein Timer angezeigt wurden, darunter ein Signalstärkebalken. Simon lehnte sich zurück und schlang die dünne Decke um seinen Oberkörper. Corday, rief eine helle Stimme Simons Familiennamen. Simon warf die Decke sofort über den Holo-Emitter und blickte auf. Du kannst es nicht verstecken, jeder hat das verdammte Licht gesehen. Aus dem Schatten trat Daya in Simons Blickfeld. Was willst du? fuhr er sie ruppig an. Wirst du gleich mit Colin sprechen? Er wandte seinen Blick ab. Was geht dich das an? Jeder andere wäre wohl nach dieser Aussage gegangen. Daya jedoch blieb. Simon hatte sie immer als eine der schlimmsten seiner Klasse empfunden. Sie war die Königin unter den Mädchen. Oberflächlich, arrogant, herablassend und gleichzeitig dumm wie nichts anderes. Ihre Lebenskunst bestand darin, sich für nichts zu interessieren und dabei zu wirken, als kenne sie bereits alles. Ich bin stellvertretende Klassensprecherin, erklärte sie sich. Stutzend sah er auf. Er kannte nicht das Mädchen aus der Klasse, das darüber lachte, wenn jemand etwas sagte, das sie nicht verstand. Und wieso kümmerst du dich nicht um die Klasse? Sein Kopf deutete in die Richtung der anderen. Weil du und Colin dazugehört. Daya hockte sich zu ihm und deutete auf das Pet. Wie geht es ihm? Simon schwieg, bewegte sich nicht und suchte nach Worten, um sie zu vertreiben. Daya jedoch rückte sogar etwas näher. Bitte, flüsterte sie. Bitte was, raunte er. Hast du eine Wette verloren oder warum redest du mit mir? Daya senkte ihre dunklen Augen und behielt die Ruhe. Ich verstehe, warum du so reagierst. Ich nehme es dir nicht übel. Aber bitte glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich immer nur eine Rolle gespielt habe. War das gerade eine komplexe Aussage mit zwei Nebensätzen und einem Hauptsatz, ohne Ä zu sagen oder dämlich zu kichern? Daya schien zu glucksen. Sei schlau und stell dich dumm. Sie zuckte mit den Schultern. Seit Jahrhunderten bewährt. Simon runzelte die Stirn, während das Mädchen vor ihm sich nach den anderen umsah. Du weißt, dass es einfacher ist, nicht immer alles zu wissen. Je klüger du bist, desto bekloppter wirkst du auf Idioten. Simon musste ihr zustimmen. Sein Freundeskreis bezog sich allein auf Colin, was ihm mehr als genügte. Alles andere war einfach zu anstrengend. Es war nahezu unmöglich, jemanden zu finden, der Informationen genauso verarbeitete wie man selbst, wenn das eigene Gehirn so funktionierte, wie das von nur zwei Prozent vom Rest der Weltbevölkerung. Als Außenseiter gehörten Colin und Simon zu diesem Prozentsatz. »Gibt auch kluge Mädchen, die beliebt sind«, meinte er. »Ja, aber niemand will ein Freak-Girl.« »Freak?« Daya zog die Decke weg, hob ihre Hand ins Licht, nahe Simons Gesicht. »Schau hin!« Leicht waberte der Schein des Holofeldes über ihrer Handfläche. »Was ist das?« Simon sah genauer hin. Das Licht schien sich in ihrer Handfläche zu brechen. Daya grinste. »Berühre es!« »Öh, was?« »Keine Sorge, es ist klein«, versprach sie, ohne dass Simon verstand, wovon sie sprach. Zögerlich hob er seinen Finger und berührte diese wabernde Luft, bis er einen unsichtbaren Widerstand spürte und kurz darauf einen kleinen elektrischen Schlag bekam. »Autsch!« Reflexartig zog er seine Hand zurück. »Stell dich nicht so an. Ich habe schon größere Blasen gemacht.« Simon starrte Daya an. »Du hast das Quantum-Gen!« Er sah wieder auf die Handfläche und begriff, was sie imstande war zu tun. »Ist dir klar, welche Macht du hast?« »Ja, und mir ist auch klar, dass ich das melden müsste. Ich bin echt froh, dass man es von außen nicht sieht.« Simon nickte wissend. Vor weniger als 100 Jahren zog es in der neuen Generation an Menschen einen hohen Preis mit sich, das Quantum-Gen zu besitzen. Die meisten waren irgendwo schwer entstellt, körperlich oder geistig. Es waren die aus Plado-Technik bestehenden Implantate und Nanomaschinen, die dieses Defizit korrigierten und so den Menschen und seine Weiterentwicklung stabilisierten. »Hast du auch ein Implantat?« Daya schüttelte den Kopf. »Nein, meine Eltern haben in Europa eine illegale Nano-Behandlung durchführen lassen, als klar wurde, dass ich ansonsten mit Schäden auf die Welt kommen würde.« Simon nickte. »Ja, das haben sie bei Colin auch gemacht.« Sie hob interessiert die Augenbraue. »Und was kann er?« »Nichts.« Simon zuckte mit den Schultern. »Irgendwie kann er nichts. Er ist ein Außenseiter, weil er fett ist.« Daya kniff unglücklich den Mund zusammen, was Simon dazu veranlasste, noch einmal nachzudenken. »Na ja, er kann vier oder fünf Tage am Stück wach sein.« »Echt?« Sie staunte. »Ohne Erschöpfung?« »Er muss dann halt ständig essen. Und er ist kräftiger, als er aussieht«, erklärte Simon weiter. »Slim, was ist los?« erklang die metallische Stimme des eben Bedachten aus dem Pet. Daya forderte Simon mit einem Blick auf, das Gespräch anzunehmen. »Hi«, grüßte Simon. »Es ist mitten in der Nacht. Was ist?« forderte Colin zu erfahren. Daya setzte sich plötzlich an Simons Seite. »Hallo, Cole!« Auf dem Holofeld weiteten sich die kleinen Augen inmitten von Collins rundem Gesicht. Seine fettigen Haarsträhnen schob er beiseite und blinzelte nervös. »Daya!« Simon verdrehte leicht die Augen. »Sie hat mich erwischt. Außerdem ist sie jetzt Klassensprecher.« »Warum denn das?« »Ilona ist tot«, erklärte das Mädchen und schluckte. Bisher hatte sie es nicht aussprechen müssen, da es jeder wusste. »Was?« rief Colin aus. »Was geht denn da bei euch ab?« »Wir versuchen, das Schiff zu reparieren, ein Notsignal zu Erde zu senden,« erklärte sie. »Ich weiß, aber wann kommen die?« fragte Colin mit leicht gesenkter Stimme, während die Holographie seines Kopfes immer wieder kurz aus dem sichtbaren Bereich verschwand. »Weiß nicht, wird noch dauern«, meinte Simon. »Okay. Okay, ich bin bald da.« »Wie? Da? Was meinst du damit?« fragte Daya irritiert. »Ich kann fliegen!« Colin lachte auf. »Eine Art fliegendes Motorrad«, konkretisierte Simon, als er das Stirnrunzeln in ihrem Gesicht erkannte. »Das geht mal richtig ab. Schon übermorgen kann ich bei euch sein. Hier gibt es eine Art Navi. Auch wenn ich die Zahlen nicht lesen kann, ein Drittel der Strecke habe ich hinter mir.« Das Gespräch zwischen Simon, Colin und Daya, wenn auch geflüstert, drang durch das halbe Lager. Anson Nicks Robespierre, welcher zusammen mit Manuel Cuthon die Aufsicht über den unteren Teil des Schiffes übertragen bekommen hatte, riss ein helles Kichern aus dem Halbschlaf. Bemüht, seinen Dienstkollegen nicht zu wecken, richtete er sich auf und spähte durch das Dunkel der unübersichtlichen Halle. Das Licht in der hintersten Ecke, teils verborgen durch mehrere Container und die hier installierte Stapelmaschine, drang schimmernd über Wand und Decke an seine Netzhaut. Noch behutsamer als eben richtete er sich auf, trat um die Maschine herum und näherte sich den Containern, hinter denen er Simon und Daya entdeckte. »Was macht ihr da? Schlaft besser. Die nächsten Tage werden noch sehr anstrengend.« Daya fühlte sich sofort ermahnt und sprang förmlich auf. Der Ensinn hatte jedoch nur Augen für das Hologramm in der Hand des Jungen. Das dort dargestellte Gesicht war ihm bisher nicht untergekommen. »Wo befindet sich dieser Junge?« Simon zuckte mit den Schultern und deaktivierte die Verbindung. »Verdammt weit weg! Er war in einer der Rettungskapseln. Einer Kapsel?« Mehr als zwei Dutzend Kapseln waren gestartet, alle in Panik und ohne Order. Von den Technikern, zu denen auch er gehörte, hatte nur ein Einzelner gewagt, eine Kapsel widerrechtlich zu benutzen. Dummerweise waren die Kapseln auf dem Maschinendeck genutzt worden, um die Zivilisten zu schützen. Dieser Junge da draußen war also nur deshalb dort, weil einer seiner direkten Kollegen die Nerven verloren hatte, anstatt seine Energie in den Erhalt des Schiffes zu stecken. Robespierre hockte sich hin und musterte den schmächtigen Jungen mit dem Pad in der Hand. »Du bist Simon, stimmt's?« fragte er rhetorisch. Bestätigend nickte der. »Ich baue mit Manuel an der FTL-Antenne.« Robespierre lächelte darüber, dass der ihm unbekannte Junge seinen Kollegen beim Vornamen nannte. »Und du warst gestern auf der Brücke, nicht wahr?« Die Augen des Ensigns deuteten auf das leere Standby im Hologramm. »Und das da wolltest du uns vermutlich sagen, oder?« Simon zuckte mit den Schultern. »Tja, Erwachsene hören eben nie zu.« Sich an seine eigene Jugend erinnernd, musste Robespierre nicken. »Ich bin noch nicht sehr lange erwachsen. Aber ja, du hast recht. Und das wird sich wohl auch nie ändern.« Abermals deutete er auf das Holofeld. »Wie macht ihr das? Wir sind seit Stunden im Satellitenschatten.« Colin benutzt ein rotierendes System, das mehrere Satelliten einsetzt. Anerkennend hob sich der Daumen des Ensigns. »Das hat nicht mal Kira geschafft, und sie ist unser Kommunikationsoffizier.« »Deswegen nennen alle die beiden Freaks. Die können sowas.«, warf Daya ein. Der junge Ensign warf ihr einen längeren Blick zu, und in seinen Augen lag eine kleine Anklage. »Deswegen sind es auch die Freaks, die auf Schiffen stationiert werden, während der Rest seinen unkreativen Arsch auf der Erde lassen darf.« »Touché«, brachte Daya raus und zuckte mit den Schultern. »Wann fliegen wir ab?«, wollte Simon wissen. »Colin kann schon in zwei Tagen bei uns sein.« Wieder zuckte Robespieres Augenbraue. »So nahe befinden sich keine Kapseln.« »Er hat ein Auto«, erklärte Daya, und Simon stieß sie darauf mit dem Ellenbogen und mit einem Brummen aus seiner Kehle. »Ein Auto«, der Ensign dachte an die verschiedenen Transportmaschinen. Zwei waren irreparabel beschädigt, aber keine der noch funktionierenden wurde vermisst. Eigentlich sollte er einer solchen Information keinen Wert beimessen. Simons Reaktion jedoch war auffällig. »Und das hat er woher?« »Es stammt von hier«, räumte Simon ein. »Okay, geht schlafen. Wir haben morgen viel zu tun«, sagte Robespier in Verkennung von Simons Worten. Sein Finger deutete zum Pet. »Und wir verschwinden nicht ohne deinen Freund. Versprochen.« Sich wieder aufrichtend sah der junge Offizier Daya nach, wie diese an ihren Schlafplatz gingen. Er merkte, wie ihn der schmächtige Junge mit seinen Augen beinahe unangenehm musterte. Manuel hatte ihm schon erzählt, dass Simon diesbezüglich recht unverhohlen war. »Schlaf jetzt«, wiederholte er sich und ging ebenfalls zu seinem Platz zurück. Dort hob Anson Cuthon die dünne Decke, die sie sich teilen mussten, an und ließ seinen Kollegen darunter schlüpfen. »Was war los?« »Nichts«. Robespier legte sich auf seine Seite und ärgerte sich, dass er seine Schlafstelle verlassen hatte. »Was ist da drüben passiert?«, hakte Cuthon nach. Robespier lachte abfällig. »Simon hat mich mit seinen Augen förmlich ausgezogen. Musst ihr also nichts drauf einbilden?« »Das meine ich nicht«, brummte Cuthon in sein Ohr. Nur Augenblicke später spürte Robespier die Gedanken seines Kollegen in seinem Kopfgraben. »Wie oft war dieser ihm schon derart intim nahe gekommen. Gerade junge Erinnerungen lagen oft so präsent wie das gesprochene Wort. Nerv jetzt nicht«, forderte er und versuchte, den Homoquanten aus seinem Gehirn zu vertreiben, jedoch vergeblich. »Du musst es Gutes sagen«, mahnte Cuthon leise, nachdem er gelesen hatte, was gerade geschehen war. Robespier seufzte. »Ich weiß.« Seit dem nächtlichen Angriff war kein Plado mehr dem Schiff nahe gekommen. Ihre Präsenz aber blieb ein bedrohlicher Schatten, der sich wispernd um die Manhattan verborgen hielt. Die Ensigns, Robespier und Cuthon führten die zweite Schicht, bestehend aus zwei Technikern und den Schülern Simon, André und Haruki an. Das eine Team war eingeteilt für die FTL-Antenne und das andere, bestehend aus drei weiteren Klassenkameraden und einen Technikern, für den Pulsablaster unter der Sicherung von zwei Dutzend gepanzerten Männern und Frauen um das Schiff herum. Die erste Helferschicht hatte sich ihre Pause verdient und musste erst wieder in vier Stunden raus. Die eigentlichen Techniker blieben die meiste Zeit hier draußen. Das zahlenmäßig stärkere Team am Pulsablaster war gezwungen, in mehr als zehn Metern Höhe an mehreren Seilen zu hängen. Unten am Boden versorgten die drei Jugendlichen die Techniker mit Werkzeugen und Wasserflaschen, die sie in einen Eimer legten und über die elektronische Seilwinde nach oben führten. Außerdem hatten sie die Kontrolle über die Bewegung der freihängenden Männer über ihnen. Vier Sicherheitskräfte mit jeweils zwei Nanoschilden hingen ebenfalls dort. Im Falle eines möglichen Angriffs mussten alle sieben Männer zeitgleich abgeseilt werden. An der FTL-Antenne saß Simon in einer kurzen Handlungspause hinüber zu Daya, die Teil des ersten Teams war. Zusammen mit Alexander, dem ehemaligen Rädelsführer des Klassenmops, und einer ihrer Freundinnen saß sie am Boden und beobachtete die Seilwinde. Simon dachte darüber nach, ob man Daya als lebendes Schutzschild einsetzen würde, wenn hier jemand wüsste, was sie konnte. Ihre Fähigkeiten erlaubten es ihr schließlich, sich beinahe jeder Gewalt gefahrlos zu stellen. Sie hatte ihm vertraut und sich zu erkennen gegeben. Sollte er ihr auch trauen? Sollte er ihr sagen, wie sehr er sich um Colin sorgte, weil er seit dem Gespräch mit dem Lieutenant keinen Anruf mehr entgegengenommen hatte? Oder sollte er beichten, dass er mit einem gewissen Aufgebot aus Neid und Missgunst hinnahm, wie sein bester Freund plötzlich Teil der Space Force sein durfte, und das sogar ohne Grundlage oder Ausbildung? Und, um das Neidpaket komplett zu machen, dazu noch mit einem Außerirdischen in einem schwebenden Flugzeug umherkurfte? Natürlich würde er nichts davon sagen und richtete seinen Blick wieder auf. »Nun gib schon«, drang Andrés Stimme an sein Ohr. Halb erschrocken wandte sich Simon ihm zu. »Was? Du sollst mir den Phasenscanner geben, du beschissener Freak«, blaffte der kräftige Junge, der zusammen mit Haruki tüchtig anpacken musste. Ihre Aufgabe bestand darin, verschmorte Teile herauszureißen und durch Neufabrizierte zu ersetzen. Neue Leitungen wurden verbunden und Untersystemknotenpunkte entsprechend konfiguriert. Simon sah auf seiner Hand. Während er Daia anstarrte, hatte er das von André geforderte Gerät krampfhaft festgehalten. Aufgrund des Ausbruchs seitens Andrés warf er ihm den Scanner vor die Füße. »Fick dich doch einfach! Fick du dich doch!« André stampfte auf ihn zu, holte aus und wurde nur durch Haruki daran gehindert, zuzuschlagen. Auch die beiden Techniker wandten sich nun den Jugendlichen zu. »Geht's noch?« fragte der Erste. »Wenn ihr nicht helfen könnt, verschwindet!« forderte der Zweite. André stieß Simon gegen die Schulter. »Ja, hau ab!« Simon ließ sich das kein zweites Mal sagen, machte kehrt und rannte den Weg entlang, den er eben noch unter Schutz genommen hatte. »Hey, Simon, halt!« rief Anson Cuthon ihm nach, als er begriff, dass sich Simon schutzlos vor möglichem Feindfeuer auf offenem Gelände bewegte. Jeder Mann und jede Frau sahen dem Laufenden nach, bis er im Inneren des offenen Hangardecks verschwunden war. »Schade, dass er nicht erschossen wurde!« zischte Alexander und trat in den Dreck. »Hallo?« Daia fuhr ihn an. »Scheiß, Alienfreak!« »Was weißt du denn?« blaffte sie den hochgewachsenen Jungen an. »Ich weiß, dass er alles in einem ist. Homo, Homoquant und Freak. Kein normaler Mensch würde irgendwas Perverses auf dieselbe Stufe stellen.« Daia stieß ihn kräftig an. »Du bist sowas von krank! Was ist nur dein Problem?« Alexander stieß sie zurück. »Was ist deins? Weshalb verteidigst du den Freak?« »Weil er keiner ist!« fauchte sie. Aus dem Hintergrund tauchte Anson Robespierr auf und packte beide ruppig bei der Schulter. »Es reicht! Was ist mit euch Kindern nur los?« Kräftig drückte er sie auseinander. »Ist euch eigentlich klar, in was für einer Scheiße wir hier alle zusammenstecken?« Daia riss sich los. »Ich schon. Aber Alex muss hier ja seinen Rassismus ausspucken!« Sie sah ihn an und die Ironie stand in seinem dunklen Gesicht geschrieben. »Vor 400 Jahren hat man seine Vorfahren wegen ihrer Hautfarbe erhängt. Und jetzt spuckt er genau die gleiche Scheiße aus.« »Homoquanten sind keine Menschen!« »Jetzt ist Schluss!« fuhr Robespierr ihn an. »Was stimmt mit dir nicht?« »Er ist vermutlich selbst einer!«, fluchte Daia. »Und seine Superkraft ist es, ohne Eier tief zu sprechen.« »Verdammt!« Robespierr wandte sich drohend an das junge Mädchen. »Das ist kein Stück besser! Ruhe jetzt!« Von alledem nichts mitbekommend warf sich Simon in seine Ecke im Lagerraum, trat die Decke zur Seite und griff nach dem Pad, das er dort versteckt hielt. In seinem Kopf aktivierte er das Implantat und versuchte einen neuen Anruf an Colin. Die Holodarstellung des Pads zählte diesen zu den vier Vorherigen als abgelehnt hinzu. Resigniert deaktivierte er das Gerät und warf es mit sanftem Schwung auf die Decke vor sich. Seufzend legte er die Hände ins Gesicht und fragte sich, was noch alles passieren würde. Ein sich langsam nähernder Schatten ließ ihn aufblicken. Aus dem Tageslicht schälte sich Daia, die fast schon zögerlich an ihn herantrat. »Alles okay?« »Ja.« »Also, Lügen ist echt nicht deine Stärke.« »Kennst dich damit aus, hm?« konterte er und richtete sich sitzend auf. »Zwangsweise!« Sie zuckte mit den Schultern und näherte sich noch einen Schritt. »Willst du mir sagen, was los ist?« Simon sah auf das Pad, auf seine Hände und anschließend an Daia vorbei in das Lager. »Schau dich um!« Sie verdrehte leicht die Augen. »Ja, wir sind Lichtjahre von der Erde entfernt auf einem fremden Planeten gestrandet.« Simon nickte. »Und wir führen Krieg gegen die Bewohner.« Sein Kopf deutete zum Korridor. »Sie reparieren die eine Bordwaffe, um in die Belagerung zu feuern.« »Wir haben das Recht auf Selbstverteidigung. Es ist unsere Pflicht,« stellte sie klar. »Ebenso zu helfen.« Simon wölbte die Augenbrauen. »Dieser ganze Krieg ist falsch. Wir haben ihn angefangen. Wir sind auf deren Planeten, nicht die auf unserem.« Daia wollte sofort zu einer Erwiderung ansetzen, vermutlich so, wie es jedem anerzogen wurde. Patriotisch. Im letzten Augenblick hielt sie jedoch inne und dachte einen Moment nach. »So habe ich das noch nie gesehen.« Er lächelte bitter. »Das tut leider niemand.« »Und das beschäftigt dich so?« Simons Fuß stieß gegen die Decke, auf der das Pad lag. »Sie ziehen Colin mit rein. Er ist da draußen, ist jetzt ein Crewman und macht irgendwas für diesen Lieutenant, für diesen Krieg.« »Und was soll er da machen?« Simon zuckte mit den Schultern. »Er soll irgendwas ausbauen. Aber es stört mich, wie sie ihn instrumentalisieren und dass er so bereitwillig mitmacht.« »Verstehe.« »Colin würde nie kapieren, dass dieser Krieg falsch ist. Er kann manchmal so stumpf sein.« Daia hockte sich nieder und sah Simon in die Augen. »Ich denke, ich kann nachempfinden, wie es dir geht. Er dort, du hier, kein Kontakt und verschiedene Ansichten.« Sie lächelte »Gönne es euch nämlich.« Simon runzelte die Stirn. »Du gönnst uns was?« »Na, ihr seid doch zusammen, oder?« fragte Daia leicht verunsichert. »Nein«, stieß Simon beinah empört aus. »Meine Güte, nein!« »Nicht?« »Nein, doch nicht Colin.« »Verdammt, wir sind beste Freunde.« Daia schürzte die Lippen. »Die halbe Schule, denkt das.« Simon musste lachen. »Wirklich?« Er schüttelte den Kopf. »Dabei steht Colin auf dich.« Nun war es Daia, die ihre Stirn runzelte. »Er steht auf mich?« Simon legte seinen Kopf schief und grinste. »Schon seit der vierten Klasse.« »Aber wieso?« Simon verdrehte die Augen. »Wirklich?« »Du stehst jeden Tag mindestens drei Stunden vor dem Spiegel und weißt nicht einmal, wie du aussiehst.« »Bitte?« Sie verschränkte die Arme. »Ich nehme mir maximal eine Stunde Zeit.« »Sieht man.« Sie griff in ihre schulterlangen Strähnen. »Wie alle hier habe ich seit zwei Tagen nicht geduscht, geschweige denn meine Zähne geputzt.« »Colin würde dich unter allen Umständen nehmen.« Zögerlich hob Daia nun ihren Finger. »Aber mit wem hast du dann heute Morgen geflirtet, wenn nicht mit Colin?« »Heute morgen?« »Ehe du zum Lieutenant gegangen bist.« »Ich habe ein wenig von deinem Gespräch mitbekommen.« Simon kniff den Mund zusammen und zögerte einen Moment, sich zu erklären. »Also...« »Das... das war Baphir.« »Ber?« »Baphir. Er ist ein Plado und ein ziemlich niedlicher dazu.« Er grinste ein wenig verlegen. Daia klappte der Mund auf. »Du sprichst mit einem Plado?« Simon beugte sich ein wenig vor. »Auch und gerade deswegen mag ich diesen Krieg nicht. Baphir hasst ihn ebenso. Jeder Plado hasst diesen Krieg.« Leicht verschwörerisch senkte er seine Stimme. »Und wie Colin wird Baphir instrumentalisiert. Ohne es zu merken.« »Wie meinst du das?« Simon ruckte mit dem Kopf, da er nahe des Eingangs eine Bewegung im Schatten ausmachen konnte. Im Flüsterton wandte er sich wieder an das Mädchen. »Baphir bringt Colin hierher. Es ist sein Fahrzeug. Er tut das, weil er sich gar nicht als Feind empfindet.« Er schüttelte langsam den Kopf. »Und ich ihn auch nicht. Er ist sanft und freundlich.« Er schluckte und vermied es gerade so, den Gedanken auszusprechen, dass er zu gern mit Colin den Platz getauscht hätte. Es wäre sehr wahrscheinlich auch in Collins Sinne gewesen, hier bei Daya zu sitzen. Simon würde zusammen mit Baphir den Planeten erkunden und Colin könnte sich bei dem Mädchen seiner feuchten Träume in aller Ruhe blamieren. »Du stehst also auf diesem Baphir?« Wieder bewegte sich hinter ihr ein Schatten und Simon erkannte diesen als Alexander, der am Schott stand und große Ohren machte. »Alex lauscht!« flüsterte er. Daya wandte sich um und sah nur noch, wie der Junge mit schnellen Schritten das Weite suchte. »Er hat nichts gehört. Zu weit weg!« beruhigte ihn Daya. Simon teilte ihre Einschätzung nur bedingt und lehnte sich wieder zurück. »Ich möchte nur nicht, dass Colin und Baphir etwas für diesen blöden Lieutenant tun.« Daya seufzte und versuchte Verständnis zu zeigen. »Dieser blöde Lieutenant will uns alle nach Hause bringen. Vielleicht ist es wichtig, was Colin tut. Auch er wird wie alle anderen nicht hierbleiben wollen.« Simon nickte gezwungen. »Ja, ich weiß.« Anson Cuthon prüfte die Schaltkreisverbindung der FTL-Antenne und übertrug die Ergebnisse in einen kleinen Handcomputer. »Das sieht richtig gut aus, Jungs!« Er sah die beiden Techniker an, die seit seinem Dienstbeginn unter seiner Führung standen. Die beiden Teenager in seinem Rücken bedachte er mit keiner Sekunde. »Manuel!« rief eine ihm bekannte Stimme. Sich umwendend erkannte er Robespierre, der mit dem dunkelhäutigen Jungen an seiner Seite energisch auf ihn zukam. Cuthon empfing durch seine Fähigkeit eine Sorge, die größer war als die vorherrschende, zusammen mit dem Gefühl der Dringlichkeit. »Was ist passiert?« »Einer deiner Jungs übermittelt Informationen an den Feind.« Cuthon hob seine Augenbrauen und blickte kurz die beiden Jugendlichen an seiner Seite an. »Etwa die beiden?« »Was für ein Blödsinn!« warf Haruki sofort ein. »Nein, der Dünne, der uns immer auf den Arsch guckt!« »Simon!« verstand Cuthon sofort. Haruki baute sich trotz seiner schmächtigen Gestalt auf und stieß den Anson an seiner Seite. »Sirs, das ist Alexander Obtera. Er hasst Simon und Colin vom ersten Tag an. Er würde alles tun, um den beiden zu schaden.« »Fick dich!« fuhr Alex auf und wäre wohl auf Haruki losgegangen, wenn Robespierre ihn nicht gehalten hätte. »Okay, beruhigt euch!« Er sah beide Jungs an und zuletzt seinen Offizierskollegen. »Ehe jetzt hier einer übereifrig zu Guges rennt, klären wir das unter uns.« Nur Augenblicke später standen die beiden Anson Staya und Simon gegenüber. »Uns wurde gesagt, dass du mit dem Feind sprichst,« erklärte Cuthon und versuchte seiner Stimmlage eine Kraft zu geben, die Simon so sehr in die Enge trieb, dass dieser keinen Gedanken daran verschwendete, ihn wieder mit seinen mehrdeutigen Blicken zu überschütten. Es schien tatsächlich zu gelingen. Der dunkelhaarige Junge schien sogar ein wenig überfordert, sah von dem Mädchen auf die Enzins und zuletzt auf seinen Mitschüler, der die Offiziere begleitet hatte. »Ich tue was?« Cuthon setzte seine Gedanken frei und tauchte in die Sinne von Simon ein. »Ein Schuldbewusstsein konnte er nicht erkennen.« »Uns wurde mitgeteilt, dass du Kontakt mit einem Plado hast,« erklärte sich Cuthon und verschränkte die Arme. »Pafir ist doch kein Feind,« brachte das Mädchen heraus. »Bafir,« korrigierte Simon, »er ist nur ein Junge, kein Soldat, und ein Freund von Colin und mir.« Halb erschrocken und halb bestätigt tauschte Cuthon einen Blick mit seinem Freund und Kollegen aus. »Kannst du ihn anrufen? Jetzt und hier?«, fragte Robespier und trat einen Schritt vor. Simon schüttelte den Kopf. »Colin hat mich ausgesperrt.« Cuthon schob sich wieder in Robespier vorbei und deutete auf das Pad. »Darf ich mal?« Als Antwort zuckte Simon nur mit den Schultern, woraufhin der Enzins das Pad ergriff, seinen Offizierscode eingab und einen Moment wartete. Tatsächlich nahm Colin das Gespräch recht zügig an. »Ich bin Anson Cuthon. Wir haben erfahren, dass du mit einem Plado zusammen bist. Stimmt das?« Collins' Antwort kam stark verzögert. »Er fährt mich. Was meint ihr, wo ich das Auto her habe?« Die Enzins warfen sich vielsagende Blicke zu. »Ich dachte, er hat's geklaut,« zischte Robespier. Cuthon ignorierte seinen Kollegen. »Der Plado hilft dir?« »Ja, und?« gab das Pad Collins' Stimme aus. »Er ist ein Freund,« blaffte Simon. »Er hat keine Lust auf euren beschissenen Krieg, den ihr ach so gerne spielt.« Robespier verzog die Mundwinkel und Ärger stellte sich in seinem Gesicht ein. »Was zur...« »Niemand spielt hier Krieg!« Er hob seinen Finger und deutete auf Simon. »Wir kämpfen um euer verdammtes Überleben!« Simon lachte auf. »Genau, Schlauberger!« Er verdrehte die Augen einmal im Kreis. »Und dafür musstet ihr nur unsere Ärsche auf deren Planeten schaffen, um eure beschissene Freiheit dort zu verteidigen, wo sie niemand angreift.« Dem Enzen klappte der Mund auf, unfähig, etwas zu erwidern. »Du hast keine Ahnung, Kleiner!« fuhr er den Jungen an. »Du, dafür umso mehr, oder was? Ein bisschen rumballern als Marionette für kriegsgeile alte Säcke, deren fetten Arsch nie aus dem heimischen Sessel bewegen!« Simons Stimme überschlug sich förmlich. Ehe Robespierre weitere Worte fand, fuhr Kuthen dazwischen, wandte sich jedoch an seinen Kollegen. »Nicht jetzt, Nick!« »Ich melde das!« zischte Robespierre entrüstet. »Hast du doch schon!« Simon stand auf, die Hände vor Wut zu Fäusten geballt. »Kaum, dass du mich mit Colin reden gehört hast, bist du zu dieser scheiß Lieutenant-Bitch gerannt!« Sein Finger deutete zitternnd zur Eingangstür des Lagerraums. »Das war meine Pflicht, verdammt!« Robespierre sah Kuthen an. »Unsere Pflicht!« Wütend funkelte Simon beiden entgegen. »Einen Scheiß auf eure dämlichen Pflichten, fremde Welten in Brand zu setzen!« Robespierre setzte erneut zu einer Erwiderung an und abermals für Kuthen dazwischen, konzentrierte dieses Mal jedoch sein Geist, um eine klare Botschaft zu senden. »Hör auf!« Robespierre hob seine Augen und antwortete ihm in Gedanken. »Wir haben einen Eid abgelegt!« Sofort hielt Kuthen dagegen. »Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass...« Die gedanklichen Worte waren langsamer als das gleichzeitig übertragene Empfinden. Tatsächlich ließ sich Kuthen von Simons Worten beeindrucken und teilte im Ansatz dessen Empfinden, wie er wortlos übermittelte. Der Ensinn weitete seine Augen. »Manu, es ist der Feind!« halte es in beiden Köpfen wie eine Drohung wieder. Robespierres Augen richteten sich auf das Pad, hinter dem sich der Plado befand. »Ist er es oder sind wir es?« stellte Kuthen in den geistigen Zwischenraum. Robespierre konnte es nicht fassen und sprach laut. »Wie kannst du angesichts unserer Situation...« »Das Wesentliche, Nick, bitte!« bat Kuthen und übertrug unbewusst die nicht von der Hand zu weisende Wahrheit, welches Simon zuvor ausgesprochen hatte. Darüber hinaus suchte er in Robespierres Gedanken nach einem Grund, weshalb dieser so reagierte, wie er es gerade tat. Ihm musste doch die Situation ebenso klar sein wie den Kindern, die die beiden mit grimmigen Gesichtern anstarrten. Robespierre blockte mental ab und trat zurück. »Lass das!« sagte er schroff und setzte einen Gedanken nach. »Es gibt ein Gesetz, das das ewige Durchwühlen fremder Gedanken verbietet!« Kuthen wollte diese Ausflucht nicht akzeptieren. Beide hatten schon so viele mentale Momente geteilt, dass eine Intimität entstanden war, zu der nur wenige Menschen imstande waren. »Wovor hast du Angst?« forderte er zu erfahren auf und versuchte dabei, beruhigend zu wirken. Robespierre senkte darauf den Kopf. »Wovor wohl?« »Verrat!« »Das ist doch kein Verrat!« Simons Stimme war noch immer erregt vor Wut. »Das ist Vernunft!« Er sah jeden an, sogar Alexander, der sich stumm hinter den Ensigns aufhielt. »Lasst uns mit diesem Scheiß aufhören! Lasst uns diesen bekloppten Krieg beenden!« forderte Simon. »Das dürfen sie nicht!« warf Alex aus dem Hintergrund ein und zog die Aufmerksamkeit der Ensigns auf sich. »Aliens unterwandern unsere Gesellschaft, nehmen Einfluss auf uns und verzerren die Bedeutung der Menschlichkeit!« Daia schlug geräuschlos die Hände einander, als wollte sie applaudieren. »Oh, du hast in der Schule aufgepasst! Toll, wie du zitieren kannst!« sagte sie mit zuckersüßer Stimme, senkte dann aber ihren Sopran. »Leider aber ist es Blödsinn! Wir unterwandern sie und heben uns in eine Bedeutung, die komischerweise nur wir sehen können!« Cuthen musste ihren Satz sortieren, um ihn zu verstehen, und fühlte sich gerade ein wenig dumm. Simon hingegen deutlich ruhiger fand anerkennende Worte. »Wow, genial gesagt!« »Von wegen genial!« spuckte Alexander aus. »Du und dein fetter Fuckbody wart doch von Anfang an Xenophil! Ihr verratet eure eigene Art!« »Bitte, was?« empört wandte sich Cuthen an den Dunkelhäutigen. »Geht's noch!« »Ist doch wahr! Die beiden verraten ihre Spezies!« rechtfertigte sich Alexander. »Das wissen Sie beide wohl besser als wir!« Beide Ansons blickten von einem auf den anderen. Tatsächlich ließ sich derlei nicht verleugnen. Anson Manuel Cuthen kannte jede Propaganda gegen außerirdisches Leben, jede Dienstanweisung, jede Sorge der Space Force, weit schlimmere Dinge, als dieser Junge wiedergab, und sogar welche, die in sich selbst absolut lächerlich waren. »Es geht um richtig oder falsch«, stellte Simon klar. »Darum, dass auch die Plado kein Interesse an eurem verdammten Krieg haben!« Wie nach Bestätigungssuchend sah er die beiden uniformierten Männer an. Simons blick bat förmlich um Verständnis. »Dieser Planet ist seit Jahren von ihnen besiedelt, lange bevor wir überhaupt wussten, dass es ihn gibt.« Manuel Cuthen musste ihm zustimmen, wenn auch vorsichtig. »Alles in allem hast du recht.« »Wir sind hier tatsächlich auf fremdem Boden und haben unsere eigene Angst vor dem Fremden einfach mitgebracht.« Er wirkte nun gefasster, als habe er eine unangenehme Wahrheit endlich aussprechen dürfen. »Es wäre wirklich clever, einfach nur zu verschwinden.« Lieutenant Lenar Gouges war sich sicher, dass von allem Unsinn, den sie jemals in ihrem Leben ausgesetzt war, dieser zur Krönung gehörte. Dabei war sie seit Jahrzehnten Angehörige des Militärs und nirgendwo wurde mehr Unsinn produziert als in dieser Institution. Um all dem noch eins draufzusetzen, standen vor ihr die beiden Ensins, welche vorgestern noch das Schiff vor dem Untergang bewahrt hatten, nun im Schatten zweier Kinder und forderten Kapitulation. »Kapitulation?« donnerte es in ihrem Kopf. Wenn Gouges in den Jahren ihres Dienstes eines gelernt hatte, war es niemals aufzugeben. Schon in der Grundausbildung wurde dies vermittelt. Mit ernstem Blick hob sie sich aus dem Kommandosessel, so energisch, wie es die Schieflage des Schiffes gestattete. »Das ist lächerlich! Wir kommen hier raus!« »Das kommen wir auch, wenn wir jede Kampfhandlung einstellen«, forderte Anson Cuthen noch einmal. Gouges musterte den jungen Mann. »Wollen Sie meine Entscheidung jetzt wirklich diskutieren, Anson? Dieser Junge da draußen ist der Schlüssel. Laut seiner letzten Meldung hat er bereits drei Plasmazellen. Die Plado wollen mehr als wir diesen Krieg beenden«, war Simon dazwischen. »Weit mehr als wir!« »Desto eher können wir als Sieger durchgehen. Wir schaffen das!« Aus dem hinteren Teil der Brücke trat Commander de Molin von seiner Station vor. »Ich denke das nicht«, seine leicht zitternde Hand deutete auf den Übersichtsschirm. »Colin ist noch über einen Tag entfernt. Wie lange wollen wir das Glück noch herausfordern?« Gouges folgte seinem Fingerzeig eher aus Versehen, konnte sich jedoch den Tatsachen nicht widersetzen. Noch immer strömten Plado aus allen Richtungen herbei, noch immer waren ihre Besatzung und das Schiff wehrlos. Die Angst des Feindes war der letzte Strohhalm, an den sich zu klammern sie nicht abließ. »Wir müssen nur durchhalten« und hoffen, dass keine weiteren fremden Schiffe ins System einfliegen. »Lieutenant«, fuhr dem Mulle auf, »über die Hälfte unserer Crew ist bereits tot. Seit wir hier unten sind, sind 18 weitere gestorben. Darunter sechs Kinder. Zivilisten, verdammt nochmal!« Gouges wandte sich um und hob drohend ihren Finger. Keine zwölf Stunden war es her, dass der plötzlich wieder erwachte Commander seine absolut unnötige Meinung schon einmal zum Besten gegeben hatte. Intelligenterweise tat er dies zuvor unter vier Augen. Der Mut der beiden Endzins schien ihn jedoch förmlich zu beflügeln, es noch einmal zu versuchen. »Ich sagte ihnen gestern schon, dass wir nicht aufgeben. Niemals!« »Lena, wir haben diese Schlacht doch bereits verloren. Wir können nur noch das Ende hinauszögern, mehr nicht«, beschwor er sie. Wut staute sich in ihren Eingeweiden und ließ ihre Fassade der Kühle entgleiten. »Solche Worte sind der Anfang vom Ende. Wenn ihre schwächliche Stimme der Resignation noch lauter wird, dann und nur dann haben wir tatsächlich verloren.« Ihre Augen glitten über jeden Mann und jede Frau auf der Brücke. Selbst die Kinder beachtete sie. »Einigkeit ist die größte Stärke unserer Spezies. Wir dürfen uns nicht spalten.« »Das haben wir schon«, widersprach Demoulin. »Mehr als die Hälfte der Überlebenden will diesen Planeten einfach nur verlassen.« Gurgis lachte bellend auf. »Tja, wann haben sie ihre Umfrage gestartet? Oder gab's eine Petition?« Noch einen Schritt näher trat sie an den deutlich älteren Mann. »Reißen Sie sich zusammen! Sobald dieser verdammte Blaster wieder läuft, flößen wir diesen Viechern gewaltigen Schiss ein!« Mit einem Seitenblick bedachte sie Simon. »Das gibt deinem Freund genügend Zeit, die Plasmazellen ranzuschaffen. Und dann heizen wir diesen Mistviechern gehörig ein!« Etwas unerwartet trat Anson Cuthon in ihr Blickfeld. »Wir brauchen allerdings ein entsprechend angepasstes Computersystem, um den Blaster zu beherrschen.« Robespierre, sein Freund und Kollege, sagt Cuthon skeptisch an, wechselte jedoch rasch seine Mine und nickte. »Das stimmt. Wenn wir den Computer in seinem aktuellen Zustand hinzuschalten, geht das Root-System von einem intakten Schiff aus. Wir haben jedoch kaum ein halbes. Das Hauptsystem wird sich daher um notwendige Primärschäden kümmern, anstatt Kapazitäten für die Waffenbenutzung freizuhalten. Mit anderen Worten, wir müssen das System manuell steuern und dem Energiesystem direkte Befehle zukommen lassen.« Cuthon nickte. »Und das dauert!« Gutes sah in die Runde der Offiziere und nahm bei allen dreien Maß an Stimmen und Körperhaltung. Sie traute dem eben Gesagten nicht. Sie war zwar keine Technikerin, wusste aber mit Sicherheit, dass es in jedem Verteidigungsfall möglich war, funktionierende Waffen selbst dann noch abzufeuern, wenn der Sitz unter dem eigenen Hintern in Flammen stand oder die Brücke sich gerade in den offenen Raum verteilte. Quasi war dies auch geschehen, als die beiden Ensigns in letzter Sekunde einen Torpedo ausgelöst hatten, weshalb die Manhattan das »Du-oder-ich-Spiel« in letzter Sekunde gewonnen hatte. »Verarscht mich nicht«, drohte sie. »Es sind nur noch drei Datenpakete nötig, dann ist unser Notsignal bereit«, erinnerte der Mulle. »Konzentrieren wir unsere Kraft und Energie auf den Hilferuf«, bat er beinahe wie ein weinerlicher Köter. Gutes verdrehte die Augen. Niemals würde sie sich auf derlei einlassen. »Ich will diesen Blaster online haben, besser vorher als nachher«, ihrer Taktikerin befahl sie zusätzlich, jedem einzelnen Crewman eine Waffe in die Hand zu drücken und dort draußen eine vergleichliche Kulisse zu schaffen, wie es Diplado derzeit taten. »Stärke durch Macht und Einheit«, zitierte sie einen der Grundsätze der Space Force. Allerdings musste Gutes innerlich zugeben, dass so manche Richtlinie hier bereits versagt hatte. Nichts war schwerer, als den Zusammenhalt zu propagieren, wenn Verzweiflung vorherrschte. Demoulin, der sich wieder dem Hochladen der Datenpakete widmete, kannte sich besser mit Verzweiflung aus als jeder andere. Womöglich war er deshalb wieder aktiv, denn diese Situation war sein Terrain. Enttäuscht von dem zurückliegenden Gespräch auf der Kommandobrücke setzte sich Simon in seine Ecke des Lagers. Die dünne Decke zog er über die Schultern und senkte den Kopf auf seine Knie. Der eingehende Ruf seines Implantats riss ihn nur Sekunden später aus seinen Gedanken. »Colin?«, sofort ließ er das Gespräch zu. »Nein«, erklang die mechanische Übersetzung des Systems. »Und dieses Mal kann er uns nicht hören.« »Bafir«, sagte Simon und dachte einen Moment darüber nach, wo er sich verstecken konnte, um ungestört sprechen zu können. Mit der Decke um die Schultern verließ er das Lager und sprach mit gesenkter Stimme. »Es hat nicht funktioniert. Unser Lieutenant wird nicht aufgeben.« Das System übertrug ein Seufzen. »Das habe ich befürchtet.« Simon verkroch sich wieder in dem gesperrten Gang, in dem er das Pad gefunden hatte. Erst jetzt nahm er das Gerät zur Hand, verband die Übertragung auf das Holofeld, welches erst in groben und anschließend in feinen Pixeln Bafirs Gesicht darstellte. »Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen Ausweg,« sagte er in der dunkelsten Ecke hockend und mit dem Gesicht zur Wand, damit er vollständig im Schatten versinken konnte. »Wie es aussieht, werden wir uns niemals begegnen können.« Bafir teilte Simons Befürchtung. Das Horn auf seinem Kopf signalisierte Bedauern. »Das ist bedauerlich.« Simon nickte. »Und du darfst auch nicht weiterfahren. Bring Colin nicht hierher.« »Aber er ist dein Freund.« »Was er auch tut, es kann nichts Gutes sein.« Bafir verstand nicht. »Wieso sagst du das?« Simon zögerte, seine Gedanken in Worte zu fassen. Er holte Tiefluft und ließ seine Stimme kräftiger wirken. »Weil ich ihm nicht mehr vertraue.« Bafir verstand auch diese Aussage nicht, weshalb Simon sich zu erklären versuchte. »Wir Menschen sind so viel anders.« Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten von uns grupellos werden können und jederzeit einander verraten, wenn dadurch ein persönlicher Vorteil gewonnen werden kann. Gewinnen oder verlieren, so denken wir.« Bafirs Horn senkte sich nach hinten ab und sein Gesicht wurde schmaler. Simon erkannte es als Schrecken und nickte, wenn auch widerwillig. Sein Quanten-Gen mochte ihn klüger als andere in seinem Alter gemacht haben. Es brachte aber auch diese ungefilterte Ansammlung an traurigen Fakten mit, die ein verzerrt negatives Bild formten, das frei von Emotionen und Wertungen einer Analyse nahe kam. Gutes tat man aus dem Herzen heraus, um sich und andere wohlfühlen zu lassen. Alles andere war Urinstinkt und Überlebenskampf. »Ihr tut recht daran, uns zu fürchten. Wir sind sehr einfach gestrickt. Die meisten gehen davon aus, dass alle so sind wie sie selbst. Jede erkennbare Abweichung von der selbstgestellten Norm verunsichert. Sie treibt uns in Angst, Ablehnung und am Ende in Gewalt und Kampf.« Baphir seufzte erneut. »Aber warum ist das so?« »Weil wir diese irrationale Vorliebe pflegen, stets der Angst anstelle des Mutes den Vorrang zu gewähren.« »Aber wenn du das weißt, dann wissen es doch auch andere.« Simon nickte. »Oh, natürlich, das wissen viele Menschen. Schon immer gab es Millionen, die gegen Kriege, gegen Gewalt und gegen Ausgrenzung sind. Die anderen aber sind mehr und haben ihre Methoden, ihre Wünsche umzusetzen.« Er machte eine kurze Pause und überlegte seine nächsten Sätze. »Naja, auf jeden Fall wiederholen sich in unserer Geschichte gewisse Grundschemata. Seit mehr als 4000 Jahren. Die meisten Menschen sind so gnadenlos unbelehrbar, was ihre Fehler betrifft. Auf eine kranker, faszinierende Art und Weise sind sie sogar außergewöhnlich borniert, wenn es darum geht, nachweisliche Fakten zu ignorieren, wenn dadurch ihr sorgfältig konstruiertes Meinungsbild gefährdet wird.« Baphir schien dies nicht zu verstehen. Sein Blick wechselte durch Bewegung seines Horns und seiner Wangen von einem Ausdruck zum nächsten. »Anders gesagt«, setzte Simon fort, »die meisten Menschen wollen diesen Krieg gar nicht beenden. Egal, wie sehr ihr versichert, keine Gefahr zu sein. Selbst wenn ihr kapituliert, sieht es eher schlecht für euch aus.« Eine kurze Pause folgte, dann fuhr er fort. »Wir Menschen müssen schon richtig verlieren, damit wir aufhören. Denn wir sind die schlechtesten Verlierer dieses Universums.« Baphir konnte noch immer nicht begreifen, was Simon ihm gerade alles offenbart hatte. »Kann das denn stimmen? Weshalb handeln Menschen so?« Simon lachte verächtlich. »Tja, weil sie sich gerne die zum Opfer machen, die schwach sind. Sehen sie sich jedoch bedroht oder unterlegen, rüsten sie auf, denn niemals wollen sie selbst die Schwachen sein.« Der Plado näherte sich dem eigenen Holo-Erfasser. »Aber wir bedrohen doch niemanden.« Simon rief das Hauptmenü des Pads auf und griff auf die Datenbank zu. »Nein, ihr nicht.« Er wählte das 2089 durch die Ferndetektoren gemachte Foto des riesigen Raumschiffs, welches als Todesstern durch die Medien gegangen war und übertrug dieses in die Holo-Darstellung. Aber das hier. Die Menschheit hatte damals gestrichen die Hosen voll. Selbst heute noch scheuen viele die Realität dieser Aufnahme. Mit seinen Krallen griff Baphir in die Darstellung und drehte das gerenderte Bild. »Dies ist ein Schiff der Sofri.« Er schob es ein wenig zur Seite. »Es sind friedliche Lebensformen, auch wenn sie gigantische Schiffe bauen. Sie sind auch sehr groß.« »Wir Plado haben allerdings seit zwei Generationen keinen Kontakt mehr zu ihnen.« Simon schluckte. »Unsere gesamte Angstkulisse basiert auf diesem einen Bild. All das hier geschieht nur, weil meine Vorfahren unbedingt wissen wollten, ob wir allein im Raum sind.« Baphir schien zu lächeln, da sich seine Wangen blähten. »Wir sind froh, nicht allein zu sein. Denn so hätte es dich für mich nicht gegeben und ich hätte dich nie kennengelernt, was einem Verlust gleich käme.« Simon erwiderte das Lächeln. »Ja, so empfinde ich auch.« Plötzlich verrutschte das Holofeld und Baphirs Gesicht änderte den Ausdruck. Der Frohsinn wich. »Colin kommt zurück. Wir fahren wohl bald weiter.« »Fahre bitte in die falsche Richtung. Lass ihn nicht herkommen.« »Sie reparieren eine der Bordwaffen. Du könntest sterben.« »Aber ich möchte dich wahrhaftig sehen. Ich habe noch nie jemanden wie dich kennengelernt,« protestierte Baphir.« Simon war geschmeichelt, unterdrückte dieses Gefühl jedoch. »Das verstehe ich, aber du kannst nicht herkommen.« »Ich werde mich einfach rausschleichen und den Plado draußen ergeben. Das wäre eine Möglichkeit.« Er ahmte die Unterwerfungsgeste nach. »Und dann bleibe ich hier auf Firdas.« »Du willst bleiben?« Simon nickte heftig. »Ja, auf jeden Fall. Andersrum ist es unmöglich. Wie gesagt, die Menschen lieben ihre Kriege und Siege. Sie werden so schnell nicht damit aufhören.« Baphir verstand. »Ich frage meine Eltern. Sie können im Kolonierat sicher ihr Stimmgewicht für dich nutzen.« Simon nickte freudig erregt. »Und zusammen helfen wir euch, aus diesem Krieg auszubrechen.« »Funktioniert es?« richtete Gouges ihre Frage an Patty Officer Nell. Die junge Frau an der Kommunikation nickte und sah auf das Feld ihrer Station, welches die Verschlüsselungsstärke visuell wiedergab. »Vorerst ja, aber nur Audio.« »Völlig ausreichend. Beginnen Sie.« Den Befehl ausführen stellte der Patty Officer eine Verbindung zu Colin her, welche Simon als Transmitter gebrauchte, ohne dass der Junge etwas davon bemerkte. »Crewman Denton, sind Sie soweit?« »Ja, Sir, ich habe jetzt fünf Plasmazellen,« antwortete Colin. Gouges sah über die wiederholte Falschansprache hinweg. »Mach dich auf direkten Weg hierher.« »Und Baphir ist kein Problem mehr?« Gouges stutzte. »Bah was?« »Wovon sprechen Sie, Crewman?« »Ihre Ensigns befürchteten, dass Baphir etwas verraten könnte, was er aber nicht tut.« »Ist noch jemand bei Ihnen? Ein Klassenkamerad?« Die Antwort verzögerte sich. Es raschelte kurz in der Verbindung. »Mam«, zischte Pionel ihr entgegen. »Baphir ist ein Plado-Name.« Gouges riss die Augen auf, suchte Demoler Blick, den ihres Taktikers, und stützte sich mit beiden Händen auf die Kommunikationskontrolle. »Colin, stehst du in Kontakt mit dem Feind?« »Er ist kein Feind, er hilft mir.« »Er, hilft dir?« Gouges schüttelte fassungslos den blonden Kopf. »Inwiefern?« »Es ist ein Cebo, so nennt sich dieses Auto.« Gouges richtete sich wieder auf und dachte einen Moment nach. Ihr Blick galt der Signalverschleierung. Allzu viel Zeit hatten sie nicht, ohne dass Simon jedes Wort mithörte, was ihren Plan unnötig verkomplizieren konnte, besonders nachdem dieser sich mit den Ensigns für eine Kapitulation ausgesprochen hatte. »Wie denken Sie über unser Vorgehen gegen diese Aliens-Crewman?« »Dass wir Ihnen zuvorkommen müssen, Sir. Baphir berichtete mir, dass es Pläne gibt, die Erde zu unterwandern, um uns zu entwaffnen.« Gouges Augen verengten sich zu schlitzen. »Ist diese Information gesichert?« »Definitiv, Sir.« Demoler ließ die Schultern sinken und schloss einen Moment seiner Augen. »Ich habe einen neuen Befehl,« sagte der Lieutenant und wandte sich der Kommunikation zu. Die elektronische Verschleierung beachtete sie nicht. Langsam und stetig näherte sich der dargestellte Wert dem roten Bereich. »Um die Wirkung unseres Trumpfes einmal zu testen, setzen Sie dem Plado dem Plasmagas einer der Zellen aus. Treten Sie selbst dabei weitreichend zurück.« »Hä? Was soll ich?« Collins Stimme überschlug sich beinahe. »Wie Sie selbst sagten, Crewman, die Plado wollen uns unterwerfen, und Sie sind Teil meiner Mannschaft, die das verhindern kann.« »Aber das Plasma ist tödlich,« rief Colin aufgebracht. »Sind Sie etwa ein Xeno?« »Es ist nur ein Alien, der Feind. Reiß dich zusammen, denn Zusammenhalt ist unsere Stärke,« beendete Colin den Satz mit bedrückter Stimme. »Was muss ich also tun?« An der Oberseite der Zelle ist das Ein- und Auslassventil. Überbrücken Sie die Sicherheit, indem Sie im Eingabefeld das System auf den Reinigungsmodus umstellen. Dazu geben Sie den Universalkode C3 ein. Bestätigen Sie diesen und wiederholen Sie die Eingabe. Über die Kommunikation erklangen die hellen Töne der Indikatoren. Über das nun grün aufleuchtende Feld kann Plasma abgelassen werden. Wir werden aber eine Nebeneinstellung vornehmen. Aktivieren Sie das Eingabefeld F und geben Sie den Wert 0,5 ein. Dies ist eine halbe Einheit, welche der Plado durch Berühren des grünen Feldes entweichen lassen soll.« »Ja, Sir,« flüsterte Colin und wieder erklangen die Töne seiner Eingabe über das Kommen. Flirtend drangen die Eingabesignale auch durch Simons Implantat an dessen Innenohr. »Was war das?«, fragte er Baphir, der die hellen Töne ebenso gehört haben musste. »Wasst du das?« Baphir verneinte mit einer stummen Geste. »Baphir,« rief Colin und seine Stimme klangen über das Pet und in Simons Ohr. Das Holofeld stellte die verwackelte Umgebung dar, bis Collins Körper ins Bild kam. Simon hatte diesen wohlgenährten Bauch, der das verblasste Shirt mit dem Mikroskopstativ ausfüllte, zu oft gesehen. Er würde seinen besten Freund sogar am Ellenbogen erkennen, von seinem massigen Hintern, der nun vom Holofeld dargestellt wurde, ganz zu schweigen. Das Naurück war offenbar dort geblieben, wo Baphir eben noch mit Simon gesprochen hatte. Colin war nach wie vor aus dem Gespräch ausgeklingt. Es war nur vernünftig, ihn darüber in Unkenntnis zu lassen. »Stell dich dorthin!«, klang Collins Stimme aus dem Off. Zum ersten Mal sah Simon Teile des Fahrzeugs, das Cebo genannt wurde, und sogar Baphir selbst in seiner drahtigen, ja beinahe schon verboten attraktiven Gestalt. Ein orangeer Anzug zog sich eng über seine Haut und lud zu Spekulationen ein, wie dieses Alien aufgebaut war. Plötzlich entfernte sich Colin von Nemplado, bat mit lauter Stimme, dass Baphir einen Wert ablesen solle und dazu einen der Knöpfe drücken müsse. »Zur Sicherheit!«, erklärte sich Colin. »Ich muss hier dasselbe machen!« Simon runzelte die Stirn. Was versuchte er da? Plötzlich schoss komprimiertes Plasmagas in die Luft. Binnen Sekunden entfaltete sich das leicht glimmende Element und hüllte den Plado vollständig ein. Baphir schrie, quiekte und stürzte aus der schweren Wolke, die sich wie ein Schaumteppich über den Boden verteilte. »Was?«, schrie Simon und sprang auf. Vor Entsetzen konnte er den Blick nicht von dem Hologramm nehmen, in dem Baphir sich am Bodenwand und an seinen Hals griff, der sich ebenso auflöste wie auch der orange Anzug. Beides vermischte sich zu einer grau-braunen Masse. Baphir schrie vor Qualen bis zur letzten Sekunde. Das Plasma zehrte an seinem Körper, brauchte für die Organe und das Gehirn deutlich länger als für Haut und Schuppen. »Nein! Nein! Colin, nein!«, brüllte Simon das Holofeld vergeblich an, weckte die Aufmerksamkeit aller Personen in akustischer Reichweite. Als wollte er das eben Gesehene aus seinen Gedanken vertreiben, schlug er auf seinen Kopf ein und schrie schrill mit überstrapazierten Stimmbändern. Tränen stachen wie Feuer aus seinen Augen und ließen das Bild des Plado verschwimmen, der bis zuletzt zuckte, ehe das Plasma nach mehreren Minuten auch sein Gehirn aufgelöst hatte. Worte konnte Simon nicht mehr Formen, er schrie einfach nur noch, brach zusammen, übergab sich vor Entsetzen und Schock. Seine tränenerfüllten Augen starrten die Reste des Plado an, mit dem er vor wenigen Momenten noch in einer gemeinsamen Fantasiewelt geschwebt war. »Er ist tot!«, hörte Simon die Stimme seines besten Freundes, nahm sie jedoch nicht mehr bewusst wahr. »Sehr gut! Bring die anderen Zellen zu uns, so schnell du kannst!«, erklang geisterhaft die Stimme der Kommandantin aus dem flachen Gerät. Aus dem Hintergrund trat Daya in den gesperrten Teil des Schiffes. Dutzende standen an den Trümmern und sahen ihr neugierig nach. »Simon?«, sie betrachtete das Holofeld, erkannte aber nicht, was es darstellte. »Was ist geschehen?« Simon hob sein von Schmerz verzerrtes Gesicht, unfähig zu sprechen oder Gedanken zu formen. Abgehackt, im Wechsel von Weinen und Schreien, vergrub er seinen Kopf wieder zwischen seinen Armen und wippte leicht auf und ab. Plötzlich trommelte er mit seinen Fäusten wild auf den Boden und ermalte seinen Schrei, in den er all seine verbliebene Kraft steckte. Hilflos hockte sich Daya an seine Seite, erkannte nur, dass etwas geschehen sein musste, das jemanden in den Wahnsinn treiben konnte. In ihrem Versuch zu verstehen, angelte sie sich das Pad und erkannte Colin im Holofeld. Sie sah genauer hin und begriff, dass sie auf die Reste einer Plasmawolke sah. Inmitten dieser lag eine Masse, in der sich Überreste geschmolzener Schuppen sowie Beine und Arme voneinander abspreizten. Als sie mit einem furchtbaren Schrecken erkannte, was sie dort sah, brach die Verbindung ab. 7. Berechnen Sie anhand der Ausbreitungs- und Wirkungszeit fünf Positionen in der gegnerischen Front für den größtmöglichen Effekt, ausgehend von einer vollen Plasmazelle, sagte Lieutenant Gouges zu ihrem Taktiker. Petty Officer Carey, der den Vorfall wie alle anderen akustisch mitverfolgt hatte, zögerte noch. Gouges nahm das widerwillig auf. Haben Sie ein Problem, Petty Officer? Ihre Stimme war eisig und ruhig. Nein, Ma'am, stotterte P.O. Carey. Lieutenant, Demolain trat vor, milderte jedoch ein wenig seine Stimme. Das geht nicht, das können Sie nicht tun. Doch ich kann, antwortete sie und reckte ihr Kinn energisch. Und ich muss, wir haben Krieg. Es wurde nie offiziell die Kriegserklärung gegen diesen Planeten ausgesprochen, erinnerte sie Commander Demolain diesmal laut und deutlich. Ach! Gouges verschränkte die Arme vor der Brust und ihr Kinn stieß in Richtung der Beobachtungsschirme. Und wie nennen Sie das da? Es ist eine Verteidigungslinie, stellte Demolain das Verhalten der hier lebenden Kreaturen klar. Eindeutig! Gouges lachte kalt auf. Fein, dann dezimieren wir diese lächerliche Verteidigungslinie. Machen wir diese zahlenmäßige Überlegenheit zu ihrer Schwachstelle. Und sobald die FTL-Antenne repariert ist, koordinieren wir den finalen Schlag gegen diese Kolonie und besetzen diesen Planeten. Nein, entschied Demolain, das genehmige ich nicht. Genehmigen? Abermals lachte Gouges auf. Was wollen Sie denn genehmigen? Ich bin Ranghöher und Dienstältester. Ein solcher Einsatz liegt nicht in unserer Befugnis. Ich habe die Befugnis, stellte der Lieutenant klar. Denn ich mache meinen Job, im Gegensatz zu jemandem, der sich drei Jahre lang in Selbstmitleid gesuhlt hat, wie ein Schwein im Schlamm. Wie können Sie es wagen? Mit einem kräftigen Schritt trat Demolain vor, hob die Hand und war bereit, zuzuschlagen. Zwei Unteroffiziere traten vor und positionierten sich nahe Gouges. Ihr Blick bedeutete Demolain, dass er sich in unterlegener Position befand. Sie nahm die Männer in ihrem Rücken nicht einmal wahr. Ich habe meinen Ehemann verloren. Keine 30 Stunden ist das her. Sitze ich rum und verzweifle? Oder versuche ich die zu retten, die zu retten sind? Ihre Stimme nahm an Kraft zu. Hier bietet sich eine taktische Gelegenheit. Diese Kreaturen sind primitiv und unkoordiniert. Nachts gibt es nicht einmal Feuerstellen. Im Schutz der Dunkelheit kann dieser Junge mit einem einheimischen Fahrzeug die Plasmazellen platzieren und wir lösen diese mit dem Blaster aus. Sie hob die Hand Richtung Taktik. Fünf Schuss, keine Verluste auf unserer Seite und dieser Krieg ist binnen drei Minuten beendet. Das ist doch Wahnsinn, Commander Demolain hob seine Hände wie zu einem Flehen. Das ist unmenschlich. Ein solcher Angriff verstößt sogar gegen die Genfer Konventionen. Gugges zuckte mit den Schultern. Es sind keine Menschen. In der Konvention steht nichts von Menschen, belehrte der Commander die deutlich jüngere Frau, die unbedacht ihre Fäuste ballte. Und? Wir sind die USA, rief sie aus und schlug ihre Faust in die offene Hand. Wir scheißen auf dieses jahrhundertealte Relikt von Weicheiern. Noch einmal erhöhte sich die Frequenz ihrer Stimme. So war es und so wird es immer sein. Siegt euch Stärke! Ma'am, warf Petty Officer Nell in einem Augenblick der Stille ein. Alle Pakete des Notsignals sind nun oben. Ich könnte sie entpacken und sofort aussenden. Warten Sie. Gugges ausgestreckter Finger deutete von der Kommunikation zum Übersichtsschirm. Setzen Sie eine weitere Nachricht hinzu. Erklären Sie der Erde, dass wir hier eine großartige Operation vorbereitet haben, welche jeden Widerstand des Planeten mit einem Schlag beendet. Im Lagerraum lag Simon auf seiner Decke, das Gesicht unter seinen Armen vergraben. Sein Körper schüttelte sich, ein andauerndes Schluchzendrang hervor. Er konnte die letzten Bilder einfach nicht aus seinem Kopf vertreiben und wusste insgeheim, dass sie ihn bis zu seinem Lebensende verfolgen würden. Daya saß bei ihm und schirmte mit ihrem Körper die Blicke der anderen ab. Schräg hinter ihr stand Haruki, die Hände auf seine Oberschenkel gestützt. Nur ein einziges Mal wagte er zu fragen, ob er etwas tun könne. Neben ihm André, der wie Daya Blickschutz gab und den hochgewachsenen Alex argwöhnisch beobachtete. Zu Unrecht, denn dieser schwieg wie alle anderen. Die übrigen Schüler der Klasse hielten sich im Hintergrund. Sie alle hatten jemanden hier verloren. Niemand fragte etwas, jeder dachte sich seinen Teil. Vermutlich meinten die meisten, dass gerade Colin gestorben sei. Daya hob ihre Hand vom Rücken Simons und strich sich die Haare hinter die Ohren. Es tut mir unendlich leid. Warum nur? Weshalb? flüsterte Simon und seine Schultern beten. Ich weiß es nicht, beantwortete sie die Frage, da sie Colin nur flüchtig kannte, ebenso wie sie Simon erst hier aus diesem Planeten richtig kennengelernt hatte, obwohl sie ihn seit mehr als neun Jahren jeden Tag sah. Er und ich, wir, wir haben immer, immer, immer diese verdammte Propaganda gehasst. Immer wollten wir echte Aliens kennenlernen. Daya schluckte. Menschen ändern sich. Weißt du noch, wie Colin damals diese Katze vom Baum gerettet hat? Beim Gedanken daran schüttelte sie den Kopf. Lange ist es her, merkte Haruki an, und im letzten Jahr hat er diese selbstleuchtende Tinte ins Aquarium gegossen. Alle Fische sind danach gestorben, und er hat nur gelacht. Simon lugte hinter seinem Arm hervor. Ich weiß, dass er sich geändert hat, aber sowas hätte ich ihm nie zugetraut. Kraftlos ballte er seine Fäuste. Immer wenn ich denke, ich kenne die Welt dann, dann kommt sowas, sowas Krankes. Simon griff sich an die schmerzende Magengrube und Tränen rannen aus seinen Augen. Mit Bar 4 sind Emotionen hochgekommen, die ich zuvor nicht gekannt habe. Ich wusste nicht einmal, dass so etwas existiert. Er zog hoch und wischte wieder seine Augen aus. Und dann sowas! Er schrie förmlich. Daya seufzte und legte wieder ihre Hand auf seinen Rücken. Sie wusste nicht zu sagen, und Simon verkroch sich wieder unter seinen Armen. Ich hasse ihn, schluchzte er. Ich hasse dieses fette, dumme Arschloch! Mach dich nicht verrückt, er ist es nicht wert. Denk an die Gespräche mit Bar 4. Das Gute sollte jetzt in deinen Gedanken sein, flüsterte sie und strich mit ihrer Hand über Simons Rücken, der wieder seinen Kopf hob. Mit Bar 4s Tod starb auch jede Chance, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Was? Haruki riss seine mandelförmigen Augen auf. Auch die anderen beiden Jungen hoben ihre Blicke. Simon nickte nur und bemühte, sich gefasster zu klingen. Seine Eltern hätten uns helfen können, das alles zu beenden. Von den jüngsten Ereignissen bisher verschont trat Anson Kuthen ins Lager und baute sich vor den Jugendlichen auf. Wo bleibt die verdammte Ablöse? Wie auf Kommando sprang Daya auf, in ihrer plötzlichen Wut die Hände zu holen, Fäusten geballt, in denen es bedrohlich waberte. Wo ist dein verdammtes Hirn, Arschloch? Kuthen stutzte, sah sie an und runzelte die Stirn, unfähig gegen diese Abfuhr zu reagieren, erkannte aber den Ernst ihres Ausbruchs, was ihn sofort die Hände heben ließ. Dein Scheißboss hat Colin ins Hirn geschissen, damit dieser Bar 4 ermordet! Die Augen des Ensens weiteten sich. Was? Sein Blick galt der Ecke, die sich Simon als Schlafplatz gesucht hatte und aus der das wütende Mädchen auf ihn zugekommen war. Ich habe nichts gesagt. Und Nick auch nicht, er ist noch draußen, rechtfertigte er sich, schob sich an Daya vorbei, umging André und Haruki. Ich habe nichts getan, ich schwöre es, rief er deutlich und für jeden hörbar. Simon, es tut mir leid. Ein Hauch an Verzweiflung und Ehrlichkeit schwang mit seinen Worten herüber. Die Antwort war jedoch nur ein Schluchzen. Es ging um einen Waffenstillstand, sagte Haruki leise. Kuthen blickte ihn skeptisch an. Hat die Gujus sich umentschieden? fragte er. Baphirs Eltern, erklärte Daya hinter ihm stehend. Der Ensinn wandte sich um und Daya kam näher. Sie hätten uns helfen können, diesen Scheiß zu beenden. Kuthen hob die Augen. Wie? Seine Eltern sind Politiker, brachte Simon heraus. Ensinn Kuthen legte die Hand vor den Mund und hockte sich nieder. Scheiße! Nur langsam begriff er, dass dieser Junge vor ihm mit seinem Traum vom Waffenstillstand weit mehr in der Realität stand, als der Lieutenant mit seiner Idee vom Sieg. Ich, ich muss, ich... Er setzte sich schließlich und strich durch seine kurzen Haare. Scheiße! wiederholte er. Inzwischen waren alle übrigen Schüler aufgestanden und umringten ihn fordernd, fast schon bedrohlich. Der Ensinn sah sich um und schluckte. Ihr Kids macht mich irre, verdammt! Er sah jeden Einzelnen kurz an. Mir ist auch klar, dass wir einen beschissenen und unnötigen Krieg führen. Gegen Feinde, die noch nicht einmal wissen, wer wir sind und warum wir das überhaupt tun. Er nickte Daya zu. Aber ich bin Offizier, ich muss das Arschloch sein, das du beschreist. Offizier? lachte Alexander. Ein verfickter Ensinn, du Null! Es ist trotzdem ein Offiziersrang, okay? Wies Kuthen den Jungen zurecht, ohne auf die Beleidigung einzugehen. Stattdessen nahm er den jungen Japaner in den Fokus. Dein Name war Haruki, oder? Ja. Okay, pass mal auf. Er schluckte und senkte seine Stimme. Geh mit Daya und André raus an die Antenne. Ich rede mit Nick. Er ist dienstalter und kennt die Leute hier an Bord länger als ich. Was hast du vor? fragte sie. Kuthen seufzte. Offizier hin oder her, mehr denn je bin ich nun motiviert, diesen dummen Krieg zu beenden. An die übrigen Schüler gewandt und sich aufrichtend bat er alle, mitzukommen. Wir werden jeden Einzelnen von euch brauchen. Anschließend wandte er sich direkt an Daya, Haruki und Alexander. Und ihr kommt mit mir. Anson Kuthen führte die drei nach draußen an der menschlichen Schutzlinie vorbei und tauschte die dort arbeitenden jugendlichen Helfer aus. Diese bekamen die heimliche Anweisung, sich mit den anderen zu treffen und die Situation abzugleichen. Wir müssen jetzt strikt zusammenhalten, forderte Daya als Klassensprecherin die zwei Klassenkameraden auf. Kuthen bestätigte sie, schickte die drei zurück in das Schiff und setzte sich ab, um Robespierre dazu zu holen. »Nick«, er winkte ihn heran und beide traten außer Hörweite der Schutzlinie. »Goochis hat den kleinen Plado töten lassen.« Robespierre erschrak. »Wie denn das? Und woher wusste sie?« »Colin«, erklärte Kuthen. »Er muss es ihr gesteckt haben, denn er hat ihn auch getötet auf ihren Befehl.« Robespierre schwankte zwischen Unglaube und Entsetzen. »Der Junge hat ihn getötet?« Kuthen nickte. Er selbst und natürlich auch Robespierre hatten bisher nur durch Knopfdruckwaffen ausgelöst. Aber direkte Tötung, davon konnte keiner der beiden berichten. »Ich hab die Schnauze voll«, sagte Kuthen. Robespierre nickte verständnisvoll. »Ich will das beenden.« Kuthen lauschte in den Kopf seines Kollegen, um zu verfahren, wie weit er mit seinen Worten gehen konnte. Einen Widerstand erkannte er nirgendwo, weder mental noch in den Reaktionen. »Bafir war dabei, einen Waffenstillstand zu erwirken«, erklärte er weiter. »Wie denn das? Seine Eltern sollen Politiker oder sowas sein, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Er ist tot und er wird nicht der letzte Unschuldige sein, der von der Gouges hingerichtet werden wird.« Seine Augen sahen auf den Blaster. »Wenn das Ding wieder speit.« »Und was willst du tun, Manu? Etwa meutern?« Kuthen schüttelte den Kopf. »Wir gehen zu Demoulin. Er war schon immer kriegsmüde.« »Demoulin ist völlig unnütz. Mehr als drei Jahre hat er keine Befehle erteilt. Nichts getan, außer stumpf seine Knöpfe gedrückt. Er ist nur noch an Bord, weil er mal jemand war. Aber das ist ewig her«, erklärte Robespierre, »weiterhin bedacht, nicht von anderen Ohren gehört zu werden.« »Er ist wach, wacher als sonst. Irgendwas hat ihn zurückgeholt. Ich habe in den letzten Stunden aktiv sein Hirn benutzen sehen.« Kuthen schob ihn ein Stück in die Richtung des Hangars. »Es klingt zwar aussichtslos, aber wenn du es versuchen möchtest, bin ich dabei.« »Es ist kein Verrat. Es ist unsere Pflicht«, sandte Anson Manuel Kuthen seinem Kollegen Nick Robespierre. Beide standen vor dem Bereitschaftsraum des ersten Offiziers nahe der Brücke, welchen Alexander de Molin für sich und zwei Unteroffiziere eingenommen hatte. Robespierre legte seinen Daumen auf den Meldebutton und nickte verunsichert. »Lassen wir das den Commander entscheiden.« Leise sirrte der Melder und die Tür öffnete sich mit einem Zischen. Am Schreibtisch, mithilfe verschiedener Gegenstände halbwegs waagerecht gestellt, saß der gealtete Commander und blickte etwas überrascht auf. »Ansons? Können wir Sie kurz sprechen, Sir?« »Es geht um das Handeln des Lieutenants.« De Molin schien erleichtert. »Natürlich.« Mit Druck auf das Schaltfeld am Schreibtisch verriegelte der Commander das Schott im Rücken der beiden jungen Männer. »Ich arbeite gerade eine Protestnote aus, die ich Gouges überreichen werde. Ebenso erarbeite ich eine militärische Klageschrift. Sollten wir den heutigen Tag nicht überleben, sollen jene, die herkommen, erfahren, was geschehen ist. Und wenn wir es überleben, kann ich sie offiziell belangen.« Beide Ensons sahen sich bestätigend an. »Wir werden gerne unterzeichnen, Sir«, erklärte Robespierre. »Aber noch lieber würden wir dies hier beenden und den Lieutenant absetzen«, setzte Cuthon hinzu. De Molin schüttelte den Kopf. »Sie hat über die Hälfte der Männer hinter sich. Es gibt nur einen einzigen Weg, dies hier zu beenden.« Der alte Offizier musterte die beiden und lehnte sich auf seinem ebenfalls wieder gerade gestellten Stuhl zurück. »Eine Seite muss gewinnen, alternativ verlieren.« »Und das wird schmutzig.« »Der Blaster darf nicht zum Einsatz kommen«, entschied Cuthon. »Sobald dieser wieder funktioniert, wird es kein Zurück geben.« »Sehr richtig, junger Freund.« »Hm, waren Sie nicht für die Reparatur eingeteilt?« Cuthon schluckte, nickte anschließend und stellte die Überlegung an, mit den zivilen Helfern für genug Ablenkung zu sorgen. Robespierre aber griff ihn am Arm. »Denk nicht einmal daran. Das ist aktive Sabotage, kein offizieller Weg wie eine Protestnote. Man wird dich des Verrats anklagen können.« »Möglich, aber ich lebe lieber als Verräter, als dass ich als volksamer Trottel sterbe.« Demuller seufzte. »Ich muss Ihnen beiden zustimmen. Einerseits wurde genug gestorben in diesem nie geführten Krieg. Andererseits müssen wir uns unbedingt an die Regeln halten.« »Seit wann hält man sich im Krieg an Regeln?«, fragte Cuthon. »Was wir hier tun, was immer wir taten, war falsch. All das hier liegt allein in unserer Verantwortung. Wir sollten endlich aufhören, erst zu schießen und anschließend zu fragen.« Robespierre seufzte leicht, schwieg, aber Demuller schürzte nur die Lippen. »Tja, womöglich endet es wirklich damit, dass wir aufhören zu schießen.« »Ich genehmige Ihren Einsatz und übernehme die volle Verantwortung.« Er hob seinen Finger leicht zitternd. »Sabotieren Sie den Blaster, Ensigns.« »Ja, Sir.« »Und wie sollen wir das machen?«, fragte Robespierre mit leicht erhobener Stimme. »Also ohne, dass es jemand bemerkt.« »Sie beide sind doch IT-Experten?«, fragte Demuller nach. »Schreiben Sie direkt an den Rezeptoren der Waffe eine Feedback-Schleife in die untere Systemmatrix der Blaster-Kalibrierung. Das Hauptsystem wird dies erst bemerken, wenn es versucht, den Blaster zu aktivieren.« Robespierre sah seinen Kollegen mit dem Blick der Erkenntnis an. »Sag mal, hast du noch dieses Programm, mit dem du damals die Filmbibliothek geplündert hast?« Cuth nickte. Damals hatte er dem Bibliothekssystem vorgegaukelt, dass eine Zahlung stattgefunden habe. Tatsächlich war dies nur ein einziges Mal geschehen, und das infiltrierende Programm täuschte eine erneute Zahlung vor, indem es den Prozess um den Zahlungseingang mit jeder Anfrage duplizierte. »In meiner privaten Datenbank versteckt.« »Schleuse es ins Hauptsystem.« Acht. Grell warf die untergehende Sonne ihr oranges Licht gegen die Backbordseite der Manhattan. Im Scheinwerfer- und Schattenspiel prüfte Anson Cuthon das bereits übertragene Schadprogramm und dessen simulierte Wirkung. »Läuft!«, flüsterte er und blickte um sich. Die hier eingeteilten Techniker waren durch Robespierre an der FTL-Antenne zum Einsatz gekommen und vertrauenswürdig, wurden dennoch zu ihrem eigenen Schutz nicht in das Vorhaben eingeweiht. Daher befand sich der Anson an Seilen zusammen mit Haruki und Daya in zehn Metern Höhe, wo sich der Plasmablaster befand. »Ihr wisst Bescheid?« »Ja«, antwortete Daya für beide. »Und ihr könnt allein hier oben bleiben?« Cuthons Blick galt den beiden Männern mit den Schilden, welche planmäßig herabgelassen werden sollten und ebenfalls nicht eingeweiht waren. »Mich bringt nichts um«, erklärte Haruki. »Und ich kann auf mich aufpassen«, fügte das Mädchen selbstsicher hinzu. »Okay, wir alle verlassen uns auf euch«, verdeutlichte der Anson und sah nach unten zu Simon und André an der Seilwinde. »Schafft er es auch?« »Simon ist stark«, erklärte der Japaner. »Er war schon immer ein Kämpfer.« Cuthon glaubte den Worten des Jungen und winkte beiden am Boden schließlich zu. »Okay, lass uns runter«, André aktivierte die Winde, wodurch nicht nur der Anson, sondern auch die zwei gepanzerten Männer herabgelassen wurden. »Hey«, rief einer der beiden. »Schon gut, Sergeant, wir haben neue Befehle«, beruhigte der Anson sofort. »Neue Befehle, Sir«, fragte der Größere der beiden und sah nach oben. »Und was ist mit den beiden?« Cuthon blickte den deutlich älteren Mann starr an. »Die Waffe ist einsatzbereit. Die zwei überwachen noch einmal den Energiefluss und kommen dann ebenfalls herunter. »Aber es sind Kinder, Sir.« »Es sind technisch begabte Zivilisten. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Ich habe Wichtigeres zu tun, als einen Energiefluss zu beobachten«, versuchte Cuthon, so energisch wie möglich zu klingen. »Teilen Sie sich selbst dem Schutzwall an der Ostfront zu.« Die Männer blickten herunter zu den gepanzerten Kollegen an dieser Seite und machten sich ohne weitere Worte auf den Weg dorthin. »Bereit«, fragte Cuthon an Simon Gewand, der neben André still den Abzug der Soldaten beobachtete. Er berührte sich am Bauch. Zusammen mit Daya hatte er dort mit mehreren Fetzen Papier kaschiert eine Handfeuerwaffe versteckt. »Ich kann das!« Cuthon hatte ihm einen Blaster mit entladener Energiezelle überlassen. »Vermeide auf jeden Fall, sie irgendjemandem direkt entgegenzuhalten. Richte sie immer auf den Boden unter allen Umständen. Das genügt vollkommen als Ablenkung.« »Ja, Sir«, Simon nickte gezwungen und Cuthon legte ihm seine Hand auf die Schulter, sah ihm direkt in die Augen. »Sei bitte vorsichtig!« Damit entließ er ihn und beobachtete stumm, wie Simon geduckt am Schiffsrumpf entlangschlich und schließlich im Hangardeck verschwand. Drei, vier, fünf. Zählte er die Sekunden und schätzte, dass Simon das abgesprochene Signal an seinen Mitschüler Alexander nun abgegeben hatte, ehe er weiter zur Brücke hinaufstieg. Zehn weitere Sekunden verstrichen. »Was ist los?«, fragte Daya, die ebenfalls erwartet hatte, dass Alex nun die übrigen Mitschüler aus dem Schiff führte. Leider konnte von hier aus niemand erkennen, was am Heck vor sich ging, da die Schiffsform den Blick auf die Hangarshots verbarg. Cuthon war mehrere Schritte zurückgegangen, sah misstrauisch den gigantischen Rumpf entlang und trat von einem Bein auf das andere. Erst eine kleine, anschließend eine auffällige Bewegung ließ ihn entspannen. »Sie kommen!«, meldete er den Jugendlichen und beobachtete, wie die Klasse geschlossen auf das offene Feld trat. Wie abgesprochen verteilte sich das Dutzend Schüler hinter der Schutzlinie. Zusammen mit Robespierre sprach Cuthon sich klar dafür aus, dass keiner der Schüler sich oder eine der Sicherheitskräfte gefährden durfte. Einzig Ablenkung und Verwirrung war die Aufgabe der Jugendlichen. »Es geht los«, meldete Cuthon ein letztes Mal, nahm seinen Kommunikator aus dem Gürtel und aktivierte die sichere Leitung. »Nick, die Ablenkung ist draußen und Simon ist drin. Wir haben fünf Minuten.« »Verstanden«, antwortete Robespierre. »Ich initialisiere die Störfrequenz.« Auf der Brücke saß Commander de Molin an der Kommandostelle des ersten Offiziers und behielt die Sensorenstation im Blick. Kaum, dass er das stumme Signal von Robespierre an der Unterseite seines Eingabefeldes erhielt, rief er dem Petty Officer an der Umgebungsüberwachung zu, sich einmal etwas an seinem Schirm anzusehen. »Sir«, der junge Mann an der Station wandte sich um. De Molin deutete auf seine Konsole. »Ich habe hier etwas.« Im Rücken des Unteroffiziers schoben sich flackernde Streifen über die Stationseingaben, welche dieser nicht bemerkte. »Eine Bewegung. Würden Sie das einmal orten?« Gurgis beachtete den kurzen Dialog kaum eine Sekunde. De Molin wusste, dass sie eine normale Unterhaltung, wie sie auf der Brücke gelegentlich stattfand, nicht beachten würde. »Ich habe da nichts, Sir«, merkte der junge Mann an. De Molin stand auf, trat an die Sensorenstation, welche sich direkt neben der Kommunikation befand und stellte sich genau dazwischen. »Dort oben, das meine ich«, sagte der alte Commander und markierte eine simple implementierte Störung. »Aha, das«, erkannte der Unteroffizier und erklärte beruhigend, dass es sich aufgrund von Lichteinfall um ein bekanntes Phänomen handle. »Nein, nein«, lehnte der Commander dieser Erklärung wieder besseren Wissens ab und sprach nun Petty Officer an der Kommunikation an. »Was denken Sie, Kyra, was das ist?« »Ich, Sir?« Demolin legte einen Wireless-Datenträger auf die Kommunikationskonsole und hielt diesen mit seiner Hand verborgen. Mit einer Bewegung seines Fingers übertrug er vorbereitete Befehlsfälschungen in die Truppenorganisation. »Nun, es könnte auch ein größeres Tier sein. Es springt ja irgendwie von links nach rechts, Mutmar Stenell.« Es ist wirklich nur ein Renderingfehler aufgrund des Sonnenuntergangs. Die einfallenden Photonen werden verstärkt dargestellt, was wiederum ein Loop in der Verarbeitung verursacht. Außerhalb des Schiffes erhielten die Truppenführer der Schutzlinien die neuen Befehle. Geschlossen bewegten sich die gepanzerten Männer und Frauen an die Bugseite des Schiffes. Cuthen sah gelassen zu, wie auch der letzte Mann das Heck und die Bugbordseite der Manhattan entblößte. »Sie bewegen sich«, meldete er Robespierre und sah auf die Uhr. »Noch drei Minuten.« »Verstanden.« Klackend rasselte das zweite Hangarshot hoch und öffnete seinen breiten Rachen in den Rumpf. Zeitgleich deaktivierten sich die inneren Sensoren an allen Fixpunkten des hinteren Schiffsteils. Cuthen erhielt das geheime Signal von Alexander und blickte nach oben zu den beiden Jugendlichen. »Initialisieren«, Daya berührte den Indikator und sah, wie der Blockadeprozess sich selbstständig einlud. »Fertig«, rief sie. Cuthen aktivierte die Wände und ließ beide hinunter auf den Boden. »Abgeschlossen«, meldete Cuthen an seine Mitverschwörer. Ein Datenloop? Guches kannte solche Fehler aus Übungen, wenn man einen Angriff oder eine Verteidigung mit Hologramm simulierte. Ihr Bauchgefühl drängte in diese unerträgliche Ungewissheit. Demnachgehend rief sie die Sensoren an ihrem Kommandosessel auf und stutzte, als sie erkannte, dass einige der Systeme ausgefallen waren. Sie sah auf die Monitore und zurück auf die Sensoren ihres Wiederholdisplays. Ihr Instinkt weckte etwas in ihr, einem Tiergleich, das noch bei Sonnenschein den Schutz vor dem Sturm aufsuchte. »Sensorenprüfung«, befahl sie. »Das tun wir bereits«, merkte Demoulin an. »Alle Sensoren, jeder auf seinem Posten. Hier stimmt was nicht.« Petty Officer Nell rutschte sofort zurück an ihre Station und erkannte die neue Truppenbewegung. »Ma'am, haben Sie eine Neuordnung angewiesen?« »Hm?« Guches wandte sich zu ihr um. »Wie meinen Sie das, eine Neuordnung?« »Du verfickte Hure!« brüllte Simons schrille Stimme über die Brücke. Wütend stampfte er auf Guches zu, dem Blaster wie angewiesen auf den Boden gerichtet. »Du hast ihn ermordet, du dämliche Schlampe!« »Schaff das Balk hier raus«, fuhr diese ungerührt fort. »Ich bring dich um«, schrie Simon und hob nun doch den Blaster. Aus den Augenwinkeln erkannte er die verbliebenen fünf Unteroffiziere, die sich schrittweise näherten. Der Lieutenant fokussierte den Eingang, an dem Simon stand. Demoulin hatte auch den dort positionierten Wachen eine neue Aufgabe zugewiesen. Guches wich einen Schritt zurück, als sie erkannte, dass ihre Sicherheitsvorkehrungen auch hier oben versagten. »Was ist hier los?« »Ich bin los, Bitch!« keifte Simon und entließ seine Wut und Trauer. »Eigentlich sollte ich dich in Plasma auflösen!« Guches schien zu verstehen und versuchte zu lächeln. »Du hast nicht die Eier abzudrücken, kleiner!« »Junge, halt!« brüllte Demoulin und sprang hervor, überraschte Guches und Simon gleichermaßen. Der hier gespielte Auftritt war Simons Idee gewesen, nachdem Demoulin erklärt hatte, dass auf der Brücke weit mehr benötigt wurde als ein vorgetäuschte Fehler in den Sensoren, um vom Wesentlichen abzulenken. Anson Cuthon hatte sofort Einspruch erhoben, Simon jedoch bestand darauf, dieses Ablenkungsmanöver durchzuführen. Vorgesehen war, dass Simon nach Ausbruch des geplanten Chaos auf die Brücke sprang, da niemand mit der schnellen Schaltung seitens Petty Officer Nels gerechnet hatte. Offenbar versuchte Demoulin nun einige Sekunden mehr herauszuholen. Guches hielt den alten Mann jedoch davon ab, einzugreifen. »Ganz ruhig, Commander! Er ist nur ein dummes Kind!« Sie lachte gehässig und sah Simon direkt an. »Du solltest wenigstens eine aktive Energiezelle verwenden, wenn du glaubwürdig sein willst!« blaffte sie, trat vor und versetzte Simon mit ihrer Rückhand eine so kräftige Ohrfeige, dass dieser seitlich zu Boden ging. Sofort packten die Männer zu und hielten den Jungen zu Boden gedrückt. »Befehle!« fragte einer der Männer. Guches hatte sich wieder gesetzt und prüfte die Sensoren sowie Truppenbewegungen. »Weg mit ihm!« sagte sie nur und schüttelte leicht ihren Kopf. »Und sichern!« Sie rekalibrierte die Sensorenausgabe und ließ parallel eine Systemdiagnose laufen. Für einen Moment musterte sie Demoulin und sah zögerlich zurück auf die Anzeigen. »Nell, alle Kommandos der letzten Viertelstunde zurück, egal was diese besagten!« »Jawohl, Ma'am!« Ihre nächste Prüfung galt der taktischen Station. »Petty, Officer Carey, Alarmstufe 1! Wir werden angegriffen! Von innen und außen!« Der junge Mann zögerte erst, anschließend aktivierte er das schrille Signal, welches jeden Mann und jede Frau an Bord zu Waffen und Schilden greifen ließ. »Lieutenant!« rief Petty Officer Nell und deutete auf den Übersichtsschirm. Guches erkannte, dass die falschen Truppenbewegungen das Heck der Manhattan komplett entblößten. Selbstverständlich hatten die Belagerer dies ebenfalls erkannt und stürzten in enger Formation auf genau dieses Geschenk zu. »Sie ficken uns in den Arsch!« brummte Guches und rief die Schiffskontrollen an ihrer Station auf. Commander de Molin, von allen unbeachtet, verließ seinen Posten und stürzte den schief liegenden Korridor hinunter. Von weitem schon rief er nach den Männern, welche Simon vom Deck zerrten, und erklärte, dass er sich um den Jungen kümmern werde und die Männer sich bewaffnen sollten, wie es das Alarmsignal vorschrieb. Keine Sekunde zögerten die beiden und überließen Simon dem alten Offizier. »Halte dich von nun an zurück!« De Molin stieß Simon gegen die Wand. »Keine lebensmüden Aktionen mehr!« Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er den Jungen stehen und nahm die Notleiter nach unten. Im Dauerlauf durch das Hangardeck hielt Commander de Molin eine vorbereitete weiße Fahne, es war nur ein T-Shirt an einem verbogenen Metallstab, vor sich. Um ihn herum standen Techniker und Schüler gleichermaßen. »Wir ergeben uns!« rief der alte Mann den Mannschaften und Zivilisten zu. »Verhaltet euch ruhig!« Mit erhobenen Händen trat er durch die sich aufstellenden Männer und Frauen und stellte sich den einfallenden Plado entgegen, die mit Energiewaffen, langen Klingen und Speeren vorrückten. Keiner der Außerirdischen trug eine Panzerweste oder andere Schutzkleidung. Aufgrund der verschiedenen Schnitte und Farben war sich der Moller beinahe sicher, dass es sich dabei um Zivilkleidung handelte. Noch einen Schritt trat er vor, die Fahne gehoben, langsam und ohne hektische Bewegung. Die Sicherheitskräfte der Manhattan, die den alten Offizier erkannten, hielten inne und sahen den alten Commander fragend an. Gelegentlich kam ein verunsichertes »Sir« aus der Reihe der Soldaten, die in ihrer Unterzahl ständig zurückwichen. »Zieht euch zurück«, befahl der Moller, blickte den Aliens entgegen und regte seine Hände nach vorn. Zwei Lichtblitze sturben aus der Menge und schlugen in den Brustkorb des Kommanders ein. Ein Keuchen, als hätte man dem Alten mit einem Schlag die Luft aus den Lungen getrieben, erklang und der Moller ging zu Boden. Seine weiße Fahne fiel neben ihm unbeachtet in den Sand. Die Plado näherten sich ihm und stiegen in ihrem Vormarsch einfach über den regungslosen Körper hinweg. In einem letzten Versuch packte der Moller den Fuß eines Plado, krallte sich fest, bis dieser sich umwandte und sich loszureißen versuchte. »Bitte«, keuchte er, »Frieden!« Der Commander spuckte einen Schwall Blut heraus und war sich bewusst, in wenigen Augenblicken zu sterben. Mit seiner noch freien Hand griff er nach der Fahne und hielt sie dem gehaltenen Plado entgegen. Dann verlor er die Besinnung und starb. Ebenso starben auch die wenigen Schutzkräfte, die den Mut hatten, sich der außerirdischen Armee zu stellen, anstatt das Weite zu suchen. Ihre Rufe nach Hilfe verklangen unter dem Geschrei von Angst und Schmerz. Die ersten Plado stampften in das Hangardeck, hielten ihre Waffen schützend vor sich und blickten vorsichtig in alle Richtungen. Gegenüber am Eingang betrat Simon das Hangardeck, sah auf die Angreifer und erkannte die Unsicherheit in ihren Gesichtern. In Deckung gehend und nach allen Seiten schauend, suchte er nach dem Commander, nach den Ensigns oder auch Daya, egal wem, nur jemand Vertrautem. In einer Ecke zwischen zwei Containern erkannte er Alexander mit André neben einem halben Dutzend Technikern und einigen Schülern. Es war nicht geplant, dass sich hier noch Jugendliche aufhalten sollten. »Was macht ihr da?« Simon trat vorsichtig zu ihnen, starrte verunsichert auf das Hauptschott und die dort eindringenden Plados, die jedem hier die Furcht in die Glieder trieben. »Sie kamen so schnell, erschossen den Alten«, wimmerte Alexander. Simon erkannte in den schuppigen Gesichtern ebenso eine Mischung aus Furcht und Wut. Eine gefährliche Mischung unter Menschen. Wie es sich bei dem Plado verhielt, konnte niemand sagen. Still hoffte er, dass die Eindringlinge Soldaten von Schülern und Arbeitern unterscheiden konnten. Ein menschliches Schluchzen mischte sich in das Rasseln und Gurren der Außerirdischen. Mit dem Rücken an die Wand gepresst, hockten seine Mitschüler hinter den uniformierten Männern verborgen. Es war überall zu hören. Ein anderes Mädchen schrie auf, als einer der Plado einen mutigen Schritt nach vorn setzte und nun direkt auf die Gruppe zwischen den Containern zuhielt. Die schlagsige Gestalt und seine hölzernen Bewegungen ließen ihn wie ein Untoten aus einem Spiel wirken. Der Schrei des Mädchens weckte die Aufmerksamkeit der übrigen Eindringlinge. Ein anderer Plado hob seine Klinge, schien sich noch mit den anderen an seiner Seite zu unterhalten, ehe er vortrat, seine Waffe noch immer erhoben. Sofort stürzte sich Simon zwischen ihre kleine Gruppe und die Eindringlinge, versetzte Menschen wie Plado einen Schrecken. Noch halb im Sprung ging er auf seine Knie und ahmte die Ergebungshaltung nach, wie er es von Baphir gezeigt bekommen hatte. »Mach das nach!« forderte er alle auf. Keiner reagierte, bis auf den hochgewachsenen Alexander. Unvermittelt trat der dunkelhäutige Junge an Simons Seite, hockte sich hin und legte seine Unterarme aneinander, wie Simon es vormachte. Mit den Händen bedeckte er seinen geneigten Kopf. »Du bist so ein Freak!« zischte er, als auch die anderen der Klasse nach und nach sich ergaben. »Aber das ist gut so!« Als auch die Techniker dieser Haltung einnahmen, ging ein Rasseln und Schnurren durch die Plado. Einige traten zurück, andere ließen ihre Waffen sinken. »Und wie lange müssen wir so hocken?« fragte André an Simon gewandt. »Ich weiß nicht, ich kenne nur das!« Langsam zogen sich die Außerirdischen zurück, machten einen Bogen um die kleine Gruppe und drängten sich weiter in Richtung des Schiffsinnern. Als der erste Außerirdische dem Korridor zu nahe kam, wurde dieser augenblicklich von einer dröhnenden Salve aus geladenen Projektilen in Fetzen geschossen. »Nein!« rief Simon, der die plötzliche Panik in den Reihen der Außerirdischen erkannte. Auch Alexander sprang auf, blickte mit entsetzten Augen auf die gepanzerte und schwerbewaffnete Gruppe Männer, welche die Außerirdischen aus dem Hangar zurückzudringen versuchte. Die Plado flohen, suchten jede erdenkliche Deckung. »Aufhören!« schrie er ungehört gegen den Ansturm aus Feuer und Geschrei. Selbstsicher traten die Soldaten vor, ihren Gesichtern standen Zorn und Verachtung. Wahllos feuerten sie auf alles, was sie erblickten, und kein Mensch zu sein schien. Unter das Getöse mischten sie Schreie von Panik der Plado und das entsetzliche Geräusch berstender Körper. Einige der Soldaten schienen sogar zu lachen, wenn sie ihre Zähne blickten. Lauter als alles andere schrie plötzlich Alexander auf. Nach vorn gebeugt, den Oberkörper und Hals zu einer Linie gestreckt, und die Arme nach hinten drangen Schallwellen aus seinem Mund, die so extrem waren, dass sie selbst die Luft vor ihm verzerrten. Die gepanzerten Männer, die eben noch den Hangar zu stürmen versucht hatten, wurden von dieser Kraft getroffen und zurück in den Korridor gedrängt. Zeitgleich preschte André vor, packte das Schott und schob es zu, als sei es nur ein dünnes Brett. Simon hatte von Andrés enormer Kraft gewusst, allerdings erschütterte dies seine Mitschüler ebenso wie die Techniker, welche im Wechsel von Alexander auf André blickten. Du bist auch? Simon sah hoch in die dunklen Augen des ehemaligen Schulschlägers, der jeden verachtete, der von der gesellschaftlichen enorm abweg. Ja, Daya hatte schon recht, ich bin auch ein Freak. Simons Gedanken tanzten um die Frage nach Alexanders Verhalten, wurden aber von dem Donnern gegen das zugeschobene Schott abgewürgt. Die Männer dahinter gaben nicht auf, dem Schlachtfeld außerhalb der Manhattan zu folgen. Das wird nicht lange halten, klärte Simon die Umstehenden auf. Wir müssen hier raus! Er sah auf die Überlebenden Plado, die sich sammelten, ihre Verletzten stützten oder Schuppen von den Körper der Toten brachen. In ihrer Sprache schien sie heftig zu diskutieren, ihre Bewegung zu organisieren. Die Unverletzten richteten sich neu auf, ignorierten jedoch die Schüler und die Techniker. Offensichtlich war ihnen bewusst, dass sie nur aufgrund des Eingreifens durch die Quantenkräfte der Jugendlichen noch am Leben waren. Alexander trat als erster vor und winkte seine Mitschüler und die Techniker zu sich. Kommt! Mit seinen Augen schickte er André vor. Simon half einem Mädchen auf und bildete das Schlusslicht, folgte den Plado, die ihre Verletzten in Sicherheit brachten. Kaum waren sie im Schein der untergehenden Sonne, begriffen die Schüler das Ausmaß der Situation. Tausende von Plado umzingelten das Schiff. Tote Körper von Menschen und Einheimischen lagen gleichermaßen am Boden. Feuergefechte erklang von beiden Seiten. Knurren und Gurgeln seitens der Plado, Schreien und Pulserfeuer seitens der Menschen rund um das Wrack der Manhattan. In der Deckung von Leichen lag ein Soldat in seinem Blut, schreiend vor Schmerzen. Andere suchten das Weite, stürzten ziellos umher. Einer der Soldaten sah sich dutzenden Plado ausgesetzt. Wahllos feuerte er in die Gruppe, hielt inne und richtete die Waffe gegen sein Gesicht. In einem grellen Feuerball entging er dem Tod durch den Feind. Simon machte erneut die Unterwerfungsgeste, doch kaum einer der Plado beachtete ihn. Sie alle machten Platz für die eigenen Verletzten, kümmerten sich um jeden Einzelnen oder hielten die überlebenden Sicherheitskräfte mit ihren Waffen in Schach. Die Panzertruppen hatten ihre Waffen niedergelegt, waren in die Hocke gegangen, hielten jedoch ihre Schilde weiterhin vor sich. Das ist Wahnsinn, rief Alexander angesichts der Truppenbewegungen Simon entgegen. Deswegen müssen wir hier weg, rief dieser zurück, aus den Schusslinien raus. Geduckt und schnurgerade führte er die kleine Gruppe an der Backbordseite entlang. Schon von Weitem erkannte er Daya, wie dieser mit ausgestreckten Händen vor den beiden Enzins und Haruki stand. Ihr Kraftschild flammte kurz auf, als von irgendwoher ein Energieblitz darauf niederging. »Daya!« rief er ihr zu, das Mädchen aber schüttelte nur den Kopf, zuckte mit jedem Aufschlag zusammen, als fühle sie den Schmerz des Zusammenstoßens. »Wir müssen ihr helfen«, entschied Simon und wandte sich zu seiner Klasse um. »Wer kann noch was? Jetzt ist der Augenblick damit rauszurücken.« Ein einzelnes Mädchen trat hervor. Jedem hier war klar, dass ein solches Outing je nach Quantenstärke rechtliche Einschränkungen nach sich ziehen konnte. »Ich kann Licht ausgeben, aber das nützt niemandem.« Simon sah sich zu ihr um. »Genug, um zu blenden?« Das Mädchen nickte. »Denke schon.« »Dann stell dich zu Daya. Überblende die Gegend, damit wir hier wegkommen.« Damit hob das Mädchen ihre Hände und ließ ihre Handflächen leuchten. Sie kniff Augen und Mund zusammen, so als ob sie große Schmerzen hätte. Nur Sekunden später überblendete ihr Licht die kleine Gruppe Schüler. 9. Schon der Rauch ließ in Colin ein ungutes Gefühl anschlagen. Mit jeder Minute, die er der untergehenden Sonne entgegenfuhr, veränderte sich das Licht um sein Ziel. Feuer wie Blitze stoben gleichermaßen in den farbenfrohen Himmel. Die Manhattan und auch die Belagerung durch die Plado, welche ihn an die Orks aus diesem uralten Klassiker Herr der Ringe erinnerten, taten ihr Übriges dazu, sein Unwohlsein zu steigern. Je näher er das Zebo an das Geschehen lenkte, desto mehr Details eröffneten sich ihm. Die Aliens waren längst nicht mehr an den Positionen, die für ihn markiert worden waren. Nach dem Vorfall mit Baphir war ihm klar, welchen Nutzen die Plasmazellen und die Markierung haben sollten, und er begriff den taktischen Plan dahinter. Kurzum entschied er, die Tanks an anderen Stellen aus dem Zebo zu werfen. Wie Baphir es ihm gezeigt hatte, öffnete er die Scheibe zu seiner linken, erhöhte die Geschwindigkeit und die Flughöhe des Fahrzeugs. Einen knappen Meter über dem Boden schwebend, quälte sich der Antrieb des Zebos mit widerstrebenden Geräuschen. Mehrere Warnanzeigen mahnten an, die Belastung wieder herunterzufahren. Colin ignorierte das Getöse, nahm die erste Zelle und donnerte sie durch den Strom beweglicher Plado. Krachend stieß das Zebo gegen Köpfe, Schultern, Waffen und Arme. »Fickt euch, ihr scheiß Sushis!« brüllte er und ließ die erste Zelle fallen. Nach knapp 100 Metern die nächste. Als er dem Heck der Manhattan nahe kam und auch dort die sich versammelten Plado erkannte, lenkte er das Fahrzeug herum, ließ die letzte Zelle fallen und steuerte direkt den Hangar des Schiffes an. In seinem Kopf löste sich die Erinnerung, wie vor wenigen Tagen die Shuttles in ihrer Flucht vor dem Pladofeuer hineingestürzt waren, wie jetzt auch er. Aufjaulend bremste das Zebo ab, durchbrach etliche fliehende Plado-Gruppen und rauschte krachend in den Hangar. Die Außerirdischen, die diesen Teil des Schiffes eben noch besetzt gehalten hatten, flüchteten zu großen Teilen ins Freie. Funkenschlagend und kreischend schob sich das Zebo über den Boden, stürzte gegen das hintere Shutt und riss es aus seiner improvisierten Verankerung. Pfeifend, rauchend und funkenschlagend blieb es im Korridor liegen, hatte Soldaten wie Techniker in alle Richtungen getrieben. Colin löste sofort die Sicherheitsverankerung, die ihn im Sitz gehalten hatte, und überblickte kurz die schwarze, zersplitterte und von Energieblitzen durchzogene Eingabefläche. Das Zebo würde wahrscheinlich nie wieder fliegen, was ihn jedoch keinen Augenblick kümmerte. Seinen massigen Körper aus dem Fahrzeug schiebend blickte er auf den erstbesten Gepanzerten, der ihm am nächsten stand. Die Plasmazellen sind ausgelegt! Der Mann hielt seine Waffe in Collins Richtung, war wie alle anderen überrascht und erschrocken zugleich, dass ein Junge in dem fremden Fahrzeug saß. Die ersten Männer traten am Zebo vorbei und feuerten sofort auf die dort verbliebenen Plado. »Die Zellen sind gelegt, ihr Trottel!«, blaffte Colin den sich langsam nähernden Männern entgegen. Noch immer reagierte niemand auf ihn, bis er einen der Männer am Arm packte. »Lieutenant Gorgeous muss wissen, dass die Zellen platziert sind!«, brüllte er ihm ins Gesicht. »Jetzt!«, der Mann nickte verunsichert und aktivierte das Intercom. »Ma'am, hier ist ein dicker Junge. Er sagt, die Plasmazellen sind platziert.« »Wer ist hier dick?«, protestierte Colin und stieß den Mann wirkungslos an. Lenna Gorgeous hatte mit dieser Meldung nicht mehr gerechnet. Eher schon sah sie sich binnen der nächsten Tage hingerichtet von diesen Kreaturen. Ihr Blick kalt der Taktik. »Carrie, wählen Sie die vorgestellten Markierungen an!« »Ja, Ma'am!«, der Petty Officer aber schüttelte den Kopf. »Da befinden sich keine Ziele, Ma'am!« »Was?«, Gorgeous riss sich vom Kommandosessel los, stieg die leichte Anhöhe zur Kommunikationsstation hinauf. »Rufen Sie den Kerl, der eben die Meldung gemacht hat!« Nell wählte den letzten Kontakt an und sprach direkt. »Petty Officer, hier spricht die Brücke. Benötigen umgehend Bestätigung zur korrekten Platzierung der Zellen durch den Jungen.« »Ja, Ma'am!« Das Getöse des im Hangar wieder entbrannten Kampfes drang durch die Kommunikation herauf, und anhand der Nebengeräusche war für Nell und Gutes anzunehmen, dass der Mann einen längeren Weg lief. »Junge!«, brüllte er. »Hast du die Zellen wirklich platziert, an der richtigen Stelle!« »Ach, scheiße!«, hörte Mann Collins Stimme. »Sie liegen woanders!« »Wo anders!«, pollte Gutes und hob resigniert die Arme. »Da, wo die Viecher sind! An den Koordinaten war doch keiner mehr!« Mit weiten Augen blickte der Lieutenant auf die Echtzeit über sich der Schiffsumgebung. Stumm blinken die Markierungen dort, wo sich kaum noch ein Plado aufhielt. »Nach Plasmazellen des Typs 3-Scan. Mindestens vier müssen davon hier herumliegen!« Die Sensorenstelle griff die Spezifikationen aus der Systembibliothek auf und ließ die Sensoren nach vergleichbarem Suchen. »Fünf, Ma'am! Nahe des Rumpfs!« »Anvisieren! Sofort!«, brüllte sie die Taktik an. »Lena, das sind unsere Leute! Jeder Mann ist da draußen!« Gutes strich mit der flachen Hand eine Linie. »Risiko! Die Plado müssen vernichtet werden! Wir werden mit Feuer untergehen und diesen Planeten reinigen!« »Ma'am!«, empönte sich Nell. »Das geht nicht! Keine Wahl! Feuern Sie!«, schrie sie die Taktik an, obwohl sich diese keinen Widerspruch leistete. Drei berührte Indikatoren später lud sich die Energieanzeige der Schiffsbewaffnung auf. Verdächtig langsam. »Ma'am, da stimmt was nicht! Wir haben nicht annähernd die erforderliche Leistung!«, merkte P.O. Carey an. In schneller Abfolge blinken mehrere rote Felder, verwiesen auf die Markierung im EPS-Netz und übertrugen die Meldung mehrerer überlasteter Relais. »Wir brauchen nur fünf leichte Schüsse! Zerschlagen Sie die Plasmazellen!« Petty Officer Carey wiederholte seine Eingabe, erneut ohne Ergebnis. »Fehlzündung, Ma'am!« »Korrigieren Sie das!«, fuhr Gutes ihn an. Ehe Carey etwas sagen konnte, schob sich eine Erschütterung durch den Rumpf. »Ein Einschlag!« war Gutes erster Gedanke, dann erkannte sich jedoch die blinkenden Fehlermeldungen an einem anderen Schirm. Es staute sich in den Waffensystemen ein Energiewert, der nie hätte erreicht werden dürfen. Gleißend wie die Sonne entfaltete sich ein gigantischer Feuerball um den Schiffsblaster. Der Druck der Explosion schlug Trümmer und Schiffsteile weit über das Kampfgeschehen hinweg, ließ den gewaltigen Rumpf des irdischen Flaggschiffs erzittern und breitete sich pilzförmig nach oben aus. Allerorts im und am Schiff explodierten Relais und Knotenpunkte, Explosionen, Blitze und Trümmer fegten durch die Manhattan, gefolgt von Rauch und Flammen. Ein Teil der Außenhülle hielt dem inneren Druck, einer der Energieleitung nicht stand, zerbrach kreischend und spied die gestaute Kraft als grelles Licht weit hinaus. Das sterbende Schiff fand nun, Tage nach den finalen Schäden, endlich seinen wohlverdienten Tod. Weitere Leitungen barsten, trieben Feuer und tödliche Trümmerteile in alle erdenklichen Richtungen. Auf dem Boden war längst jede Kampfhandlung eingestellt. Menschen wie Plado versuchten, so weit wie nur möglich von dem in sich zusammenbrechenden Wrack vorzukommen. Inmitten der sich wie die Trümmer und verteilenden einheimischen und gepanzerten Männer, die Waffen und Schilde fallen gelassen hatten, rannten die Jugendlichen um ihr Leben. Daya hielt schreiend ihre Hände über sich und hielt ein Schutzfeld über mehrere ihrer Mitschüler, darunter Simon und Haruki. André trug schützend für vier weitere einen Teil der Schiffshülle über seinem Kopf und ein kleines Mädchen, dessen Körper hell glühte, beleuchtete den Boden vor der Klasse, die Alexander anführte, der sich den Weg im wahrsten Sinne des Wortes frei brüllte, unbedacht Menschen oder Plado wegzustoßen. Zusammen mit mehreren Dutzend Uniformierten und einigen Plado fanden sie schließlich Zuflucht hinter einem gewaltigen Berghang, der sie vor dem explodierenden Wrack abschirmte. Noch war nicht alles verloren, jedenfalls nicht Menschenleben. Guges bedachte Petty Officer Carey, der halb verbrannt am Boden lag. Die taktische Konsole schlug mitsamt einer gewaltigen Ladung direkt in seinen Körper ein. Aus Petty Officer Nells Arm ragte ein Stück Metall, ansonsten war sie unverletzt. Raus hier, schrie Guges sie an und wischte sich dabei das Blut aus einer Platzwunde über den Augen aus dem Gesicht. So konzentriert wie nur möglich markierte sie der fliehenden Besatzung den Weg hinaus, wies auf versperrte Korridore hin und lotste jenen, der noch auf den Beinen stand, in die Freiheit. Mit manuellen Befehlen wies sie das sterbende System an, so viele Sekunden herauszukitzeln wie nur möglich. Feuer wurde gelöscht, Brandschutzschutz geschlossen, wo auch immer es Sinn machte. Den Rauch und die Flammen auf der Brücke beachtete Guges nicht. Bildschirme und Eingabefelder splitterten, Hologramme erloschen. Eine weitere Erschütterung riss sogar den Kommandosessel aus seiner Verankerung. Guges schirmte sich vor der Hitze des Feuers ab, wählte weitere Wege, ließ noch ein Schott zufallen, löschte ein Feuervierdecks unter sich und ermöglichte sieben Männern den Weg nach draußen, als sich die Flammen bereits ihrer Körper bemächtigten. Während sie versuchte, so viele Leben wie nur möglich zu retten, hoffte sie zu ersticken, ehe ihre Haut mit der Uniform verschmolz. Das hellknirschende Geräusch, welches aufgrund sich schnell verformenden Metalls unter enormer Hitze entstand, hallte in allen Sektoren der Manhattan wieder. Das Grundgeriss des Schiffs hielt zwar Temperaturen jenseits aller Vorstellungsstand, die kleinen Explosionen jedoch bearbeiteten alles Material unerbittlich. Erst wenn jede Leitung gebrochen, jede Verkleidung verbrannt und alle Terminals zerschlagen waren, konnten die Flammen in Ruhe wüten, bis sie am blanken Skelett des Schiffes verhungerten. Simon blickte hinter dem Felsen hervor, erkannte nichts außer der Schwärze der bereits eingefallenen Nacht, die nur durch das helle Feuer der Manhattan in ihrer Einheit gestört wurde. Hinter ihm sammelten die Plado die Waffen der besiegten Menschen ein und waren gegenüber Männern, Frauen und Jugendlichen gleichbleibend fordernd. Mit ihren tiefen, unverständlichen Stimmen brachten sie jeden Nicht-hier-Beheimateten dazu, sich in eine Reihe zu stellen. Den meisten hier war klar, dass sie wohl hingerichtet werden würden. Simon wusste sich nicht anders zu helfen und begab sich sofort in die Ergebungshaltung. Ein auffällig großer Plado kam direkt auf ihn zu, packte Simons den österen Arm und zerrte ihn auf die Füße. Noch in derselben Bewegung schleuderte er ihn zu den anderen, als wäre er nur ein Stück Holz. Miteinander diskutierend gestikulierten die Plado, wobei sie mit ihren dunklen Krallen in mehrere Richtungen deuteten. Die offensichtliche Uneinigkeit endete, als ein weiterer Plado sich zwischen all den anderen hindurchdrückte. In seinen Klauen hielt er die Fahne, welche Demolant vor seinem Tod den Außerirdischen entgegengehalten hatte. Simon sah den Neuankümmling an und konnte nicht sagen, ob es einer von denen war, die er mit seiner Klasse im Hangardeck verteidigt hatte. Auf jeden Fall, so war es für alle ersichtlich, verschob sich gerade das Gewicht der bereits laufenden Diskussion. Die Anzahl jener, die mitreden wollten, erhöhte sich zusammen mit Lautstärke und Geschwindigkeit. Der offensichtliche Anführer, welcher bis eben noch wild gestikuliert hatte, nahm dem Neuankümmling die Fahne aus der Hand und wandte sich der Reihe von Menschen zu. Kraftvoll warf er sie vor die Füße der Menschen. Frieden, sagte er in gebrochenen Silben. Verachtung stand in seinem Gesicht, aber auch Trauer und Wut. Simon machte sofort wieder die Unterwerfungsgeste, ebenso auch Alexander und alle, die diese bereits kannten. Mach mit, Arschloch, zischte der große Junge einem der gepanzerten Männer zu, der sich dies kein zweites Mal sagen ließ. Wieder diskutierten die Plado miteinander, mal ein wenig heftiger, mal ein wenig ruhiger. Einer deutete sogar auf Simon. Letztendlich aber senkten sie ihre Waffen und riefen laut ein Wort heraus, das man nur als Mifo Emiga verstehen konnte. Der Kampf war beendet. 10. Die Plado entzündeten an verschiedenen Plätzen mehrere Feuerstellen. Scheinbar unkoordiniert versammelten sie sich in kleinen Gruppen um einzelne Lager. Andere Stellen brannten von allein. Einige wurden von ganzen Gruppen umstellt. Niemand sprach. Kein Geräusch außer dem Knistern der Flammen war zu hören und einzig der Geruch von Rauch und Ruß war zu schmecken. Am Rande dieses Flammenspiels loderte die glimmende Hülle der Manhattan. Das Wrack würde vermutlich noch mehrere Tage Feuer in sich beherbergen. Durch diese beinahe schon unheimliche Atmosphäre führten einige Plado die Verbliebenen aus Simons Klasse, die überlebenden Techniker und einige gepanzerte Männer zu weiteren Menschen, die umstellt von Dutzenden Plados am Boden hockten, lagen oder saßen. Das Mädchen und der glimmende Körper wiesen der kleinen Gruppe den Weg über das erloschene Schlachtfeld. Einige der trauenden Aliens blickten auf, als das helle Mädchen an ihnen vorüberging. Durch den Schein ihrer Hände erkannte Simon zwischen den in Schach gehaltenen auch die beiden Ensigns. Robes Peer schien verletzt, lag am Boden, während Cuthon neben ihm hockend sich in erster Hilfe versuchte. In seinem Gesicht stand die blanke Angst, welche sich ein wenig aufklärte, als Simon in sein Blickfeld trat. Der junge Offizier lächelte sogar etwas. »Es ist vorbei!« Simon erwiderte die Geste und begriff sogar, dass er sich innerlich ehrlich freute, den jungen Offizier lebendig wiederzusehen. »Slim!« erklang eine tiefe, laute Stimme. Aus dem Dunkel der Nacht trat Colin in das Licht der gemeinsamen Mitschülerin. Sofort veräppte Simons Gefühl und augenblicklich blieb er regungslos stehen. Mit einem Strahlen in seinem runden Gesicht trat sein einst bester Freund mit stark verschmutztem Shirt auf Simon zu. »Du lebst!« lachend breitete er seine Arme aus. Simons Kiefer malten. Ein tiefer Stich zog sich durch seinen Magen und schmerzhaft verkrampften all seine Organe. Hitze stieg auf, Blut rauschte in seinen Ohren. Brennend kämpften sich Tränen in seine Augen. Mit einem Mal schrie er auf, schrill, sich überschlagend und dem Schrei gleich, wie ihn Baphir in seinem Todeskampf ausgestoßen hatte. Eine Faust schmetterte gegen Collins Brust, die andere gegen dessen Hals. »Warum bist du nicht tot?« brüllte er, schlug immer wieder gegen den kräftigen Körper, traf Collins Gesicht, die Lippe, die Nase. »Warum?« schrie Simon noch einmal aus seinem tränenüberlaufenden Gesicht. Anson Cuthon, der zeitgleich mit Collins Auftreten aufgestanden war, versuchte Simon zu packen. Mehrere Anläufe benötigte er, um seine Arme so um Simons Oberkörper zu schlingen, dass dieser bewegungsunfähig wurde. »Baphir hätte das alles hier verhindern können«, schrie Simon gellend. Colin hatte keinen der Schläge abgeblockt, war rückwärtig und völlig perplex zu Boden gestürzt. Mit den Handrücken strich er sich über die Nase und sah auf das verschmierte Blut. Wie aus einem Albtraum erwacht oder gerade in einem steckend, sah er auf Simon. Tränen rollten an seinen runden, rosa Wangen hinunter. »Was? Was habe ich denn falsch?« Simon bäumte sich erneut auf, sodass Cuthon Mühe hatte, ihn noch zu halten. Brüllend zerrte er an dem kräftigen Haltesmannes und versuchte in seiner Ohnmacht Colin mit den Füßen zertreten, er reichte ihn jedoch nicht. »Beruhige dich, Kleiner! Es ist vorbei!« rief Cuthon und wandte ihn schließlich von Colin ab. Heftig atmend ergab sich Simon der Gewalt des Offiziers. Einem inneren Gefühl nach, mehr Instinkt als Vorsatz, hob er seinen Kopf und sah auf die Plados. Still und starr beobachteten diese, wie er mit seinem gewaltigen Hass auf einen anderen seiner eigenen Spezies zustürzte. Über die wenigen Momente mit Baphir in seinen Gedanken versuchte er, die Gesten der Außerirdischen zu interpretieren. Erinnerte sich auch, wie es Colin möglich gewesen war, mit Baphir zu sprechen. Sein Implantat reagierte sofort. Vor seinem Auge erschienen die Sprachoptionen und mögliche Verbindungskontakte. Seinen Blick richtete er auf die größte Gruppe der Plado und fand mehrere potenzielle Empfänger seines Systems. »Das alles sollte nie passieren,« dachte er in Richtung der fremden Lebensform. »Ich bin ein Freund von Baphir. Seine Eltern sind in eurem Kolonierat.« Einer der Plado trat tatsächlich vor. »Ich kenne keinen Baphir.« »Wir wollten mit euch zusammenleben,« erklärte Simon. Der antwortende Plado hob jedoch seine Klinge und hielt sie gegen Simon. »Nein«, erklang es mit elektronischer Stimme in Simons Kopf. Das blitzende Metall nun im Halbkreis gegen alle Menschen richtend, forderte er mit seinem Horn auf den Kopf. »Verschwindet von Firdas.« Nur für Simon verständlich stimmten auch andere mit dieser Forderung überein. »Lasst uns in Frieden«, erklärte der Wortführer mit Blick auf Simon. Sein Gesicht nahm zusätzlich einen zornigen Ausdruck an. »Wir haben kein Interesse an eurer Spezies. Seit wir euch kennen, wollen wir euch meiden, gehen euch aus dem Weg. Aber ihr seid wie ein Virus. Überall trifft man auf Menschen, die uns verfolgen.« Wieder stimmten die anderen mit ein. »Lasst uns endlich in Frieden«, forderte der Plado. Während die Laute aus seinem Hals stetig lauter wurden, übersetzte das Implantat seine Worte tonlos. Simon nickte. »Ich weiß, es wird aufhören.« Ein wenig unbeholfen sah er sich nach Kuthen um und zerrte an dessen Griff. »Lass mich los, Manu.« »Aber ruhig bleiben«, riet er und löste seine Arme. Simon wandte sich zu ihm um und hob sein Kinn. »Wir haben auf diesem Planeten nicht zu suchen.« Kurt sah er noch einmal zu dem Plado hinüber. »Sie lassen uns gehen, wenn wir niemals wiederkommen.« Kuthen reichte das Wort an Robes Pier weiter. »Du bist dienstelter.« »Was?« Mit gequältem Gesicht sah er auf. »Bist du bescheuert? Verdammt, der Kleine hat recht!« Kuthen hob seine Stimme und sah jeden Crewman unter den Überlebenden an. »Als einer der letzten noch aktiven Offiziere befehle ich, dass wir diesen Planeten verlassen und hoffe, dass nie wieder ein Mensch seinen Fuß hier aufsetzt.« Widerspruch gab es keinen aus der Reihe der Männer und Frauen. Kuthen blickte Simon in die verweinten Augen. »Hast du noch das Pad?« »Ja«, er öffnete seinen Jumpsuit und nahm das flache Gerät hervor. »Greife auf das offene Satellitensystem zu. Wir haben ein Notsignal hochgeladen.« »Okay.« Simon aktivierte das Pad und überflog die letzten Protokolle. Colin stand dort mehrfach aufgelistet. Er markierte die Einträge und löschte sie. Ebenso löschte er Collins Kontakt in seinem Implantat, noch ehe das Pad den freien Server der Plado gefunden hatte. »Hier«, er hielt Kuthen das Gerät entgegen. »Keine Ahnung, wonach ich suchen muss.« »Schon okay.« Der Enze nahm das Pad an sich und hockte sich zu Robes Pier, der ihm mit leiser Stimme half, die einzelnen Pakete zu finden. Colin war derweil wieder aufgestanden. Den Disconnect hatte er deutlich bemerkt. Mit verwirrtem Kopfschütteln sah er Simon an. »Aber wieso?« Simon warf ihm einen letzten verachtenden Blick zu und wandte sich ab. »Slim«, rief Colin, wollte ihm gerade nachlaufen, als Daya sich ihm in den Weg stellte. »Lass ihn«, er musterte sie kurz, sah an ihr vorbei auf den Rücken seines besten Freundes. »Weshalb denn? Etwa wegen diesem Alien?« »Ja«, donnerte Daya fassungslos und stemmte die Arme in die Hüften. »Genau deshalb. Also, sprich nie wieder mit ihm. Vergiss ihn. Verschwinde aus seinem Leben.« Colin war wie vor den Kopf geschlagen. »Aber wir sind beste Freunde.« »Nein, das seid ihr nicht. Nicht mehr.« Daya wandte sich ab und folgte Simon, der sich abseits von den anderen auf den Boden gesetzt hatte. »Aber es war nur ein Alien«, rief Colin ihr nach und wies mit ausgestreckten Händen auf seine Mitschüler. »Nur eins!« Alexander trat an ihn heran. Er war einer der wenigen, die hinunterblicken mussten, um Colin in die Augen zu sehen. »Darum bist du ein Freak!« Er stieß ihn gegen die Schulter und ließ ihn stehen. »Was?« Colin suchte Augenkontakt mit irgendjemandem, den er kannte, fand jedoch nur ablehnende oder abweisende Blicke. »Ich tat es für den Sieg!«, rechtfertigte er sich. »Für uns!« setzte er nach und richtete seinen Blick auf das noch immer brennende Wrack. »Trottel!« fauchte Alexander und setzte sich, die Arme vor seinen Knien verschränkt und zuckte mit den Schultern. »Welcher Sieg!« »Na ja!« Colin sah noch einmal auf die umstehenden Außerirdischen. Alex schüttelte nur seinen Kopf. Sie waren so grundverschiedene Jungen. »Das war Krieg, du Idiot!« »Da gibt es keine Gewinner!« Colin sah zu Simon hin, erkannte im Schatten, wie sein bebender Körper von Darias Armen gehalten wurden. »Aber!« Es gab niemanden, der Alexander widersprach. Niemanden, der Colin beistand. Baphir war für nichts gestorben, eine Crew starb für nichts und zwei beste Freunde hatten einander auf Firdas für alle Zeiten verloren. Sie hörten »Verloren auf Firdas« von Galex Acheronian. Gesprochen von Jan J. Münter, eine Produktion von podussee.de.